Wir sind heute in Frankreich unterwegs, in einem großen Duell um die Welt. Mit wem spielst du denn? Oh, es sind super viele dabei. Es sind, glaube ich, 15 Teilnehmer oder so. Also ganz, ganz viele kleinere Streamer. Steinwallen kennt man vielleicht, aber sonst noch ganz viele kleinere Streamer. Und jeder hat ein schönes Land zugewiesen bekommen. Ich habe Frankreich, was jetzt schon nicht so verkehrt ist. Warum bist du so bestraft worden? Ja, ich habe gesagt, ich bin Anfänger-Noob und werde mit Frankreich hier durchstarten und die zu Ruhm und Ehre bringen und in der Welt meinen Stempel hinterlassen. Geil. Aber du hast doch deinen Stempel schon hinterlassen. Ja, nee, meinen großen Schwengel hinterlassen. Ah, sehr gut. So nämlich. Allen die Pizmeat-Chroniken auf Blasen, äh, auf Zwängen. Blasen, Blasen. Die Pizmeat, vielleicht können wir die Pizmeat-Kröten-Partei gründen. Ich weiß nicht, ob man das anpassen kann. Das wäre mega. Naja, aber Bram, du, ich will dich gar nicht weiter aufhalten. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und, äh, bis dahin, ne? Auf bald. Tschüss. Tschüss, bis zum Wochenende. Ich kann leider nicht lachen, Chat. Dann fällt mein Bart ab. Ich kann nicht lachen. Aber Franzosen haben eh nie was zu lachen. Wir gehen jetzt mal in die Lobby, wo alle schon warten und hören mal rein, was da so abgeht. Ähm, heute ein großartiges Event. Ich schalte mal eben ins Spiel rein. Wir werden in Viktoria 3 Frankreich übernehmen als großer Herrscher. Und, äh, es werden ganz, ganz viele andere, ähm, weitere Länder spielen. Wie Russland, die USA, Portugal, Belgien, äh, Schweden, Preußen, Österreich. Es sind eigentlich alle vertreten. Italien wird auch noch mit dabei sein. England. Äh, es wird herrlich. Und ich als Franzose, ähm, als Apollon werde natürlich meine Vorstellungen von der Welt aufdrücken und expandieren in die Welt. Also, Afrika liegt mir ja zu Füßen. Das ist ja nur ein Katzensprung entfernt. Und, ähm, ihr seht hier unter mir habe ich geheime Ziele, äh, die ich vielleicht verfolgen werde. Also, auf jeden Fall verfolgen werde. Denn, die wissen die anderen Mitstreiter nicht. Die anderen Mitstreiter haben auch Ziele. Und die gleichen sich teilweise so, dass es zu Konflikten, zu Reibereien kommt. Und es wird unterschiedliche Räte und Strategien geben. Ähm, es wird Versammlungen geben. Man kann sich zu diplomatischen, äh, Runden treffen und da Veranstaltungen machen. Äh, entweder nur saufen oder aber auch sich zusammenraufen. Und, äh, ja, das wird ganz großartig. R5 drücken hilft hier teilweise. Denn, äh, der Stream ist natürlich einmal kurz pausiert worden. Aber, hey, äh, ich hoffe, es klappt jetzt bei allen von euch. Ähm, genau. Steinbein ist in Spanien mit dabei. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen rein in, äh, in die illustre Runde der anderen Herrscher. Ich glaube, das wird die Nahrung sein, die wir bei uns in Preußen verkaufen. Die Majestäten. Lecker. Mh. Ich glaube, die schmecken gut. Ja. Oh ja. Äh, was sind die Maghreb-Staaten? Die Maghreb-Staaten sind hier in Afrika, Marokko, Algerien, Tunis. So dieses nördliche, nordwestliche, äh, Gebiet von Afrika. Die trotzdem aktiviert sind. Das ist, äh, das, was ich begehre. Ja, genau. Den Suezkanal möchte ich bauen in Ägypten. Und ich möchte natürlich auch alternativ... Grundsätzlich ist es richtig, was im Chat steht immer. Alternativ könnte das vielleicht auch so funktionieren, dass Steinbein über jemanden von uns über Steam beitritt. Müsste... Ja, aber... Ja, also ich meine, der kann es ja mal probieren. Halt, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Ah. Ich glaube, es gibt hier gerade noch Connection-Probleme. Aber das ist gar nicht so wild. Denn, äh, wir können uns ja zumindest noch ein bisschen unterhalten. Für die, äh... Was habe ich gesagt? Ach, Savoyen. Entschuldigung. Savoyen ist hier dieses schöne kleine Gebiet. Und ich meinte natürlich, ähm... Ähm, ähm... Zagrebsta... Maghreb... Maghreb? Maghreb? Maghrebstaaten? Maghreb! Maghrebstaaten. Die Maghrebstaaten. Die guten Maghrebstaaten. Entschuldigung. Ähm, das sind... Das sind die hier. Ich habe mich vertan. Die Zagrebstaaten. Ich darf dich lachen. Oh Gott. Ich darf dich lachen. Ohohoho. Ohohoho. Doch, ich muss mich genau... Ich muss genau so Schauspielern. Es wird ein bisschen Roleplay-lastiger. Denn, äh, ich glaube, da, äh, wird der ein oder andere ganz in seiner Rolle aufgehen. Ich bin da etwas weniger geübt. Aber ich werde mir natürlich alle Mühe geben, hier als, ähm, Oberbefehlshaber und König von Frankreich, äh, meiner Rolle gerecht zu werden. Und ist das Game so ähnlich wie Sith? Ja, im super weitesten Sinne. Also, es wird aber sehr, sehr illustrer und, ähm, glaube ich, sehr witzig, sehr unterhaltsam. Und dadurch, dass wir so viele sind, wird auf gar keinen Fall, äh, Langeweile aufkommen. Frankreich ist nicht schwer zu Roleplayen. Ohohoho. Aber ich bin ja jetzt Frankreich, kann jetzt ja nicht mehr fahren. Also, egal. Immer Anti-Preußen, dann passt das. Und Anti-Frank... äh, England, ne? Also. Wir müssten zwölf sein mit der Schweiz, ja? Wenn ich das richtig gezählt habe. Elf. Es sind zwölf mit der Schweiz. Ja, es passt. Zwölf mit der Schweiz, alles gut. Ich kann nicht lasen. Genau. Es passt wunderbar. Gut, nachdem wir jetzt diese technischen Sachen geklärt haben, würde ich sagen, dann starten wir jetzt auch leicht verspätet mit der Pre-Show. Und, ähm, wir begrüßen an der Stelle alle auf jeden Fall recht herzlich. Ohoho. Wichtige Sache gleich zu Beginn. Bitte klickt am besten noch gar nichts im Spiel. Und wartet damit, ähm, bis wir das Go sozusagen geben. Ähm, dass wir jetzt hier irgendwie keine Desübungs verursachen, weil wir jetzt zu Beginn einfach des ganzen Events euch noch ein paar Sachen erklären wollen. Wir wollen jetzt euch vorab nochmal ein bisschen was erklären zum Kutscher-System, zum Regelwerk. Dann nochmal einige Besonderheiten erläutern, was jetzt zum Beispiel auch die Konferenzen angeht. Einiges, was jetzt neu ist bei diesem Game-of-Event, ähm, und dann mit einem Einleitungstext so ein bisschen in unser Event rein starten. Und ja, es freut mich auf jeden Fall genauso wie Strategie-Ecke, dass ihr alle da seid, dass ihr gekommen seid. Und dass wir jetzt hier gemeinsam mit den zwei Abenden, die vorgesehen sind, dieses Event bestreiten können. Zu Beginn möchte ich tatsächlich anfangen mit dem Kutscher-System, was ein wesentlicher Bestandteil dieses Events auch wieder sein wird. Vor allem für die Zuschauer oder auch Streamer, die dieses System noch nicht kennen, wollte ich es nochmal kurz erklären. Wir haben hier fleißige Unterstützer im Discord, die, ähm, ja, uns Streamer unterstützen werden, wenn wir von einem Sprachkanal in den anderen gemoved werden müssen. Oder wenn es darum geht, dass private Audienzen abgeklärt werden müssen mit einem anderen Land, dann werden die sich auch darum kümmern. Oder auch einfach Botschaften irgendwo hinbringen, wie ihr das wollt. Das ist so ein bisschen einfach auch als Unterstützung für euch gedacht. Ich nutze das mal für Social Media. Wir werden jetzt hier in Victoria 3, äh, sie Kutscher nennen können, aber natürlich auch den Diplomatischen Dienst. Das ist auch ein Name, der in die Zeit sehr gut passt. Könnt ihr aber natürlich nutzen, wie ihr möchtet. Neben diesen klassischen Kutscher-Aufgaben, ähm, werden sie auch noch so ein bisschen das Thema, äh, Protokoll von Verträgen und Abkommen im Hintergrund organisieren. Das heißt, wenn es irgendwie öffentliche Abkommen gibt, die geschlossen werden, dann werden die auf jeden Fall festgehalten und auf dem Discord dann auch gepostet, dass man da im Nachgang immer nochmal nachlesen kann. Auch private Verabredungen, wenn die etwas komplizierter sind, werden insgeheim von den Kutschern festgehalten, sodass die Vertragsparteien das jederzeit auch anfordern können, wenn sie nach 20 Jahren nochmal nachschauen wollen. Was stand denn nochmal genau in unserer Vereinbarung, die wir, ähm, geschlossen haben? Einfach auch als eine zusätzliche Unterstützungsmöglichkeit für euch. Und ja, ihr könnt jederzeit, liebe Streamer, die Kutscher ansprechen, auch gerne im Roleplay. Dazu sind die Kutscher auch angehalten, dass sie die Immersion nicht, äh, einfach so brechen, sondern ihr könnt dann auch gerne sagen, werter Kutscher, bringt mich doch, äh, in den Norden. Ähm, ich möchte dort ein Gespräch führen oder fragt beim französischen König an, dass wir eine Privataudienz, äh, in, ja, in eigenen Räumen stattfinden lassen können. Die Möglichkeiten habt ihr dann auf jeden Fall, sie zu nutzen und, ähm, damit ihr jetzt auch die Stimmen hinter den Kutschern, die uns jetzt hier zum Start schon mal mit unterstützen, einmal hört, äh, und sie, äh, dann auch, ja, verbinden könnt mit den Personen, will ich sie einmal kurz nacheinander, ähm, vorstellen, ähm, dass die dann einmal kurz auch hier begrüßt werden können. Und zwar haben wir einmal mit dabei Hans Heinerich. So seien sie gegrüßt. Danke, Kuki. Zusammenarbeit. Sehr schön, dann haben wir auch den Heimi mit dabei. Einen wunderschönen guten Abend, ich bin der diplomatische Dienst Heimi und ich hoffe, wenn wir unterwegs sind, dass ihr alle eure Fahrkarten abgestempelt habt. Mhm, dann, äh, haben wir im Hintergrund in der Organisation, nicht direkt als Kutscher tätig, den guten Platonius hier mit dabei. Ja, hallo, der eine oder andere kennt mich schon von den letzten Runden. Ich bin im Grunde dafür da, dass es organisatorisch alles rund läuft und auch, falls ihr spieltechnische Fragen haben wolltet, könnt ihr mich quasi off-topic anschmacken, kurz anschreiben, ansprechen, wie auch immer, wenn ihr irgendwas nicht wisst, dann immer raus damit. Ansonsten werdet ihr mich heute weniger hören und morgen auch. Genau, aber vielen Dank auch für die Arbeit im Hintergrund. Dann haben wir als Kutscher mit dabei den guten Vekragor. Guten Abend, ich werde mein Bestes geben, um jegliche Partei irgendwie unterstützen zu können. Genau. Dann haben wir noch dabei den guten Askanon hier jetzt als von Unterbühl bezeichnet. Guten Abend, ich bin der Werte von Unterbühlen, Diplomat meiner selbst und Mainz 8, der genialste Mann auf Erden. Ich bin für alles bereit zu helfen. Sehr gut, sehr gut. Geheime Ziele sind angezeigt, weil die nur in unserem Chat bleiben sollen. Also geht nicht in die anderen Chats und postet da, das geheime Ziel von Seb ist das und das. Nein, nein, von Sebastian Lefrankreich. Also, nicht verraten. Auch, ja, den Host logischerweise übernehmen zu können. Das heißt, wenn es um die Änderung von Spielgeschwindigkeiten geht, ist er der erste Ansprechpartner. Darum werden sich dann auch die Kutscher kümmern. Wenn ihr, ähm, eure, bei Diplomatie geschehen zum Beispiel, auf zwei Seiten jeweils ein Spieler seid, dann meldet es einfach einem Kutscher. Dann kann das an den guten Atlanes weitergetragen werden, dass der dann die Geschwindigkeit reguliert. Und, ähm, er wird auch eine moderierende Rolle zuteil werden bei Konferenzen, wenn das benötigt wird. Ähm, alles, was man so ein bisschen von einer neutralen Schweiz sozusagen erwarten kann. Ähm, dennoch, ja, habt ihr natürlich Möglichkeiten, äh, gegen die Schweiz vorzugehen. Ähm, er wird da jetzt nicht irgendwie aktiv Diplomatie für die Schweiz darstellen. Schön, Adlanes, dass du hier auch mit dabei bist. Spritzle aus dem schönen Genf. Auf gute Zusammenarbeit. Genau, es wird einer von den Observern die Schweiz spielen und, äh, die Spielgeschwindigkeit regeln. Nur, dass ihr da auch wisst, dass dann da vielleicht noch die ein oder andere fremde Stimme uns mit unterstützen wird bei dem Event. Und, ähm, ich glaube, so viel erstmal zu dem Thema mit dem, äh, Kutscher-System. Ich glaube, gibt es vielleicht dazu erstmal noch vorab irgendwie Fragen von euch Streamern? Irgendwas, was ihr dazu nicht verstanden habt? Ansonsten würden wir weitermachen. Nämlich mit dem Regelwerk und Strategie, der dann weitermacht. Genau, auch von mir ein ganz großes, äh, hallo an alle, äh, die heute mit dabei sind. Ähm, also, wir haben ein paar Regeln aufgeschrieben, äh, die so im Groben und Ganzen so einen kleinen Rahmen setzen sollen. Ähm, manche Regeln kann man falsch verstehen, deswegen, äh, werde ich da jetzt nochmal ein bisschen, äh, erläuternd tätig werden. Also, ähm, erste Regel war, Kolonien, wir dürfen pro Nation drei aktive Kolonien am Laufen haben. Das, äh, der Hintergrundgedanke dahinter ist, dass wir halt auch kleinere Nationen damit so ein bisschen ermöglichen wollen, dass nicht direkt nach 20 Jahren alle Küsten besetzt wird und niemand mehr Kolonien gründen kann. Und dadurch bleibt das alles ein bisschen dynamischer. Das bedeutet, äh, ja, drei aktive Kolonien sollte man haben. Die Kutscher schauen auch so ein bisschen drüber. Äh, wenn man mal aus Versehen eine Vierte anmacht und das auffällt, ähm, dann wird man höflich drauf hingewiesen. Äh, aber, äh, das heißt jetzt nicht, dass man deswegen aus dem Spiel fliegt oder sowas. Ähm, zweitens ist ein ganz... Hm? Hoäcker, sie sind raus. Sie sind raus. Ähm, zweiter Punkt, die Konferenzen. Das ist eine, ähm, etwas größere Erneuerung. Die wurde auch schon mal, ähm, nach dem Game of Federations, also dem Stellaris, mal so ein bisschen besprochen. Da wurden mal Äußerungen, also Ideen getätigt, äh, seitens von Steinwallen zum Beispiel. Ähm, und dann haben Gaius und ich uns mal diese Ideen jetzt für dieses Event mal aufgegriffen, dass, äh, wir so ein bisschen noch abgeändert haben. Ähm, genau. Die Möglichkeit besteht für jede Nation, einmal pro Abend eine Art Konferenz einzuberufen. Das heißt, alle Nationen kommen dann in die Hauptstadt dieser Welt, äh, dieser, dieser Nation. Und, äh, dort kann dann ein, ein Abkommen, äh, verhandelt werden oder eine Intervention eingeleitet werden oder halt eine, eine Rede gehalten werden über eine Absicht dieser Nation. Und, äh, genau über diese Abkommen können sich dann alle anderen Nationen freiwillig entscheiden, ob man diesem zustimmt, sich daran beteiligen möchte oder halt auch sagt, nö, das, äh, liegt jetzt nicht in meinem Interesse oder das juckt mich nicht, ich möchte das nicht, ich möchte dem Ganzen nicht zustimmen. Ähm, da ist niemand gezwungen. Ähm, das ist jetzt irgendwie keine parlamentarische Abstimmung, wo dann alle dann nachher gezwungen werden für. Aber man kann dafür gezwungen werden, nämlich man kann auch, ähm, am Ende eines Krieges, zum Beispiel als, ähm, als weiteres Diktat, äh, des Siegers, jemanden ein dieser, dieser Abkommen quasi aufzwingen. Ähm, diese Abkommen sind aber auch nicht bindend, das heißt, auch wenn er eine Nation unterschrieben hat, kann natürlich auch sein, dass sie dieses Abkommen dann, äh, ja, verrät oder missachtet. Und dann liegt es natürlich an den anderen Nationen, dort zu reagieren oder das zu billigen. Ähm, genau. Spielerkriege generell sind natürlich erlaubt, ne, das ist jetzt nicht irgendwie verboten. Ihr dürft auch gerne gegeneinander Krieg führen, ähm, oder halt, ähm, ja, gegeneinander diplomatische Spiele beginnen. Ähm. Ziel ist es aber auf jeden Fall, dass die Spieler nicht ausgelöscht werden, ne, also es geht jetzt hier nicht darum, einen anderen Spieler rauszuhauen. Wir haben ein paar Nationen dabei, die ein bisschen kleiner sind, zum Beispiel Belgien oder Portugal, die potenziell rein theoretisch durch, äh, äh, eine andere Nation ja übernommen werden könnten. Ähm, ist aber nicht Ziel des Spiels. Ähm, das soll eigentlich, äh, ja, nicht im Fokus stehen. Ähm, zu den Spielerkriegen, die Geschwindigkeit wird bei einem Spielerkrieg oder bei einer diplomatischen, bei einem diplomatischen Spiel, wo auf beiden Seiten Spieler vorhanden sind, wird die, äh, äh, die Zeit, ähm, oder die Geschwindigkeit reduziert auf Stufe 2. Und damit hat jeder ungefähr fünf Minuten Zeit, sich um diplomatische Absprachen zu kümmern, vielleicht diesen Krieg noch zu verhindern oder, ähm, anderweitig. Ähm, also ungefähr fünf Minuten sind das. Ähm, dann haben wir geheime Ziele. Jede Nation hat in dieser Runde, das ist auch eine Neuerung, die wir das erste Mal einführen, ähm, ein, ein oder mehrere geheime Ziele erhalten. Die kann man verfolgen, das ist keine Pflicht. Es ist nicht das Ziel irgendwie, oh, der hat's am Ende geschafft und deswegen ist er der Sieger. Es ist keine Frage eines, einer Sieg- oder einer Niederlage. Aber wenn man, sag ich mal, als Inspirationsgrundlage dieses geheime Ziel verfolgen möchte, dann, äh, bietet sich das an. Und man kann natürlich dann auch so ein bisschen, die Zuschauer können so ein bisschen schauen, okay, welche geheimen Ziele sind denn, äh, welche Nation hat welches geheimes Ziel, ne? Wohin könnte es denn vielleicht zu Reibereien kommen? Wo, oder schneiden die sich denn auch vielleicht? Und so weiter. Ähm, genau, zum Spielerschutz habe ich gerade schon etwas gesagt. Eine Zwischenfrage. Ja? Nicht mit den geheimen Zielen der Organisatoren, die sich die geheime Ziele ausgedacht haben. Wir werden das natürlich im RP-Rahmen so handhaben, dass wir quasi nichts wissend agieren, ne? Das ist noch ein Punkt. Wie gesagt, wir testen das das erste Mal aus und im Optimum wäre es in Zukunft so, dass wir da ein Team hinterhaben, zum Beispiel auch das Kutscher-Team, die in Zukunft diese geheimen Ziele quasi ansetzen. Aber diesmal haben Gaius und ich uns darum gekümmert, aber wir werden, äh, dieses Wissen quasi nicht benutzen, um, äh, um uns einen Vorteil zu erspielen oder um das gezielt auszunutzen. Gut, war eine kleine provokante Frage. Ja, ja, die Spanier schon wieder. Diese Zielen ist ein Großteil von Italien. Ähm, die Spielgeschwindigkeit, genau, standardmäßig auf drei. Ziel ist, äh, wenig Unterbrechungen ins Spiel zu setzen, aber, äh, wenn es mal zu einer Krise kommt und so weiter und ihr wirklich eine Pause braucht, sprecht mit dem Host. Äh, da ist immer etwas möglich und die Spielgeschwindigkeit kann dann auch reduziert werden. Genau. Soweit zu den Regeln. Ähm, da gebe ich mal zurück an Gaius, glaube ich. Oder, was ist der nächste Punkt? Ja, wir können dann eigentlich mit der Fortstellungsrunde Daten, ähm, nachdem sonst, glaube ich, alles relativ klar sein sollte, äh, gehen wir einfach da mal alle miteinander durch. Das heißt, das ist für euch natürlich auch jetzt nochmal eine wunderbare Möglichkeit, auch die anderen Streamer irgendwie abzumischen, falls ihr es nicht sowieso schon nebenbei getan habt, dass dann auch die Lautstärke, ähm, jeweils miteinander passend ist. Und, ähm, ich fange dann einfach mal an, äh, mich einmal kurz vorzustellen. Ich bin bekannt als Gaius Julius Cäsar, als Strategiestreamer und YouTuber, vor allem mit historischen Spielen. Ähm, ich liebe es, Roleplay auch mit in diese Computerspiele mit, äh, hineinzubringen, und das miteinander verbinden, um dann eine unterhaltsame Geschichte darzustellen. Und heute, heute verkörpere ich den Herrscher von beider Sizilien, beziehungsweise diese Nation schlechthin mit einem Traum, äh, was den Herrscher, wie auch das ganze Volk von beider Sizilien verbindet, der Vereinigung Italiens. Viva Italia! Genau, und dann würde ich sagen, Ecke, mach doch du noch mal direkt weiter. Genau, ähm, ich bin Strategie-Ecke, ähm, mit Gaius zusammen haben wir das Event organisiert. Und, ähm, ja, ich spiele, äh, in dieser Runde Großbritannien, ne, also Britannia rules the waves. Das wird auf jeden Fall, äh, meine Aufgabe hier sein, ein möglichst schönes Großbritannien darzustellen, ne, die Herrlichkeit in Person. Ihr werdet alle auch schon in Zukunft von mir hören, das kann ich schon mal etwas ankündigen. Wird nicht lange dauern, bis ich euch vielleicht das eine oder andere Mal in meinen Hallen begrüßen darf. Den Unterwärm verkünde. Das sind natürlich dann die militaristischen Preußen, die denken natürlich immer das Negative, äh, in dieser Welt. Aber gut, das ist natürlich dann deren Ding. Ähm, ja, ich bin Strategie-Ecke, ich spiele auch Strategie-Spiele, ähm, bin Historiker und interessiere mich für historische Spiele meistens. Und, äh, ja, freue mich, dass ihr alle da seid. Dann gehen wir mal weiter an Strategie-Nerd, glaube ich. Ja, genau, keine Ecke, nur ein Nerd. Ähm, ja, ich bin ja Strategie-Nerd, spiele erst seit kurzem, spiele auf jeden Fall. YouTube und Twitch. Bin ein riesiger Fan von Aufbauspielen, so auch dazugekommen. Und, äh, hab jetzt das, ähm, das Glück, an diesem wunderbaren Event teilzunehmen. Und bin privat, hab privat überhaupt nichts mit Geschichte zu tun, das ist eher meine Frau. Und, äh, bin privat Softwareentwickler. Ja, wer ist noch dabei? Ranger. Da sind mich jetzt voll überrascht. Äh, hallo miteinander. Ich bin, äh, heute als Preußen mit dabei, als der altbekannte Freebie. Wie wir ihn noch liebevoll beim letzten Mal genannt haben. Ähm, ansonsten, äh, zu mir, äh, Ranger. Manche sagen, ich hab ne multiple Persönlichkeits-Zeit, Rastalot. Aber dem ist gar nicht so. Das sagen meine drei anderen auch, die hier gerade neben mir sitzen. Ich selber spiele auch Strategie-Spiele, hauptsächlich auf Twitch. Ähm, alles von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung. Und, äh, ja. Rufen wir jetzt irgendeinen Namen rein? Äh, Red, du bist dran. Red Attitude. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, ja, also ich bin, äh, Red Attitude, oder kurz Red. Ähm, bin seit ungefähr einem Jahr Streamer. Bisschen über einem Jahr spiele meist Strategie-Spiele. Immer mit ner Prise Rollenspiel. Mit oftmals, ja, schon knackigen Zielen teilweise, die ich mir da setze. Also gerade in Bezug auf Crusader Kings 3 oder Victoria 3, was, äh, eins meiner absoluten Lieblingsspieler ist. Und, ja. Ich, äh, verkörfe heute tatsächlich, äh, Pedro de Sousa, den ersten Premierminister Portugals. Und ich hoffe natürlich, dass ich es schaffe, Portugal zu alten Glanz zu führen. Und ich würde das Wort mal an Primus weitergeben. Einen wunderschönen guten Abend durch. Mein Name ist Primus. Ich bin, äh, ja, ewiger Strategie-Nerd auf Twitch. Seit, keine Ahnung, vier oder fünf Jahren zocke ich hauptsächlich eigentlich Crusader Kings 2, als auch Europa Universalis 4, meine zwei großen Lieben. Und, äh, ich bin eigentlich mehr durch Zufall hier reingerutscht. Freue mich aber trotzdem, da zu sein. Schön, dass auch ihr alle da seid. Und ich hoffe, es wird eine spannende Runde. Ähm, Sepp, bitte. Ja, hallo, ich bin, äh, Sebastian de Lenz, König von Frankreich. Und ich grüße euch hier bei diesem schönen Event, äh, wo wir uns das ein oder andere Mal vielleicht in Versailles auch treffen werden. Ja, und auf gute Nachbarschaft, würde ich sagen. Ähm, denn, äh, meine Produkte sind reichhaltig. Und, äh, vor allem der Wein muss fließen. Und da gönne ich euch auch gerne meinen besten Jahrgang, wenn ihr nett zu mir seid. Und sonst muss ich euch leider, ähm, maßregeln. Das kann ich, glaub ich, auch ganz gut. Und, äh, ich gebe weiter an meinen netten Nachbarn Spanien. Steinwein. Hola. Ich bin Isabel. Ich bin fünf Jahre alt. Äh, Spanien ist arm. Und die spanischen Wissenschaftler sind ziemlich dumm. Danke, Anubis. Aber, wir haben die Sonne. Wir haben einen Platz an der Sonne. Da wollen andere ja noch hin. Ich freue mich. Und, ich bitte, Russland. Ach, hier ist prima Vorstellung. Äh, ja, hallo, äh, mein Name ist Tollfuß. Und, äh, ich spiele auch gerne Strategiespiele. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und, äh, im, äh, Spiel jetzt hier ist mein Name, äh, Dimitri, äh, Dimitri, Dimitri, der vierte. Und ich bin der offizielle Vertreter von Zahn Nikolai Romanov, dem großen Anführer unserer russischen Gemeinschaft. Und, äh, als eine der flächenmäßig größten und landschaftlich auch schönsten Nationen liegt, äh, unser Fokus auf dem Geben und Nehmen, sowie auf dem Haben und Teilen. Denn nur wer Geben und Nehmen kann, kann auch Teilen und Haben, sodass wir letztendlich gemeinsam Geben und Teilen und Nehmen und Haben. Dankeschön. Ich gehe weiter an den, äh, Mörb. Ja, ich bin der Mörb. Ich, äh, streame und mache auch YouTube unter dem Namen Mr. Mörb, beziehungsweise Mörb. Hauptsächlich Strategie, insbesondere Total War und Paradox-Titel. Mach auch gerne mal Rollenspiele und Survival-Spiele. Und, äh, wir sind heute, Herr Erdinand, der Erste. Von Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, dieses Namens der fünfte, König der Lombardei und Venedigs, König von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galicien, Lodomerien und Illyrien, König von Yrelusalim, etc., etc. Die anderen zwei Drittel erspare ich euch. Schön, dass ich da bin. Hallo. Äh, der Nächste ist dann wohl, äh... Karesag in Schweden. Karesag, Schweden, genau. Ja, sehr gerne. Schönen guten Abend zusammen. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Äh, ich streame mittlerweile auch schon seit, äh, drei Jahren. Je schwieriger das Game, je komplexer, desto besser, ob das jetzt von Rimworld, Project Samboid oder Paradox Games sind, spiele ich alles sehr gerne in meinem Kanal. Und heute werde ich, äh, Schweden spielen, eine Nation, die danach sehnt, eine starke Seefahrernation zu werden. Äh, zudem ist mir Wissenschaft und die Natur sehr wichtig. So, wer möchte denn als nächstes wählen? Haben wir noch nicht. Ich glaube... Oh, ein bisschen im Bad. Dass wir alle durchhalten. Genau. Ähm, was mir gerade noch aufgefallen ist, oder mir im Spiel angezeigt wurde, dass Primus, äh, das Spiel verlassen hat. Habe ich das richtig gelesen? Äh, ja. War es ein Weinglas? Das ist eine gute Idee. Ja, hab ich auch gesehen gerade. Ja. Au! Mal gucken, bitte. Hab ich auch gesehen. Blö! Interesting. Ich bin bei mir noch drin. Ich hab das mir nicht eingebildet. Nee, du bist nicht mehr in der Spieler. Aber der Spieler selbst sieht das dann nicht. Genau. Du musst nochmal neu connecten. Deswegen wollte ich das gleich ansprechen, dass du jetzt nochmal gleich neu connectest, Bin dabei. Bin dabei. Sehr schön. Aber wir können die Zeit trotzdem überbrücken, weil wir dann auch gleich noch was Wunderbares vorbereitet haben. Den kleinen Einleitungstext. Ähm, dann kann ja während Primus, äh, hier wieder reinkommt, äh, können wir dann damit weitermachen. Außer es gibt vorab noch jetzt irgendwelche... Oh, morgen gibt's weinen. Wenn unser Einleitungstext vorbei ist, äh, würden wir vermutlich erstmal so die ersten fünf Minuten auf Speed 1 spielen. Und dann könnt ihr sozusagen so nach den ersten zwei, drei Tagen, wenn es anläuft, eure ersten Klicks machen. Und auf Speed 1 die ersten fünf Minuten, weil ihr wahrscheinlich genügend Zeit braucht, erstmal euch mit euren Ländern, äh, ja, auseinanderzusetzen. Und danach gehen wir dann langsam auf Speed 3 hoch. Und, ähm, ja, ich denke, die meisten werden sich am Anfang auch erstmal so die ersten zehn Minuten muten, um den Zufahren alles zu zeigen, zu erklären. Und danach, ähm, kann man dann ja untereinander die Interaktion starten. Genau. Gibt's noch irgendwie Fragen, bevor wir jetzt weitermachen? Kleine Anmerkung an mir, das trifft. Das Passwort ist natürlich jetzt ein anderes Primus. Das letzte, was gepostet wurde. Großartig vorbereitet. Dankeschön dafür. Ja, genau. Vielen Dank. Großes Lob. An wen? An alle. An alle. Vor allem klatscht für mich, klatscht für Freevi. Eine Stimme für Freevi ist eine Stimme für Waffen. Und natürlich für die Diplomatie. Dafür dürft ihr auch gerne klatschen. Also für uns natürlich die USA. Eine Stimme für Großbritannien ist eine Stimme für die Wohl, für den Wohlstand der Welt. Okay, so. Kann ich noch eine Sache eben sagen? Ja. Es ist wirklich was Ernsthaftes. Ich will den kurz einmal den Paradox-Disclaimer reinpacken, nachdem ich das gesagt habe. Alles, was wir hier drin sagen, ist im Paradox-Spiel selbst drin. Also nehmt jetzt nicht das für wahre Münze, was jetzt hier gesprochen wird als Preußen, als Großbritannien oder sonstiges. Nur weil ich mal den Paradox-Disclaimer. Ein sehr guter Disclaimer. Absolut. Richtig. Genau. Gut. Dann scheint es ja sonst erstmal keine großen Fragen mehr zu geben. Deswegen würde ich dann sagen, Ecke, ich würde sagen, wir fangen an mit unserem kleinen Einleitungstext, der uns ein bisschen in Stimmung bringen soll. Ja. Speed 1 starten-Frage? Ne, warte mal noch, bis der Einleitungstext vorbei ist und danach dann Speed 1 starten. Okay. Ja, mein Hirn ist eh Matsche, Leute. Kleiner Disclaimer vorweg an der Stelle. Ich schreibe aktuell meine Bachelorarbeit und deswegen sollte ich mich verlesen oder sollte etwas sich nicht danach anhören, wie es dort vielleicht stehen sollte. Ich entschuldige mich im Vorfeld. Solange du die Bachelorarbeit nicht vorliest, ist das okay. Ja, gut. Wobei das, ja, ist egal. Doch, mach mal. Wir schreiben das Jahr 1836 und stehen vor dem Beginn einer der bewegendsten und bedeutendsten Epochen der Weltgeschichte. Erst vor zwei Jahrzehnten wurde durch den Wiener Kongress 1815 das politische Gleichgewicht in Europa wiederhergestellt. Die Folgen der napoleonischen Kriege sind dennoch weiterhin spürbar. Die Spannungen und das Misstrauen zwischen den Großmächten Europas dominiert das politische Parkett. In vielen Regionen Europas brodelt und rumort ist. Bestrebungen nach nationaler Einheit und Unabhängigkeit ziehen sich wie Wellen durch den Kontinent und neue liberale Ideen fachen die Glut immer wieder vom Neuen an. Die Deutschen und die Italiener gehören zu den Nachzüglern der Nationalbewegungen. Jedoch drängen sie nun umso schneller in die Ränge der Großmächte auf und könnten das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte erneut ins Wanken bringen. Die gesellschaftlichen Umwälzungen infolge der Industrialisierung und neuer Erfindungen veränderten den Alltag der Menschen. Die Abschaffung der Sklaverei, die Ausweitung des Wahlrechts, die Gründung von Parteien und Gewerkschaften. Dörfer, aus denen über Nacht Zentren der Industrie erwuchsen und Schornsteine, die wie Pilze aus dem Boden sprießen. Die Welt außerhalb Europas spürte ebenfalls die Folgen dieser Veränderungen. So startet der Wettlauf um die Ressourcen Afrikas, bei dem jede Großmacht ein möglichst großes Stück vom Kuchen abhaben möchte. Auch in Nord- und Südamerika weht der Wind des Wandels. Die Vereinigten Staaten sind 60 Jahre nach ihrer Unabhängigkeit zur führenden Nation der neuen Welt aufgestiegen und treiben ihre Grenzen immer weiter gen Westen. In Südamerika hatte Simon Bolivar viele Länder zum Missfallen der Spanier von der Kolonialherrschaft befreit. Die Welt ist erneut ein Pulverfass und jede aufstrebende Nation ist eine weitere, glimmende Zündschnur in ihr. Es ist an der Zeit, Geschichte zu schreiben. Willkommen zu Game of Nations. Hört, hört! Bravo! Hört, hört! Applaudiert! Stark, stark! Applaudiert, Dienerschaft! Los! Ich hab nichts zugehört. Die Kutscher sollen jetzt applaudieren. Die Dienerschaft? Das Primus ist jetzt eigentlich wieder drin. Ja, Primus ist drin. Alles fahren, ja. Perfekt. Das heißt, jetzt erst mal 5 Minuten Speed 1. Ihr könnt euch ganz schön mal auch auf die Channel verteilen, Norden und Süden. Und dann viel Spaß euch rein. Dann müssen wir selber. Dankeschön. Das können natürlich auch die erste Bewährungsprobe machen, wenn ihr... Zieh mich an der Kutschel lang! Oh nein! Da hab ich einer zu weit gezogen direkt. Tschüss! Ranger ist raus. Ich will mal sagen, da wir jetzt sehr, sehr lange hier in dem Dings drin saßen, macht es vielleicht, in die Lobby neu zu hosten. Ich glaube, das ist keine so gute... Das ist kein guter Start für... Ich war nur ein Crashing-Dummy, alles gut. Also Paradox-Spiele, wenn die einmal den Wurm drin haben, dann wird es schwierig. Also starten wir neu, also das Spiel verlassen, ja? Ich würde eine neue Lobby aufmachen, das wäre sinnvoll. Du musst alleine spielen in dem, was gerade offen ist. Na gut, dann gewinn ich. Wetten nicht! Und, äh, ein Wurf, vielleicht noch einmal das Spiel neu starten. Ja, wir... Machen bestimmt nicht Schaden, ja. Ich muss zugeben, die Lobby war länger auf, als in jeder Runde, die ich mitgespielt habe. Dafür geht's jetzt umso schneller bestimmt. Aber sagen wir mal, wäre das jetzt nicht passiert, dann wäre unser Timing relativ perfekt gewesen. Alles perfekt, 18 Uhr, zack! Ja? Ich kann ja, aber seien wir mal ehrlich, also seien wir mal ehrlich, ich hab ja auch schon über das TK3-Armeter-Weg mal viel Erfahrung, ähm, wir haben das noch nie geschafft, dass eine Lobby mal nicht gleich crasht. Ja, ja, richtig. Also wir hatten, das letzte Rank-Spiel hatten wir keine Sync-Probleme in Crusader Kings. Das war das erste Mal, dass ein Paradox-Spiel komplett über sechs Stunden lang keine Sync-Probleme hatte. Gibt's davon Videobeweise? Ja, davon gibt's auch Videobeweise, kannst du dir sechs Stunden gönnen. Da feinst du da halt nicht. Wir sind doch bestimmt zusammengeschnitten, einfach nur clever zusammengeschnitten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ich glaube, bei dem Rank-Spiel in Victoria 3 hatten wir auch keine Abstürze, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, es sind natürlich auch ein paar Leute weniger. Ja, genau, das ist natürlich auch immer... Ja, das Ganze wird nachher auch auf YouTube landen, also hallo YouTube. Schreibt gerne einen netten Kommentar, wie es euch gefallen hat, dieses tolle... Also ich hatte Abstürze im Kopf auf jeden Fall beim Release-Stream. Ja, ich auch. Vor allem meine Wirtschaft ist abgestürzt. Wir werden nachher auch sehen, wer mit mir im Discord redet. Es wird gleich aufgeteilt auf Nord- und Südländer. Achso, man konnte mich gar nicht hören. Und das werdet ihr dann gleich sehen. Ist einfach so, ne? Natürlich. Es wird bis 0 Uhr heute gehen und morgen ab 17.30 Uhr wieder weitergehen. Bis morgen 0 Uhr. Also zwei Tage lang feinste Unterhaltung. Und da ist auch schon ID unter Gon-Infos wieder. Ich kann das nicht markieren. Warum kann ich das nicht markieren? In einem anderen Discord kurz irgendwas kopieren, dann wieder hier reingehen. Dann sollte dieser Bug behoben sein. Klassischer Discord-Fehler. Was ist das denn für ein Megafehler? Ja, scheint Discord immer noch nicht wohlbehoben zu haben. Also sowohl Paradox als auch Discord können noch ein bisschen was lernen. Ja. Also Microsoft auch. Jedes Mal, wenn da ein Update kommt. Alle können sowas lernen. Aber das Passwort kann ich mir gut merken. Preußen gewinnt. Okay. Das ist klar. Das ist rigged. Das ist rigged. Rigged rolled. Ah, sehr gut. Es wird eine sehr illustre Runde. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, wie es die nächsten Stunden so vorangehen wird. Wir werden jetzt sofort wieder steuern. Ich bin gespannt, welche Dynamik das sich jetzt so entfalten wird. Im Laufe des und des heutigen Wochen abends. Ist das nicht eine russische Uniform? Nein. Nein. Das kann ich verneinen. Es ist... Es ist, äh... Ganz nachempfunden... Äh... Napoleons. Also. Bonjour, YouTube. Und dankeschön nochmal Cookie für die 20 Euro. Und diesen grandiosen Witz. Wie nennt man den schnellsten Zug? Französischer Rückzug. Ja. Das werden wir heute mal sehen. Ob das denn so sein wird. Ich als eine der stärksten militärischen Mächte werde hier durchgreifen. Die kleinen Tücken. Aber das wird sicherlich, äh, ein Preußen nicht aufhalten. Ha, natürlich nicht. Natürlich nicht. Der Chat hat auch schon fleißig Flachwitze gepostet, die ich heute den ganzen Tag zum Besten... Nein, bis nach Neipzig wird Napoleon diesmal nicht vordringen. Preußen ist mir leidlich egal. Ihr seht meine Ziele gleich wieder. Also, jetzt, wenn ihr mögt, die stehen unter mir und mein großes Ziel. Was will ich mit Leipzig, mit diesen kleinen Ländereien dort, wenn ich einen ganzen Kontinent für mich haben kann. Voller Schätze, Gold und allem Opium, den ich brauche, um high zu werden. Ja. So nämlich. Steile These auf. Im Jahr, wann starten wir 1836? Gab's wahrscheinlich im Preußen ein besseres Internet als heute in Deutschland. Uff. Ist auch nicht schwer. Ist auch nicht schwer. Durchaus. Also meinst du auf dem Land oder meinst du generell? Generell. Also meine geheimen Ziele sind heute... Oh, warte mal, es geht drück los. Gerade mit Brieftauben war damals, glaube ich, nicht ganz so hoch. Genau, wir schauen mal, ob es jetzt rein technisch funktioniert mit Speed 1. Die ganze Scheiße würde keiner wegräumen. Warten vielleicht mal noch ganz kurz zwei, drei Tage. So eine Woche warten am besten. Oder eine Woche vielleicht, genau. Solange wir warten, dass ich 8 Parteien habe, Leute. Das sieht doch gut aus jetzt. So. Aber wenn wir noch länger warten, bin ich pleite. Irgendeine Verpflichtung kann ich jedem helfen. Du darfst dich gerne in den USA melden. Ich glaube, jetzt ist es stabil und wir können... Sieht gut aus, ne? Also Portugal und England verbindet eine lange Freude. Also dürfen wir loslegen. Auf jeden Fall. Dann können wir die Kutscher ja verteilen, oder? Genau, Kutscher können uns verteilen und dann kann, denke ich, losgelegt werden. Viel Spaß zusammen. Viel Spaß euch. Dankeschön. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. So, ich würde sagen, wir fangen an zu bauen. Ja, wir fangen erstmal ein wenig an zu bauen, meine Freunde. Wir sind jetzt hier gleich im Norden, im Sprachkanal des Nordens und werden dort mit unseren anderen Kumpanen, Großbritannien, Preußen, Österreich, Schweden, Belgien, zusammen sein. Die Spanier, die haben etwas anderes vor. Mit den Italienern werden sie zusammen abhängen. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir denn hier... Ah, wir sind natürlich industriell angehaucht. Also ich als König, Sebastian de Lenz und ich scheine wohl die Intellektuellen etwas zu unterdrücken, aber das sehe ich überhaupt nicht. Ich finde sehr wohlgefallen an den Intellektuellen und möchte... Oh, oh, warte mal, jetzt habe ich, jetzt habe ich was im Gesicht und es ist nicht mein Bart. So, meine Freunde. Ich hatte vorher nicht geahnt, dass es so viele Leute sind, die sich um mich tummeln, darauf warten, an meinem Rockzipfer sich zu laben. Ich bin auch dafür, aber vielleicht erst bald etwas für die Armen zu tun. Das könnt ihr auf meine Agenda setzen. Liebes Volk, ich möchte hier ein bisschen was verändern und den Leuten, die nicht so viel haben, etwas bieten. Ich möchte auch expandieren nach Japan. Japan ist ein tolles Land. Das möchte ich doch ein bisschen forcieren. Wir haben Kolonien hier in Senegal. Dort werden wir diese Kolonien stoppen. Oh, ich habe direkt eine Frage. Wenn ich eine Kolonie habe, die aber nicht weiter wächst, weil kein Interesse dort bekundet ist, muss ich sie nicht aufgeben, um an meine drei zu kommen, oder? Ich glaube, du darfst nur drei gleichzeitig entwickeln, aber so viele Kolonien haben, wie du willst. So habe ich es auch verstanden. Genau, du darfst so viele haben, wie du möchtest. Aber nur drei dürfen sich entwickeln. Genau, nur drei dürfen sich gleichzeitig entwickeln. Okay, das dürfte ja dann stoppen, wenn da kein Interesse dran liegt. Okay, supi, danke schön. Jo, kein Thema. Ja, denn mein Interesse gilt hier zum einen den Japanern. Wieso habe ich Japan nicht? Was habe ich da angeklickt? Den Japanern, dann natürlich hier Ostafrika und dem Niger. Ja, denn da sehe ich mich in der Zukunft. Also ich möchte zum einen dort Fuß fassen, zum anderen hier. Denn Japan, kennt ihr diese Animes? Die erfreuen mich des Abends im Bette. Also das glaubt ihr gar nicht. Haha. Ja. Also da werden wir auf jeden Fall Fuß fassen. Anemies! Ja! Also. Höhöhöh. Hm. Mein Interesse ist aber bekundet, doch. Okay, es dauert kurz immer, bis dort etwas passiert. Mein Bausektor wird langsam aufgebaut. Wir werden im Diplomatiespiel natürlich versuchen, mit unseren Nachbarn Österreich gut auszukommen. In Großbritannien soll auch ein Verbündeter werden. Und natürlich, ich glaube, bei der Sizilien, ja, weiß ich nicht. Wir haben ja noch Punkte. Regen hat aufgehört, die Beziehung zu verbessern. Was ist denn da los? Ähm, mit den USA stelle ich mich gut, denn die mag ich. Und auch Schweden ist ein tolles Land. Ein tolles Land. So, jetzt möchte ich aber vielleicht endlich mal eine blöde Kolonie. Wie lange dauert das mit diesem blöden Interesse? Guck mal, die, die Russen haben schon, haben schon eine Kolonie. So, und ich möchte noch nach Igbo. So, drei Kolonien haben wir gestartet. Zwei in Afrika und eine in Japan. Ähm, wir müssen natürlich dann gucken, dass wir diese, äh, Gebäude, Gebiete für uns zugänglich machen, indem wir dort einen Hafen bauen. Aber zunächst müssen erstmal unsere Bauvorhaben etwas voranschreiten. Denn das ist alles, alles etwas, naja. Oh, und guckt mal, Großbritannien siedelt sich neben uns direkt an. Ja, das ist ja ein, das ist ja nicht so toll. Ähm, so, auf unserem Markt können wir ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal so, etwas verbessern. Denn wir haben, äh, hier unsere Kühe. Die können ganz schön viel Puh-Puh machen. Und die kacken den ganzen Tag, einfach nur, weil sie es können. Und wir werden diese Kacke nehmen und in die Erde stecken. Ah, ja. Ganz genau so werden wir das machen. Ein bisschen Puh-Puh in die Erde. Mega. Denn, äh, am Hungertuch nagen wir noch nicht, aber es geht besser. Ja, und nachdem wir hier unsere Sachen gebaut haben, können wir etwas weiter voranschreiten und unsere Eisenminen etwas upgraden und voranbringen, damit wir hier im Fortschritt vorankommen. Ach, du Schande, jetzt geht aber los. Ja, wir müssen irgendwas unternehmen. Ach, ineffiziente Landwirtschaft. Das ist alles nicht so optimal. Mal, alle finden mich doof. Alle wollen was von mir. Ich bin nicht begeistert. Aber hey, was soll's. Wir werden hier mal weiter voranschreiten und in Rhone weitere Bauvorhaben starten. Wir werden in Orléans ein bisschen und in Piccardi weiterbauen. Deshalb versuchen wir hier mal ein bisschen Rohstoffe noch an den Mann zu bekommen. Aus Amerika, da sehe ich mich. Da kommt viel Eisen in meine Tasche. Aber dieses Dynamit. Wir brauchen Dynamit. Wir brauchen etwas, das bumst. Und das bekommen wir hier. Hier in der Britannia. Ganz, 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 ganz im Westen liegt die Britannia. Und dort werden wir unsere ersten Bumsfabriken aufbauen. Die uns den nötigen Zündstoff für weitere Arbeiten liefern. Und wir werden auch hier später mal an der Universität etwas weiter voranschreiten. Ach komm, die Denker, die Philosophen müssen doch jetzt schon gefördert werden, wer das verkennt. Also, der weiß ich auch nicht. Der gehört auch weggesperrt. So, wir haben jetzt schon die ein oder anderen Sachen gestartet. Beeinflussungsversuch gegen Spanien. Sollen wir uns dazugesellen? Kuba möchte uns auf seiner Seite gegen 100 Spanier, er möchte Kuba annektieren. Ei, ei, dieser Steinwallen. Ähm, das, also, oh, Universitätsdurchsatz, oh, oh. Kuba lenkt ein, Kuba hat leider direkt den Schwanz eingezogen, weil ich nicht direkt zur Hilfe gesprungen bin. Das ist natürlich bitter, aber, ach, so ist es halt. So ist es halt. Wir haben hier fünf Produktionen gleichzeitig laufen beim Bau. Das freut mich, aber nicht mein Portemonnaie. Aktuell machen wir ein bisschen miese, aber das können wir noch umlenken. Wir können, äh, die doch deutlich besseren Dienstleistungen und, hey, Schnaps. Also, wer Schnaps besteuert in Frankreich ist selber schuld. Das geht gar nicht. Also, entweder Munitionsverbot, oh, gezogene Rohre, ja, gezogene Rohre. Die kenne ich gut. Eine Ankündigung des Königs von beider Sizilien. Er fragt an, ob ein Diplomat aus Frankreich bereit wäre für Gespräche mit dem König aus beider Sizilien. Äh, natürlich ist Sebastian de Lenz bereit, ähm, nach Sizilien oder in, im Louvre, äh, sich zu treffen. Das, das wäre jetzt vielleicht noch relevant. Nun, äh, soweit ich weiß, äh, nach Sizilien. Ja, die haben auch guten Wein. Ja, ich komm mal rüber. Ist ja nicht so weit. Ich werde sie dann in einen Raum geleiten. Vielen Dank. Nun denn, äh, beide Hochwohlgeborenen sind anwesend. Hallo, äh, König von Sizilien. Was wünscht ihr vom König von Frankreich? Es freut mich erst einmal sehr, dass sie mich hier empfangen, im wunderschönen Frankreich. Es ist, äh, wie immer ein Vergnügen, hier zu sein. Äh, Ferdinando di Bourbon de la Dua Sizilie, ähm, möchte gerne mit euch sprechen über die Zukunft. Die Zukunft von Frankreich und die Zukunft auch von, äh, Italien. Äh, als Herrscher der stärksten Nationen in Italien ist es mir ein Anliegen und gar eine Lebensaufgabe, die so verbreuten und zerrittenen italienischen Nationen zu einen. Und, ähm, Stabilität in den Mittelmeerraum zu bekommen. Es gibt natürlich, äh, das Kaiserreich Österreich, welches seinen Griff Dark in Italien hat. Und so sehen wir Frankreich als eine Möglichkeit, in Zukunft, äh, zusammenzuarbeiten und gemeinsame Ziele zu verfolgen. Also eure Ziele sind, das Großreich Italien wieder zu vereinen und, ja, die kleineren Abspaltungen, äh, in euer System zu bringen. Und Österreich soll euch da in die Quere kommen? Wie kommt ihr auf diesen sehr, äh, verruchten Gedanken? Nun, die Österreicher halten ja schon längst Land, äh, wo Italiener leben. Sowohl die Lombardei als auch Venezien ist bevölkert von so gut wie nur Italienern, die sich auch als solche sehen. Ähm, und noch dazu haben die Österreicher auch schon Zugriffe auf kleinere Stadtstaaten wie Parma, Modena und Luca, die im österreichischen Markt sind. Ich bin mir sicher, dass die Österreicher nicht gänzlich offen sind, was eine Einigung Italiens angeht. Aber für Frankreich könnte das so einige Vorteile in Zukunft mit sich bringen. Ähm, unter anderem einen starken Bündnispartner, der, äh, die Interessen Frankreichs unterstützen wird in Zukunft. Und, ähm, eine Armee aufbauen kann, um an der Seite Frankreichs zu kämpfen für dessen Ambitionen. Und, ähm, ja, wir, wenn wir Italien einigen, wollen natürlich langfristig auch alle italienischen Gebiete vereinigen. Und das, äh, spricht auch für die aktuell von Österreich gehaltenen Gebiete. Aha, das heißt, ihr gebt mir die Wahl, mich auf die Seite Österreichs zu stellen. Und, ähm, naja, mit der anderen Großmacht, neben der anderen Großmacht zu stehen oder mit eurer Hilfe etwas höher zu stehen als die Österreicher. Verstehe ich das richtig? Ja, ich würde das auch noch ein wenig ergänzen, ähm, die allgemeine Rivalität zwischen Frankreich und Österreich in der Geschichte ist ja durchaus bekannt. Ähm, mir ist bewusst, dass die beiden Nationen nicht die besten Freunde sind, ganz im Gegenteil. Und, um dieses Arrangement der zukünftigen Zusammenarbeit noch ein bisschen zu versüßen, ähm, gibt es eine wahrscheinlich ungeklärte Frage zwischen unserer beiden Nationen, ähm, die eventuell diplomatisch gelöst werden könnte. So wie wir die Lombardai und Venezien als klar italienische Gebiete ansehen, aufgrund der Mehrheit der Bevölkerung, gibt es in Savoyer eine, nun, ein Gebiet, welches zum Großteil auch französische Untertanen hat. Das ist durchaus korrekt. Und, äh, mich ereilen immer wieder Briefe aus dem Ausland, aus diesem Savoy, wo die Bevölkerung es dazu lächzt, äh, sich uns anzuschließen und nicht weiter dort unter, äh, auf der falschen Seite des Berges kontrolliert zu werden. Das ist durchaus nachvollziehbar. Auch ich erhalte regelmäßig solche Briefe von all den italienischen Männern und Frauen, die verteilt sind und, äh, teilweise von anderen Staaten unterdrückt werden. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, deswegen mein Vorschlag, ähm, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und Frankreich uns hilft, die rechtmäßigen Gebiete Italiens zu vereinen, dann wären wir bereit, nachdem dann ja auch Savoy erstmal Teil dieses Königreich Italiens werden würde, es an, äh, Frankreich, äh, abzugeben, zu überlassen, ohne, dass es euch in der Welt Verrufenheit bringt, ohne, dass es nochmal etwas kostet, sozusagen. Okay, okay, okay. Das verstehe ich. Und das klingt durchaus attraktiv, solange beide Seiten sich ihrer Rolle bewusst sind. Und die des Stärkeren und die des Supporters. Das ist absolut, äh, bewusst. Vor allem in der jetzigen Position stehen wir natürlich noch deutlich hinter Frankreich. Wir hoffen eines Tages als ein Königreich Italien, ähm, an der Seite Frankreichs zu sehen, zu stehen und vielleicht auch das Wort Freund, ähm, für beide Seiten als eine akzeptable, äh, Bezeichnung unserer Zusammenarbeit zu sehen. Das wird sich dann aber sicherlich in der Zukunft zeigen mit all dem, was wir dann hoffentlich zusammen, ähm, durchstehen werden, wertes Frankreich. Aber für mich, für Italien, wenn wir diesen Pakt so eingehen, wird Frankreich die erste Nation in der Welt sein. Und sie haben richtig gehört, die erste Nation. Nicht eine andere Nation, die sich aktuell als diese bezeichnet. Das schmeichelt meinen Ohren und hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Denn, ich muss halt sagen, dieses Österreich ist ein netter Fleck. Und auch, deren Ländereien sind sehr schön. Ich war dort einst, aber, naja, es soll eigentlich auch niemand stärkeren in Europa geben als Frankreich. Und da sehe ich ein starkes Italien an der Seite von Frankreich doch sehr, sehr passend. Also, da könnte ich mich, da erfährte ich mich drauf einlassen. Das freut uns sehr zu hören. Ich sehe das nämlich ganz genauso, äh, wie Sie, Eure Majestät. Es sollte kein so starkes Ungleichgewicht geben, dass zum Beispiel ein Österreich immer mächtiger wird. Es hat ja jetzt schon eine sehr große Armee und, äh, dem muss gegengesteuert werden. Es freut uns. Wir können also, wenn es euch beliebt, Eure Majestät, gerne eine Art Pakt der gemeinsamen Zusammenarbeit, äh, schließen. Der jetzt in Zukunft, äh, ja, sozusagen uns gegenseitig dann dazu bringt, wenn es zu Diplomatie-Spielen kommt. Wenn es zu Schwierigkeiten kommt, wo die eine Nation der anderen helfen könnte, dass man denen dann beisteht. Auch wenn wir noch offiziell kein Bündnis oder Ähnliches haben. Sozusagen ein Pakt der Zusammenarbeit. Das klingt sehr gut. Ich habe auch schon veranlasst, dass unsere Beziehungen untereinander besser werden und unsere Aristokraten alle miteinander anstoßen mit einem kleinen Weinchen, den ich hier auch vorbereitet habe. Also hoch die Tassen und auf eine gute Partnerschaft. Auf eine gute Partnerschaft und auf Eure Gesundheit, Eure Majestät. Lebt ihr lange und vor allem mit viel Zwiebelsuppé. Wohl bekommst. Ah, ein köstlicher Jahrgang, wie ich finde. Oh, dieser Weißwein, der ballert so hart, wie das Dynamit in meinen Fabriken. Oh, Dynamit, das hätten wir auch gerne. Wir versuchen noch ein wenig aufzuholen, was diese Themen angeht. Die nationalen Bewegungen sind gerade ein wenig wichtiger aus unserer Sicht. Das kann ich sehr gut verstehen, falls Sie dort Handelsanfragen haben. Meine Handelshäuser sind sehr freudig. Falls dort ein italienischer Händler vorbeikommt, dürfen Sie sich gerne an unserem Repertoire begnügen und sich bedienen, damit Ihr aufstrebendes Reich auch weiterhin wächst. Das freut uns sehr zu hören, das freut uns sehr zu hören. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir dies soweit geklärt. Achso, vielleicht noch eine Sache, die mir einfällt. In den Bestrebungen, Italien zu vereinen, ist mir langfristig dieses Thema der Vereinigung doch recht wichtig. Und ich plane hier eine Konferenz langfristig der Herrscher Europas und der Welt einzuberaumen. Noch nicht jetzt sofort, aber in mittelfristiger Zukunft. Ich werde dort eine Art Vereinigungspakt vorschlagen, der vor allem dazu gedacht ist, dass nicht eine Nation völlig zur dominierenden Rolle in Europa wird und Nationen okkupiert, weil sie zerteilt und zerstritten sind, sondern dass es mehr Stabilität durch die Vereinigung von Ländern gibt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Frankreich diesen Vorschlag unterstützt, sollte es soweit kommen bei dieser Konferenz. Natürlich, das versteht sich von selbst und sonst ist auch jederzeit mein Gehör jeweils für sie offen und etwas verschlossener für die österreichischen Münder. Aber vorzüglich, vorzüglich, das freut mich zu hören. Dann haben wir eine erfolgreiche Übereinkunft gehabt und werden sicherlich im Kontakt über unsere diplomatischen Dienste bleiben, wenn es irgendetwas gibt, wo wir uns austauschen sollten, wertgeschätzte Majestät. Vielen Dank für die sehr illustre Unterhaltung und nochmal Prost. Prost und leben Sie wohl. Lebe wohl. Ich brüchte noch eine kleine Mitteilung, ob ich den Vertrag der Presse übergeben soll oder nicht. Nein, ich würde sagen, dass diese Vertragsparameter geheim unter Frankreich und beider Sizilien gehalten werden sollen und für uns, falls wir diese Übereinkunft noch einmal nachlesen möchten, dann zur Verfügung gestellt werden. Ich denke auch, das sollte genügen. Nun gut, dann werde ich direkt den Vertrag auflegen lassen und Ihnen beide jeweils eine Kopie und das Original zukommen lassen zur Unterschreibung. Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Bringen Sie uns gerne zurück in den Norden und den Süden unserer Länder. Natürlich. Ja, meine Lieben, das war eine sehr interessante Unterhaltung mit meinem Nachbarn. Das hat mich jetzt ein wenig zurückgeworfen, was meine Pläne angeht, meine Reichweite aufzubauen. Aber dieses Savoy hier vorne, das ist mein Bestreben, mein innerstes Bestreben, hier die Ländereien der kulturell leider abgestoßenen. Ich weiß nicht, warum die jetzt hier zu Piemont gehören, aber das kann ich nicht länger dulden. Denn diese armen Franzosen, die hier zu 61 Prozent bestehen, sollen doch sich auch uns anschließen können. Das war wirklich wichtig. Und Italien könnte wirklich ein guter Partner werden, dadurch, dass sie ihre Rolle doch sehr gut verstehen. Also sie schätzen und schmeicheln mir und meinem Land. Und das kann ich nur für gut befinden, denn die Österreicher scheinen doch sehr eingebildete Schnösel zu sein, nachdem sie auch unsere Beziehung nicht weiter verbessern und hier einfach so vor sich hin wuchern in Europa. Und eigentlich möchte ich das Ganze ja machen. Also sehe ich mich doch hier eher als Großmacht, dass ich dort vielleicht ein bisschen Hilfe von einem Freund bekomme. Und auch Spanien weiß ich noch nicht so genau, in welche Richtung sich Spanien entwickelt. Aber einen guten Partner hier in Europa zu haben, der seinen Platz kennt hinter Frankreich, der ist auf jeden Fall ein guter Partner. Deshalb werden wir dort unsere Beziehung verbessern und unsere Bauvorhaben hier im Minenbereich etwas ausbessern. Denn wir brauchen Eisen, wir brauchen so viel davon, wir brauchen Werkzeug. So, elendiges Fußvolk, der König von Preußen spricht zu Ihnen und das ist ja wohl Ehre genug. Ich würde gerne einmal mit dem König von Österreich korrespondieren. Aufs Heftigste korrespondieren. Oha! Oha! Ich werde beim König von Österreich nachfragen. Bringen Sie mir ein Kuchen mit, bitte. Oha! Kannst du mir eine mitbringen? Kuchen. Kuchen. Wenn Sie mir hinterher eine Kuh mitbringen, dann werde ich Sie auf dieser Loss schicken. Gut, dann habe ich wenigstens ein Gefährt. Dann bringe ich Ihnen einen Kuchen mit und mir eine Kuh. Und der hier den österreichischen König, wenn Sie gerade schon dabei sind. Darf der auch auf meiner Kuh reiten? Wenn, äh, darf von mir aus auch auf dem Kuchen reiten, wenn dadurch die Gespräche besser werden. Hm, ich werde Ihnen fragen. Geben Sie mir einen Moment. Großartig. Großartig. Es ist so schwierig, fähiges Personal zu finden. Großartig. Wir werden unseren eigenen Markt etwas schützen gegen... Warte mal, da, da müssen wir noch... ...gegen die Finger, die gierigen Finger des Auslands und die Exportzölle etwas erhöhen. So, dass, ähm, Leute im Ausland es schwieriger haben, an unsere wichtigen Rohstoffe für unser Land zu kommen. Deshalb, äh, versuchen wir das ein bisschen zu forcieren. Wir sind aktuell ganz gut unterwegs. Wir haben noch Bürokratie offen. Die armen Gesetze können wir hoffentlich ein bisschen voranbringen. Denn das würde mich freuen. Ein bisschen mehr Akzeptanz bei den etwas ärmeren Leuten. Bei denen, die etwas Pech haben, äh, zu bekommen. Und wir haben Hokkaido abgeschlossen zu kolonialisieren. Hier ist, äh, sachlanisch. Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt hier? Russisch! Die Russen sind eingefallen. In Hokkaido. Das gibt es nicht. Sie besetzen hier mein Land. Ich könnte kotzen. Das ist eine Frechheit. Das ist mein Land. Und die Russen haben sich hier reingezeckt. Okay. Dann scheint unser unsere Kolonialisierung in Japan abgeschlossen zu sein. Und wir können eine dritte Kolonie gründen. nämlich in Sarawi. Das finde ich doch ganz nett hier. So. Das, das gefällt mir gar nicht. Aber wir sind Platz Nummer 2 in der Weltrangliste. Ganz knapp hinter Großbritannien. Und das wird sich hoffentlich im Laufe des Abends natürlich, äh, ändern. ich werde mir das im Hinterkopf behalten, dass die Russen mir dort ein Schnippchen geschlagen haben. Aber das, äh, naja, das wird schon. Das wird schon. Wir können mal gucken, was in unserem Markt so los ist. Es ist alles verdammt teuer. Und wir müssen einfach, wir müssen durchhalten. Wir müssen durchhalten. die anderen, oh, doch, die Schweden könnten vielleicht. Ich würde gerne mit den Schweden etwas... Die russische Vertretung würde gerne mal mit der schwedischen Vertretung sprechen. Verdammt! Aber selbstverständlich sehr gerne. Ich würde auch gerne mit Schweden sprechen. Dann werde ich ein Separee vorbereiten. Aber diese Russen! Ah, diese Russen! wir werden später mit Schweden wohl reden. Eigentlich war das angedacht für mich jetzt, aber was soll's. Wir werden weiter unsere Felder bedüngen. Ah, okay, alles klar. Könnt ihr ihn danach direkt zu mir schicken? Das wäre super. Ich würde auch gerne mit Schweden sprechen wollen, anscheinend nach Großbritannien. Vielleicht können wir auch gemeinsam... Also, Frankreich, ich denke, es könnte sein, dass wir dasselbe Anliegen verfolgen. Das weiß ich nicht, aber das ist jetzt erst mal nur ein erstes Händelschütteln. Also, ich glaube, das ist erst mal nicht so ein großer... Beunreicht euch nicht die militärischen Auseinandersetzungen Südostasien, seitens Schweden. Äh, Südostasiens seitens Schweden? Nee. Das ist ja wohl da, 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 da. Also, Vietnam und jetzt Siam. Wohin führt das denn, wenn der Schwede sich... Er hat Krieg erklärt? In diesen Regionen, da stecke ich doch gar nicht drin. Aber trotzdem ist das eine interessante Entwicklung, da gebe ich Ihnen recht. Das ist aber alles andere als, äh, erwartet. Ähm, ja, ich verstehe, ich verstehe Ihre, äh, Beunruhigung. Das darf natürlich nicht, äh, ungeahnt bleiben. Was ist denn eure, äh, Intention dort, äh, dem ganzen Einhalt zu gebieten? Ja, das kann ich sehr gut verstehen, denn, äh, eine grobe Verbreitung ist ja, äh, in diesen Ländern schon verrufen. Mhm. Und dieses berüchtigte Schweden scheint wohl sehr aggressiv vorzugehen. Äh, Großbritannien kann jetzt eigentlich rüber dann. Sehr gut. An den Anführer von Großbritannien. Schweden hätte jetzt Zeit für Sie. Mhm. Was? Äh, ich, dann schick mich gerne nach Stockholm. So sei es. Also, das ist, äh, eine Entwicklung, die ich nicht habe kommen sehen. Aber, genauso habe ich nicht kommen sehen, dass mein Volk mich nicht mehr im Ganzen akzeptiert. Dass meine Legitimität lediglich noch bei 31% liegt und ich eine intellektuelle Partei hinzuziehen muss, um überhaupt noch legitimiert zu werden. Der König von beider Sizilien fragt erneut, ob der französische König halt schon eine Unterredung hätte. Ähm, ja, der französische König hätte Zeit, äh, ja, doch, dann sollen die Schweden halt noch ein bisschen warten. Ich, äh, komme gerne nach Italien. Nun gut, ich werde sie dann in den Raum fügen. Vielen Dank. Beide Herrscher sind angekommen. Ah, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Hallo, dass wir uns so schnell wiedersehen, das hat sich ja, König Louis-Philippe für diese schnelle Wiederzusammenkunft, aber es gibt eine Thematik, die ich gerne mit Ihnen abklären wollte, und zwar geht es so ein wenig um das Thema der Kolonien. Ja, da habe ich ein offenes Ohr, denn mir ist gerade auch etwas zu Ohren gekommen, was ich für sehr interessant halte. Äh, für wahr, also, ähm, einerseits ist es so, dass wir gerne die ein oder andere Expedition starten würden, wie es einst schon Portugal gemacht hat, wie es natürlich auch sie tun, ähm, deswegen haben wir überlegt, in welche Länder rein wir gehen, ähm, wir hatten kurz überlegt, ob wir uns im Westen Afrikas mit einer Nation namens Dahomey, sagen wir einmal, ja, näher beschäftigen, ähm, aber dann kam uns zu Ohren, dass die Briten scheinbar überall, äh, ihren, ihre Augen drauf haben, das haben wir jetzt bei Spanien mitbekommen, dass sie sich in jeden Krieg einmischen, äh, der irgendwo auf der Welt geschieht, und wenn man sie nicht vorher gefragt hat, das beunruhigt uns ein wenig, da wir natürlich nicht mit der Flottenmacht der Briten mithalten können. Das verstehe ich sehr, ähm, wo genau wollten sie sich, äh, niederlassen? Wir hatten überlegt, äh, westlich von Zokoto, dem großen Zokoto-Gebiet, äh, das Gebiet Dahomey, äh, anzugreifen, aber, es könnte durchaus sein, dass die Briten das überhaupt nicht gut fänden, alternativ wollten wir sowieso langfristig in den Osten Afrikas, wir haben gesehen, dass, das wertgeschätzte Frankreich dort auch schon eine Kolonie begonnen hat zu etablieren, äh, wir sind gerade noch, wir sind gerade noch dabei, ja. dort wäre durchaus Platz für dieses italienische Großreich, ähm, denn wir haben nicht viel Platz an der Küste und je weniger Platz für andere Länder da ist, die wir nicht dort haben wollen, ist es natürlich umso schöner, dort Länder zu sehen, die wir in unserer Nähe wissen. Oh, ausgezeichnet. Wir versuchen gerade noch in diesen rückständigen, äh, Beratungskammern, die wir in unserem Lande haben, äh, ein wenig mehr Enthusiasmus für die Kolonialisierung durchzubekommen. Ich bin zuversichtlich, dass das sehr bald der Fall ist, sodass wir dann auch Kolonien, Kolonisten entsenden können. Wir haben aber überlegt, ob wir eventuell diese kleine Nation namens Giledi, ähm, nun, etwas aggressiv, äh, attackieren, um dort, äh, deren Besitzungen zu erlangen. Würde da die französische Unterstützung dem gegenüber beistehen? Also, dass sie nicht, äh, über Kolonialisierung äh, voranschreiten, sondern über, äh, direkte Gebietseroberung und Unterwerfung, richtig? Zum Start jetzt erst einmal, äh, fürwahr, bevor wir dann richtig loslegen können. Mir wäre es natürlich deutlich lieber, ihr würdet, äh, euch neben uns direkt ansiedeln mit einer Kolonie, ähm, ähm, aber ich könnte mir dort auch vorstellen, dass sie, äh, dort in Giledi Fuß fassen, ähm, ja, doch, warum, warum, warum nicht? Ausgezeichnete Neuigkeiten? Ähm, dann werden wir uns darum einmal kümmern und die dementsprechenden Interessen äußern. Es kann nur sein, dass sich die, ähm, Briten, so wie wir es jetzt von Spanien hörten, einmischen werden. Ähm, könnten wir in so einem Eskalationsnotfall auf die französische Flotte setzen, dass ihr uns, äh, unterstützen würdet? Ähm, das klingt doch gar nicht, also, warum nicht? Ich sag mal so, im schlimmsten Fall, ja, die Briten haben bisher noch nichts, äh, getan, um unsere Gunst zu gewinnen, außer, dass sie uns wieder den Platz an der Weltrangliste abgelaufen haben. Ähm, deshalb, warum nicht? Sehr gut, sehr gut. Im schlimmsten Falle wäre vermutlich sowieso nur die Konsequenz, dass wir Kriegsreparationen an Giledi zahlen müssten, aber wir würden es gerne einmal, ähm, ja, versuchen und, ähm, schauen, ob die Briten dies tatsächlich direkt bemerken und dagegen vorgehen und dann haben wir ja wenigstens die Unterstützung einer, äh, ja, großartigen Nation an unserer Seite. Dann schauen wir doch direkt mal, ob die Möglichkeit besteht, wir entwickeln gerade ein Interesse, ähm, dann sollte das in Kürze möglich sein. Mich beunruhigt nur ein bisschen, was ich hörte von diesen Briten, dass sie scheinbar überall, äh, gefragt werden möchten, wenn man in der Welt etwas tut. Das, äh, ist ja höchst verwerflich. Halten sie sich für die Großmacht und die, äh, Weltpolizei, obwohl sie nur ein Prestige mehr als das Großreich Frankreich haben. Das halte ich für, naja. Aber Finnland scheint gerade, äh, gegen Russland ein Diplomatiespiel gehabt zu haben und das scheint interessant für Russland ausgegangen zu sein. Sie scheint jetzt eine Marionette der Russen zu sein. Was waren sie denn vorher? War das ein Loser? War das ein Loser? Ja, aber ich glaube, Schweden hat versucht, sie zu befreien. Oh! Wenn ich das einwerfen könnte, die Finn waren davor unter der Personalion von dem Zahn. Und jetzt, äh, gänzlich unterworfen, oder wie sehe ich das? Ähm, genau. Sie haben einen Großteil ihrer Autonomie eingebüßt und müssten jetzt wahrscheinlich größere Geldmenge an das Zahnrechts zahlen. Ah! Das ist, äh, eine interessante Entwicklung. Ähm, wenn bei Ihnen die, äh, ganzen, äh, Kriegstreibereien in Gelidi, äh, durch sind, würde ich mich auch freuen, wenn wir in Algerien, ähm, Fuß fassen könnten. Das wäre mir ein, ähm, ein, ein, ein Wunsch. Ein Anliegen. Ein Anliegen. Das werden wir selbstverständlich unterstützen. Sehr schön. Dann werde ich mich fürs Erste wieder zurückziehen und, äh, die Vorbereitungen mit Gelidi-Daten, ähm, sollte es Probleme geben, werde ich jemanden vom Diplomatischen Dienst zu Ihnen schicken. Vielen lieben Dank und auf bald. Prost. Auf bald. Ähm, der werte Diplomatische Dienst bitte bringen Sie mich zurück in den Süden. Ähm, natürlich. Uninteressante Unterhaltungen hier. Ähm, ich muss sagen, es ist deutlich mehr RP als, ähm, ich dachte. Hennen wir es so. Wir haben hier eine große Problematik, dass ich überhaupt nicht hinterherkomme mit dem Managen meiner, äh, meiner Ländereien. Ich sag's so, wie es ist. Ähm, der König von beider Sizilien fragt an, ob die Engländer Zeit für eine Unterredung hätten. Ähm, ja, wir haben Zeit. Wir schicken gerne eine Delegation. Aber das freut mich sehr, lieber Chat, dass ihr da so, ähm, so stark, äh, mitfiebert und es abfeiert. Sehe ich zumindest hier im Chat. Also vielen, vielen lieben Dank dafür euren Support. Und, äh, spricht der König Oskar Bernadotte und, äh, ich würde gerne mit dem Vertreter von Preußen reden. Hat denn der Preuße gerade Zeit? Die Schweden. Der Preuße, der König selbst hat Zeit zum Sprechen, mein Teuerster. Ja, hervorragend. Äh, haben wir denn vielleicht, äh, einen Raum, in den wir gehen können? Habt ihr ein Stück Kuchen? Äh, Kuchen? Selbstverständlich. Nun denn, dann bringen sie uns hier, äh, Diplomaten, Vertreter, tragen sie uns in den nächsten Raum rein, dass unsere Beine sich nicht bewegen müssen. Bereitgestellt. Mega. Ähm, meine armen Gesetze sind leider sehr schleppend am voranschreiten, aber ich hoffe, dass das bald durch ist und wir hier ein wenig voranschreiten können. Welches Land bist du? Ich bin Frankreich. Dieses schöne Le Bleu Land. Und wir haben jetzt hier unsere armen Gesetze mit einem weiteren Zwischenfall. Oh, Interessengruppenzustimmung. Minus drei der Intellektuellen, aber dafür einen sehr starken Fortschritt. Eieieiei, die mögen uns sowieso, also von daher ist es alles halb so wild. Ah, also, es ist echt schwierig, muss ich doch ganz ehrlich sagen, hier den Überblick zu behalten. Ich habe, ähm, doch recht viel Victoria 3 Erfahrung, aber, ähm, das, in diesem Roleplay zu sein, ist dann doch etwas, äh, anstrengender, als ich dachte. Können vielleicht die einen oder anderen Häfen noch umskippen. Das sind nur so kleine Häfen. Nee, das lohnt sich noch nicht. Aber wir können auch Diplomatie ausgeben. Für bessere diplomatische Beziehungen mit Preußen, warum nicht? Und ein Handelsabkommen mit Schweden war eigentlich von mir angestrebt. Aber, mal gucken, ob sich das... Kenia wurde kolonialisiert von beide Sizilien. Warte mal, Kenia ist hier bei mir. Sie haben sich hier auch ein Stück Land geschnappt und, ähm, Alter, die, äh, Briten, die sind aber hier richtig am Abgehen. 40 Tage noch, bis sie sich vergrößern. Halleluja, ey. Und vielleicht kommen wir unserem Ziel, Algerien zu unterwerfen, ein Stück näher. Denn, äh, Algerien hat nicht viel und ich würde mich da schon sehen, einen ersten Teil von meinem geheimen Ziel zu erfüllen. Das wäre doch ganz fantastisch. Welches hat denn mehr BIP? Tunis, oh, Marokko hat am meisten. Marokko wäre wirklich nicht verkehrt zu haben. Warte mal, vielleicht gucken wir uns erstmal an, was Marokko mit sich bringt. 25 und das bringt 10. Vielleicht sollten wir uns erst Marokko schnappen, bevor wir uns Algerien holen. Beziehungsweise bei Großbritannien würde am liebsten ein Gespräch mit dem schwedischen Königshall ausführen. Wieso schmiedest du keine? Natürlich können wir uns zusammensetzen. habe ich schwedisch verstanden oder französisch? Ich habe vielleicht etwas falsch verstanden. Ich meinte schwedische natürlich fühle mich geehrt Frankreich, aber ich meine das schwedische Königshaus. Ich glaube, das schwedische Königshaus, mein Wetterherr, ist gerade noch beschäftigt. Dann, sobald sie Zeit haben, würde ich gerne eine Unterredung halten. Ich werde mich bemühen Schweden entgegenzutreten und ihre Anliegen nahe zu bringen. Ich würde mich erstmal konzentrieren auf den Ausbau unserer Ländereien. Achso, der führt gerade schon, das geht gerade schon, das lippt schon. Mega. Wir könnten vielleicht unser Bauvorhaben weiter ausbauen. Unserem Bausektor weiter ausbauen. Wir haben genügend Geld aktuell. Nimm Marokko ein. Warte mal. Ja, Marokko habe ich halt keinen direkten Zugriff, wenn ich die angreife. Mein ich habe gerade Zeit, dann veranlassen Sie dies. Gut. Mein werter Herr aus Großbritannien, sind Sie auch bereit für ein Gespräch? Bereit. Die Delegation steht bereit. Nach hinten. Nun gut, dann werde ich die Delegation auf einen neutralen Boden entsenden. Ich wurde abgeschlagen vom ersten Platz. Also, Schweden ist heiß begehrt, obwohl ich gar nicht verstehe, warum Schweden denn dort so, ich nenne es mal heiß wie Frittenfett ist. Das kann ich nicht nachvollziehen. Unser Eisen ist gut vorhanden. Der König von Preußen möchte einmal mit Österreich sprechen. Werte Regierung von Frankreich, es ist ein Gesprächswunsch aus Österreich vorhanden. Ich komme gerne in die österreichischen Paläste, da wollte ich schon länger mal wieder hin. Dann wird ein Besprechungszimmer vorbereitet. Dankeschön. Sehr gerne, ich bin stets bereit mit ihm zu sprechen. Ich glaube, es haben sich ein paar wirtschaftliche Dinge entwickelt, die er mit mir diskutieren möchte. Liebes Österreich, Sie befinden sich nun mit Frankreich wie gewünscht in einem Besprechungszimmer. Ich grüße den noblen König von Frankreich. Grüße Werther Österreichischer Kaiser. Wir sind hier um mit euch zu besprechen, wie es mit Europa weitergehen soll. Ihr seht ja vielleicht was in Deutschland so los ist. Und ich glaube, wir sind uns einig darüber oder ich hoffe, dass wir uns einig darüber sind, dass wir es Preußen nicht erlauben dürfen, Deutschland zu vereinigen. Es würde ein Machtblock entstehen, der alle Machtsituationen in Europa ins Wanken bringen würde. Ich bitte mein plötzliches Eindring zu entschuldigen. König von Österreich, Preußen drohten den Krieg, sollten sie nicht baldigst mit zu einer Unterredung zu haben sein. Ich spreche gerade mit Frankreich. Ich weiß auch, warum er mit Krieg droht. Die Deutschen haben sich teilweise meinem Markt angeschlossen. Und verehrter König von Frankreich, wie seht ihr die Sache mit Preußen? Also grundsätzlich bin ich ein Freund der kleinen Ländereien und schätze so Ländereien wie Hannover oder auch Sachsen und das Werte Bayern und bin kein Freund davon, dass sich dort eine weitere Großmacht bildet, aber es hat natürlich auch seinen gewissen Preis, dort in die Entwicklungen einzuschreiten, Falls dort direkter Krieg mit ihnen anfängt, dass wir dort reingerissen werden, würde natürlich die ein oder anderen französischen Männer dahin raffen und da sich gerade also bräuchten wir etwas zurück, was uns dort entschädigt. Nun, was wünscht ihr euch von Österreich? Was ich mir von Österreich wünschen würde, wäre ein wenig Orientierung in Richtung Norden und weniger in Richtung Süden, denn da habe ich kein Problem mit, wir interessieren uns nicht für Italien. Das ist schon mal sehr schön zu hören und meine italienischen Freunde, die die ähnliche Weinkultur wie die Franzosen schätzen, sind da doch sehr besorgt und würden sich freuen, wenn dort Österreich sich ein wenig nördlicher orientieren würde. Das können wir ohne Probleme einrichten, das kann ich euch versichern. Ich würde dann einfach vorschlagen, dass wir so verbleiben, wir müssen ja nicht direkt ein Bündnis oder der gleichen eingehen, aber würdet ihr in einem Diplomatiespiel, wenn Preußen uns mit Krieg droht, euch auf unsere Seite stellen, um ihnen zu zeigen, so nicht mit Deutschland. Da ihr sowieso eine sehr starke ebenbürtige Macht in Europa seid, so wie es Frankreich ist und die Preußen dort eher in der zweiten Reihe stehen, warum nicht? Also da sehe ich gar keinen Grund, warum Preußen weiter gegen Österreich angehen sollte und wenn wir uns neben euch gesellen. Das klingt großartig. Vielen Dank für eure Intelligenz und eure Weitsicht. Vielen lieben Dank und Prost kostet von unserem wohligen Wein. Der Wein ist köstlich, vielen Dank. Ich kann dann jetzt mal mit Preußen sprechen. Vielen Dank, ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Auf bald. Auf bald. Gut, ich gehe davon aus, Frankreich, Sie möchten zurück in die Heimat. Ja, das wäre ganz großartig, auch wenn es hier echt tolle Sachertorte gibt. Ja. So, mein blödes Gesetz, das fickt mich hart, das Ah! Also, werte französischer König, die spanische Königin würde gerne mit Ihnen eine Unterredung haben. Oh, sehr gerne würde ich mich mit meinen spanischen Nachbarn einmal kurz unterreden, das würde mich doch sehr freuen. Nun gut, ich teile der spanischen König jetzt noch mal schnell mit. Okay, Leute, wir müssen uns darum kümmern, dass wir mal Rocco bekommen. Italien hat Sizilie, also ist hier unten angekommen. Werter Nachbar! Hallo, mein lieber Nachbar, wie geht es Ihnen dort im Süden unter der Sonne? Hervorragend, außer wir haben ein kleines Ärgernis und das Ärgernis heißt Großbritannien. Oh, wo kommt dieser Gräuel denn her? Diese unverschämten Menschen dort, die handeln so, als wären sie die Weltpolizei. Sie verlangen, dass man sie fragt, bei jeder Kleinigkeit, die man hier zu tun gedenkt, vor allem, wenn es hier um spanische Angelegenheiten geht in Mittel- und Südamerika. Ich finde, das ist etwas, was man sich als Weltgemeinschaft nicht erlauben gefallen lassen dürfte. Wie sieht der französische König das? Also, ich bin da auch ein Freund und habe mir auch schon den Kummer der Italiener diesbezüglich angehört und bin auch der Meinung, dass starke Partnerschaften geschmiedet werden sollten und nicht einer über allen thront und sich als Weltpolizei ohne Anspruch, also wenn man sich anschaut, wer gerade die Welt anführt, dann ist es nicht Großbritannien, sondern ein Land, das Partner duldet in der Welt und nicht alle unterjochen möchte. Also, dort bin ich sehr gerne bereit, Spanien auch als meinen Freund und Nachbar zu unterstützen, wenn denn Spanien auch bereit ist, südlich der Ägäis ein wenig wegzuschauen, nenne ich es mal, beziehungsweise uns zu unterstützen, wenn in Marokko einmarschiert wird. in Marokko in Marokko, aha, ja, also wir haben tatsächlich in der Hinsicht keinerlei Ambitionen, wegschauen fällt uns da leicht, ich meinte, dieser kleine Zipfel Melilla wird ja sicher spanisch bleiben können. Ach, das ist ein wunderschöner Hafen, den ich durchaus verstehe, ich weiß nicht genau, warum bei Ihnen dort ein englisches Städtchen wunderschöner das kann man ja in Zukunft vielleicht angehen, aber ich bin da ganz auf Ihrer Seite, dass Sie sich gerne in Mittelamerika ausbreiten können und auch als dort schon zu Beginn um Hilfe gerufen wurde, habe ich natürlich abgelehnt, weil ich weiß doch, meine spanischen Kollegen rauchen gerne auch Zigarren und die besten gibt es halt auf Kuba. Vielleicht können wir zukünftig ja sogar unsere Zusammenarbeit so weit intensivieren, dass in Falle eines Eingreifens von Großbritannien auf der Gegenseite, also zum Beispiel, wenn es jetzt gegen Barokko gehen sollte oder wenn es meinerseits gegen andere mittelsüdamerikanische Länder gehen sollte, man sich da gegenseitig unterstützt. Da könnte ich mich auf jeden Fall sehen, da bin ich Ja, da könnten wir vielleicht etwas festhalten beziehungsweise vielleicht auch unsere Beziehung noch etwas verinnerlichen und einen regen Handel zwischen unseren doch sehr benachbarten Ländern voranbringen. Ja, 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 beim Handel bin ich vorerst ein bisschen zurückhaltend, weil ich noch keinen so guten Überblick habe. Wie eigentlich die Routen in welche Richtung laufen, aber ich sehe gerade Also ich glaube, unsere Routen sollten doch hoffentlich über einen direkten Weg verlaufen, das würde ich zumindest begrüßen. Naja, das ist schon klar. Ja, also wenn es um Handelsvertrag geht, ja, bin ich nicht abgeneigt, ja, könnten wir gerne machen. Dann würde ich dort auch direkt ein Schreiben aufsetzen und unsere weiteren Verhandlungen können wir auch sehr gerne inoffiziell, damit die Engländer nichts riechen, festhalten. Was haltet ihr davon? Ähm, ja, gerne. Die Frage ist, wir sollten dann wahrscheinlich unsere Bemühungen so ein bisschen abstimmen, also wer wann jetzt zum Beispiel gegen Marokko geht. Also ich hatte sehr zeitnah geplant, in Marokko ein Schiff zu landen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, warten wir das erstmal ab. Und falls Großbritannien sich da auch wieder melden würde, würde ich mit reinkommen. Vielleicht mit einem zusätzlichen Kriegsziel Gibraltar. Ähm, ja, warum nicht? Das wäre ja ein Optimalfall, wenn doch falls die machen. Sie machen sowas sehr gerne. Äh, falls nicht, läuft es dann einfach ohne mich in Marokko. Das ist ja unproblematisch. Und danach würde ich dann in Mittelamerika wieder aktiv werden und da könnten wir das gleiche Spiel umgekehrt treiben. Das klingt doch sehr gut. Okay. Prima. Vielen lieben Dank. Ich weiß zwar nicht genau, warum wir keine Handelsverträge schließen können, aber das wird sich denke ich noch auflösen. Gucken mal. Wahrscheinlich nicht genug Diplomatie-Punkte. Doch, ich habe über 200, aber ich weiß nicht, ob wir überherzlich sein müssen oder so was. die Diplomatie-Punkte. Achso, bei euch. kann ich auch haben. Aber das ist einfach, weil ich kann einfach Beziehung verbessern aufhören und dann habe ich sie eigentlich. Unsere Beziehungen sind sowieso großartig. Ja, jetzt funktioniert das. Perfekt. Vielen lieben Dank. Das wird unsere Händler glücklich machen und unsere Waren in alle Länder tragen. Ja, hervorragend. Dann bin ich gespannt, was in Marokko passieren wird, wie die Briten sich dort verhalten werden. Wir bleiben in Kontakt. Ja, auf bald, mein Freund. Adios. Meine lieben Herrscher, solle der Vertrag einen bestimmten Namen bekommen oder solle der frei gewählt werden? Das ist der Spanisch-Französisch- Geheimvertrag. Das klingt sehr gut. Ist der Vertrag unter einem gewissen Zeitraum oder dauerhaft oder bis Verbrechung des Vertrages von einem, der beiden Besitzer? Boah, er ist unbefristet, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, da wir beide Ziele verfolgen, die uns gegenseitig auch weiter betreffen, sehe ich da gar keinen Grund, das irgendwie zu befristen. Nun gut, dann werde ich den Vertrag auflegen und natürlich den werten Herrschern zukommen lassen zur Unterschreibung. Vielen lieben Dank. Ich sende euch nur zurück. So, meine Lieben, jetzt brauche ich aber eben mal fünf Minuten zum Durchatmen. Ich habe Fragen. Leute, ich habe Fragen und zwar, wir haben unser blödes Sozialgesetz durchgesetzt. Was würdet ihr sagen? Sollen wir uns erst als Marionette Algerien oder Marokko holen? Algerien oder Marokko? Algerien ist das schwächere Land, aber habe ich direkten Zugriff drauf. Ich kann mir auch erst Algerien und dann Marokko holen. Marokko müsste ich halt über See einfallen. Weil ihr seid euch nicht einig, ich würde eigentlich erst Algerien holen, um dann eine größere Front zu haben für Marokko. Aber okay, Algerien first und dann Marokko. Das heißt, wir werden jetzt hier gegen Algerien mobilisieren. Wir haben sogar, Alter, wir haben noch richtig viele, viele Leute. Frankreich und Oksitanien haben wir noch Leute. In Frankreich können wir noch mal befördern und in und sie direkt an die Front schicken, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen und in Oksitanien können wir noch mal einen weiteren Oh, die sind aber nicht meine Favoriten hier. Landbewohner und katholische Kirche. Uff. Uff. Reihen können wir noch weiterentwickeln. Man kann die befördern und dann können die mehr Leute fassen, denn wir haben noch genügend Leute in der Hinterhand können in Nordafrika sonst einen rekrutieren, aber ich will, kann man die, wann werden die aktualisiert? Ich will weder einen Landbewohner noch eine katholische Kirche. Das ist absoluter Oberschmutz. Egal, brauchen wir. Algerien lenkt ein. Algerien hat sich dazu entschieden, direkt einzulenken und wir werden direkt weitermachen mit Marokko, denn wir sind jetzt einmal on the way und werden einfach tun. Die Niederlander hat ihre Rivalität erklärt. Die wollen mich ficken. Das gibt's doch nicht. Diplomatie Spiel. Wieso haben wir negative Diplomatie? Wir sollten irgendwas in Spanien brauchen wir nicht mehr. Doch, in Spanien brauchen wir. Die Engländer hassen uns. Die Engländer arbeiten gegen uns. Die hassen uns immer mehr. Direkt durchmarschieren, das ging schnell. Ja, ich glaube, sie haben keine Handhabe gefunden und haben gemerkt, dass wir bereit sind, alles zu mobilisieren, um sie zu unterwerfen. Welch Wortwahl euer Gnaden? Ja, das ist... Wir müssen schauen, wir brauchen Züge. Wir brauchen Züge und das schnell. So. Der Kaiser Österreichs erwartet den oder erbittet den König von Frankreich zu einem Gespräch in einem privaten Audienzzimmer. Er wartet. Ja, das kann gerne geschehen. Ich würde mich aber in etwa fünf Minuten nochmal melden, denn es haben sich hier Dinge ergeben, die meiner Aufmerksamkeit gerade bedürfen. Soll ich ihm das so ausrichten, mein werter König? Ja, dass wir uns in wenigen Augenblicken sehen werden, ja. Hervorragend. Ich werde es ihm so ausrichten. Vielen Dank. Okay, Großbritannien ist im Balkan unterwegs. Wir können Spanien beeinflussen. Das Osmanische Reich möchte nicht, dass wir hier weiter Fuß fassen und schickt hier 70 Leute. Das reicht auf jeden Fall. Sie fühlen sich stark, das heißt, es wird auf jeden Fall zum Krieg kommen und wir werden zuschlagen müssen. Das auch ohne Hilfe von Diplomatisch hier unten ist Revolution. Hat er hier unten. Wart, wer hat Revolution? Dort wird weiter mobilisiert. das soll uns jetzt nicht interessieren. Was mich interessieren würde, ist eher Zollfuß, du bist nicht gemütet. Ah, okay. Vielleicht rufe ich doch Spanien hier mit in Mein werter König aus Frankreich, dürfte ich Sie kurz wenigstens eine Botschaft Ihnen überbringen, die möglichst diskret sein soll? Sehr gerne, sehr gerne. Nun, dann werde ich Sie in einen diskreten Raum bringen. Vielen Dank. Mein werter König aus Frankreich, willkommen. Ich solle Ihnen von dem österreichischen Kaiser ausrichten, dass Ihre geheime Absprache eventuell demnächst wichtig werden könnte. Und dies ist auch schon die ganze Botschaft. Vielen lieben Dank. aufhalten möchte in Ihrem wichtigen Treiben, das Sie ja angesprochen haben. Das ist sehr zuvorkommend von meinem geschätzten Partner und ich werde mich bereithalten. In Ordnung, in Ordnung. Dann werde ich Sie nun zurückschicken. Vielen lieben Dank. Genau, alles klar. Dann auf auf. Auf bald. Könnte ich vielleicht doch noch mit meinem lieben Kollegen in Österreich sprechen? Ich kann nachfragen. Geben Sie mir einen Moment. Okay. Werter Abgestandter von Frankreich. Spanien möchte auch noch mal kurz mit euch reden. Wenn dies möglich wäre. Natürlich, natürlich. Ah, Frankreich. Hallo, mein spanischer Freund. Das hat sich alles sehr prächtig entwickelt, muss ich doch sagen. Hervorragend. Dann würde ich sagen, vertauschen wir jetzt mal die Rollen und ich würde versuchen, in Mittelamerika ähnliches zu erreichen. Dafür wäre es aber gut, wenn Frankreich da in Mittelamerika ein Interesse erklären könnte. Ach, damit ich dort auch im Fall der Fälle darum zucken. Das wäre Mittelamerika, wenn ich das richtig sehe, korrekt. Jawohl. Ist soweit auf den Weg gebracht, die Schiffe fahren. Es könnte sein, dass sie aufgrund des Gegenwindes noch eine Weile brauchen werden, aber dies sollte bald vollzogen sein. Alles klar, ich werde das im Auge behalten. Wunderbar, dann schauen Sie mal, Sie werden ja dann informiert, wenn irgendwas ist und wenn die Briten da mitmachen, bitte bitte ich dann um Unterstützung, liebe Sprache. Gerne auch kurz Wort melden, falls dort es zu Eskapaden kommt. Machen wir so. Vielen lieben Dank. Ja, schon, danke. Dann bringe ich den französischen, den werten Herrn aus Frankreich zurück und den werten Herrn aus Spanien den sehr gerne und nochmal Prost. Arriba, Arriba. Ach, mein werte König aus Frankreich sind zurück. Sind Sie bereit für ein Gespräch mit dem österreichischen Kaiser? Durchaus, durchaus. Das würde mich doch erquicken, wenn ich mit ihm mich unterreden könnte. Gut, dann werde ich Sie schon mal schicken und den österreichischen Kaiser in ihre Räumlichkeiten. Vielen lieben Dank. Ich grüße euch, mein verehrter Freund Philippe. Ich möchte euch gar nicht allzu lange stören. Gleiches gilt auch für meine Seite. Ich habe auch ein kleines Anliegen. Oh, sehr gerne. Dann höre ich mir zuerst natürlich gerne eures an. Ich, das Französische Reich hat sich mit einem interessierten Blick Richtung Ägypten gewandt und hart gesehen, und hart gesehen, dass Österreich dort ein Händchen drüber hält und würde sich im Falle einer diplomatischen Aktion dort eingreifen. Da wollte ich fragen, wie die Gesinnung Österreichs gegenüber Ägypten ist und ob wir uns da gegebenenfalls in die Quere kommen würden, was ich natürlich nicht wollen würde. Nun, ihr könnt auf jeden Fall in Ägypten frei aus meiner Sicht agieren, wenn ihr mir Unterstützung gegen Preußen weiterhin garantiert. Das kann ich natürlich machen. In welcher absehbaren Zeit wird das denn stattfinden, weil davon würde ich jetzt abhängig machen, ob ich zunächst meine Finger gen Ägypten strecke oder in einer Warteposition zur Unterstützung meines Freundes Nun, ich wäre soweit zu sagen, dass wir einen Verteidigungspakt eingehen sollten an den gegenseitigen. Ihr müsstet lediglich genügend Diplomatie-Macht besitzen. So weit ist es zwischen euch schon gekommen. So weit ist es gekommen, ja. Wow, okay. Preußen hat Schaum vor dem Mund und wir verstehen überhaupt nicht, warum. Aber ich verstehe auch, also eigentlich ist euer Kuchen vorzüglich. Also ich kann jedes Mal nur davon davor schicken. Es beginnt, es beginnt bereits, es beginnt bereits, ja, es beginnt bereits. Dort wird angegriffen ein, ein, äh, ich wäre, ich wäre ein großer Freund von der Situation, wenn ihr eventuell euch auch auf die Seite von Hessen-Kassel stellen könntet. Das, äh, ich wäre sehr gut, wenn das nicht der Fall wäre. Das kann ich gerne tun, äh, neben euch und Russland, ähm, sind das natürlich Zahlen und Ländereien, die dort vielleicht abschreckend wirken. Und, äh, ich weiß nicht, inwieweit eure Beziehung zu Russland dort ausgebaut ist, oder ob sie... Die Beziehungen zu Russland sind positiv, das kann ich euch versichern. Weil dort hat sich Russland ja auch schon etwas in eure Richtung bewegt. Und, ähm, ja, gut, dann, äh, werden wir mal abwarten, was dort Preußen plant. Das, äh, sehe ich auch so. Dann können wir gespannt sein. Ich werde Truppen in eure Grenzen stellen, damit ihr nicht so alleine dort steht. Ja, ich werde auch Truppen an meine Grenzen stellen, ähm, das, äh, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Nun, meine Werten wohl Hochgeborenen, wollen Sie Ihr Gespräch nach diesem Krieg, falls Sie immer noch Ihren Pakt wünschen, dies als einen geheimen Vertrag, ähm, festzuhalten? Ähm, sehr gerne, ja, und ich hätte ganz, ganz kringend noch schnell... Oh, oh, dort hat sich gerade ihr vermeintlicher Freund auf die Seite Preußens gestellt. Ich habe es soeben mitbekommen, ihr habt recht, das ist eine hochgradig interessante Veränderung der Sachlage. Inwieweit würde das denn ihre weitere Krieg... In keinster Weise. ...Rüsterei fördern? In keinster Weise. Das heißt, wir würden weiter an, äh, unserer Front hier verteidigen, richtig? Richtig, ja, wir würden weiter daran festhalten. Okay, dann halte ich natürlich mein Wort, denn ich bin ein Mann der Ehre und wir werden schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht kann ich auch meinen Freund, ähm, den Italiener noch hinzulotsen. Das wäre gut. Und wenn ihr noch Truppen übrig haben solltet, Frankreich hat ja das beste Heer der Welt, äh, an meiner Grenze zu Russland wäre ich begeistert, nochmal vielleicht ein Armeechen zu wissen. Ich werde schauen, wie viele Truppen ich dort entbehren kann. Vielen Dank. Wir können zurückgebracht werden. In Ordnung, ich werde dieses dran lassen und ihren Vertrag aufsetzen. Kann ich kurz mit Italien sprechen, um dort etwaige Dinge zu rangieren? In Ordnung, ich werde bei dem italienischen monarchischen nachfragen. Das wäre wichtig, dass das noch vor einer gewissen Uhrzeit passiert, bevor der Krieg wirklich ausbricht. Dann lassen sie mich zugleich aufbrennen. Das ist aua. Das ist aua, das ist ganz schön viel aua. Das sind einige Truppen, die hier an der Front äh. Mein werter König aus Frankreich, der italienische monarch ist sogleich wie er bittet schnellstmöglich angeheist. Ich sehe, ist halt in einem Konflikt nicht, war? Servus, mein Freund. Es hat sich ergeben, dass mein guter Bekannter, der Österreicher hier von seinem Nachbarn den Preußen angegriffen wird. Und da ich ja euer bester Freund bin und für euch ein gutes Wort in Österreich eingelegt habe, würde ich mich freuen, wenn sie sich unterstützend auf die Seite der Österreicher stellen, auch wenn das vielleicht ihnen zuwider ist. Aber ich habe das Wort der Österreicher, dass sie sich eher gen Norden bewegen, denn gen Süden. Fürwahr, ich gehe mal davon aus, dass es nichts, ihre Abkommen nichts mit den Gebieten, die Österreich in Italien bis jetzt zu tun hat, sondern nur mit den aktuellen, nun, italienischen Ländern, dass die in Frieden gelassen werden. Ja, das ist aktuell der Kompromiss, aber es könnte sich natürlich da mehr draus entwickeln, falls sie sich noch mit dem österreichischen König unterreden, dass sie dort einspringen und vielleicht den ein oder anderen Gefallen bekommen. Ich verstehe. Unser größtes Problem ist, dass wir kein Interesse in der nördlichen Region haben. Wir haben jetzt begonnen, dies aufzubauen, aber ich muss leider gestehen, dass wir das vermutlich nicht rechtzeitig aufgebaut haben, sodass wir uns wertgeschätzter König aus Frankreich tun würden. Das scheint nicht mehr realistisch zu sein. Wir sind jetzt nur bei der Hälfte gerade unseres Interesses, was sich so langsam etabliert und die Zeit für Eingriffe ist leider jetzt schon zu Ende. Ansonsten wären wir dem gerne nachgekommen. Das ehrt euch, aber mal schauen, wie sich dieser Krieg entwickelt und vielleicht bietet es ja beim nächsten Mal eine Gelegenheit für Italien, dort Österreich um einen Gefallen zu bitten. Also schaut dort gerne, was ihr begehrt und vielleicht den Österreichern beim nächsten Mal vortragen wollt. Nun, die Österreicher haben schon uns angeboten, wenn wir mit ihnen einen Verteidigungspakt schließen, dass sie uns die restlichen Länder Italiens überlassen. Wir wollten das tatsächlich mit euch besprechen, aber wie ich das jetzt sehe, fändet ihr das erst einmal sinnvoll, nicht wahr? Das würde ich als sinnvoll erachten, ja, und das ehrt euch, dass ihr dort auf das Wort des französischen Volkes auch Rücksicht nehmt. Natürlich, natürlich. Uns würde es noch begeistern mit diesem Pakt Österreichs, wenn wenigstens die Lombardei in unsere Hände fallen könnte. Wir hätten dem Österreicher auch noch finanzielle Unterstützung angeboten. Das Problem ist, dass wir leider aktuell knapp bei Kasse stehen. Wie sieht die finanzielle Lage im wertgeschätzten Frankreich aus? Die Lage in Frankreich ist aktuell noch sehr gut und das ist ein sehr nettes Angebot von Ihnen, aber wir stehen doch mit guter Kasse gerade hier. Ich glaube, Sie haben mein nettes Angebot ein bisschen falsch gedeutet. Wir hatten eher gefragt, ob die Möglichkeit eventuell Bestände, nicht jetzt im Krieg, aber vielleicht danach oder wie auch immer, dass sozusagen erst einmal für uns über die Franzosen das Geld an Österreich geleitet werden könnte, indem wir dann die Lombardei abkaufen. Ach so, ihr meint, Frankreich Österreich finanziert euch etwas zu Hilfe eilt mit etwas Geld, um dort eure ... Dass wir das wenigstens dem Österreicher anbieten könnten. In Verhandlungen. Und wie viel Geld würde es sich denn dabei handeln? Das müssen Sie selbst tatsächlich nachschauen. Schauen Sie gerne mal bei Österreich, wenn Sie dort Finanzierung machen wollen. Bei uns stehen da jetzt 54.000 pro Woche. Ich weiß nicht, wie viel das bei Ihnen wäre. 54.000 ist natürlich ein sehr großer Batzen Geld. Und auch bei mir stehen 54.000 und da kann ich leider noch nicht mitdienen, auch wenn unsere finanziellen Mittel doch recht gut aussehen. Tatsächlich ist ja die Frage, wie begrenzt dann diese Finanzierung wäre. Wenn man zum Beispiel sagt, nur für zwei Monate, dann würde man das so sehen können, als würde ein Teil aus den Rücklagen der Schatzkammer entnommen werden, nicht wahr? Das könnte natürlich funktionieren, ja. Wenn das nicht über einen sehr langgestreckten Zeitraum passieren würde, wäre das natürlich optimal. Sehr schön. Dann würde ich mit eurer Erlaubnis dies in den Verhandlungen mit Österreich mit einbeziehen und wir schauen, ob wir da vielleicht um die Lombardei schon mal eine Lösung finden können. Das würde mich erst mal sehr glücklich stimmen, weil dann müsste es nicht direkt einen Krieg gegen Österreich geben und wir könnten uns so einigen und ich sage mal, wenn dann einige Zeit ins Land verstrichen ist, dann könnten wir beide uns ja noch mal unterhalten, um ein bisschen Druck auf Österreich auszuüben in ferner Zukunft, was Venezien und Istrien angeht. Das verstehe ich, das verstehe ich. Aber ihr kommt gut voran mit eurem Plan, dort in Italien weiter Fuß zu fassen? Ja, wir gehen davon aus, Ende der 40er Jahre, dass wir sehr erfolgreich sein sollten mit Einigungsbestrebungen. Wir werden auch noch wie die geplante Konferenz dann in diesem Abend auf jeden Fall einberufen, aber ein bisschen warten wir noch, bis die Fortschritte vorangehen. Genau. Ich möchte natürlich jetzt nicht weiter eure Zeit in Anspruch nehmen, denn jetzt befindet euch in einem offenen Krieg gegen Preußen, Schweden und Russland. Wir wünschen den Truppen Frankreichs vor allem ganz, ganz viel Glück und Erfolg bei diesem Krieg. Wir hätten euch gerne unterstützt, aber beim nächsten Mal kommt gerne noch eine Zeit vorher, falls es sich ergibt und wir können Interessen irgendwo bilden. Auch ich wurde damit überrumpelt, aber ja, natürlich, vielen lieben Dank für dieses sehr gute Gespräch und auf bald, mein Freund. Auf bald. Lebt wohl. So, liebe Freunde, ich raste aus. Ich wäre auch bereit, Ihnen ein, andere Ohren sind dort. Ich würde sagen, könnte der diplomatische Dienst uns einmal in einen separaten Raum schieben. Und so der französische König möchte, kann er doch gleich mitkommen. Sehr gern. Worum geht es denn? Dinge, wichtige Dinge. Das ist sehr gut. Ich werde gerne folgen. Also, die Monarchen aus Großbritannien, Belgien und Frankreich. Ja. In Ordnung. Ah, wunderbar. Ein wenig zweisamige Dreisamkeit. Wie können wir helfen? Meine werten Landesnachbarn, ich habe folgendes Problem, das sich an meinen Grenzen auftut. Offensichtlich ist Frankreich im Krieg mit Preußen. Meine Bevölkerung ächzt ein wenig und hat durchaus Bedenken diesbezüglich. Aber noch viel wichtiger als das ist die eigentliche Frage, die sich jetzt neuerdings nach dem Wiener Kongress natürlich stellt, nämlich die Machtverhältnisse in Europa, nicht wahr? Durchaus, durchaus. Wie verfahren wir mit den Niederlanden? Die Niederlande sind mir ein nicht so kleiner Torn im Auge. Also genauso wie ihr scheinen auch wir mit diesem Land eine Rivalität zu haben und das stößt uns natürlich bitte auf, ja. Wie kann es nicht so sein? Abartige Menschen, diese Niederländer. Abartige Menschen. Also, wir als Großbritannien sind natürlich erfreut, wenn Frieden in unserer Nachbarschaft herrscht und klare Bedingungen an den Tag gelegt werden. Drum müssen wir aber auch sagen, dass wir auch mit den Niederländern nichts zu schaffen haben. Unsere alte Feindschaft über die Meere schmerzt noch und wir hätten kein Problem, wenn dieses Gebilde von freiem Staat dort unter Kontrolle der belgischen Regierung fällt. Ich auf keinen Fall argwöhnisch betrachten. Die Frage ist, solltet ihr, ich weiß ja nicht, was euer Ziel da mit Preußen nun ist, oder eure Diskrepanz diesbezüglich, solltet ihr Zeit haben, würdet ihr vielleicht in Erwägung ziehen, nicht nur einen Handelsvertrag auszuhandeln zwischen Frankreich und Belgien, sondern auch unterstützend in diesen Krieg einwirken? Lasset uns zunächst mit einem Handelsvertrag starten und in der Zukunft schauen, dass sich unsere Beziehungen verbessern und Frankreich kann dann sehr gerne auch in Zukunft darüber nachdenken, euch mit anderen Dingen zu unterstützen. Das hört sich doch freudigst an. Und was sagt die Verwandtschaft in England dazu? Bestimmt dem zu. Wunderbar. Äußerst wunderbar. Wir haben, sag ich mal, keinerlei größere Interessen an den europäischen Besitzungen von der, von den Niederländern. Hinsichtlich Indochina würden wir schon das ein oder andere, sag ich mal, Gebiet der niederländischen Regierung übernehmen, falls es sich Fall bietet. Das hört sich durchaus ein wenig unangenehm an, muss ich sagen. Okay, gut. Dann beschränken wir uns auf Gebiete in der neuen Welt. Ein Einspruch. Sie mögen all eure sein. Wunderbar. Sehr schön. Dann habt ihr meinen Segen. Wir unterstützen euch auch gerne in diesem Unterfangen. Das ist wahrlich noch besser. Wenn sie gleich noch Zeit haben, würde ich noch mal um ein Gespräch unter zwei Augen, vier Augen, Entschuldigung, bitten. Gerne. So denke ich, können wir den französischen König verabschieden. Auf bald, mein Freund. Und möge unser Handel florieren und unserer beider Länder Reichtum bringen. Das wird er wahrlich. Ich wünsche einen schönen Tag. Okay. Wo ist denn das Holzverlagern? Also, okay, ich will gar nicht diesen Krieg mit den Holländern bin ich. Ich bin allein im Norden. Alle sind in Diskussionen. Und das Spiel ist weiterhin pausiert. Ich will gar nicht diesen Krieg mit den Belgiern und Niederlanden. Die sollen sich da bekriegen. Großbritannien soll sich da die Kolonien sichern. Das ist mir doch alles egal. Dann sollen sie hier die holländischen Gebiete bekommen. Wenn ich da nichts Unterstützendes dazu tun muss, ist mir das sehr lieb. Denn es gibt Nachbarn wie Italien und Österreich, die viel mehr meine Hilfe brauchen. Und auch Spanien wird in der Zukunft dort aktiv werden, sodass meine Armee immer wieder ausrücken muss. und meine Staatskasse sollte vielleicht doch weiter gefüllt werden. Aber wir haben leider zu wenig Akzeptanz, zu wenig Autorität. Aber die Österreicher werden zumindest hier nicht eingreifen. Was schon mal sehr gut ist. Ägypten selber hat 133 Leute. Das ist natürlich schon stark. Das ist natürlich schon stark. Nimm Tunesien ein. Tunesien kann ich nicht richtig einnehmen, denn das Osmanische Reich hat eine Schirmherrschaft an Tunesien gegeben. Das heißt, die gehören, also die haben Protektorat und die sind leider, das Osmanische Reich ist leider 135 groß. Also da müssen wir noch ein bisschen gucken. Sollte es im Rheinland angreifen, falls du das noch nicht tust. Ich greife hier die ganze Zeit im Rheinland an und werde jetzt auch weiter hier versuchen weiter zu forschen. Chinin wäre eine ganz großartige Sache. Wir haben jetzt gerade was fürs Glas entwickelt, sodass Blei auch ein wichtiger originär Großbritannien der Niederlander. Okay, Blei ist auch eine wichtige Sache, die wir hier auch mit weiterem Sprengstoff vorantreiben können. Ich wollte meine Hochschulen, meine Universitäten etwas weiter ausbauen. Und zwar wäre es ganz großartig, wenn wir sagen, die Einzigen Pause machen, Ranger ist noch weg. Das ist noch weg, können wir doch mal kurz Pause machen. Ranger ist weg? Wie viele Leute fehlen hier denn? Das ist das Ding. Naja, egal. Es gibt glaube ich vier Moderatoren, vier Kutscher, nennen sie sich, die Leute hin und her schieben. Danke. Die haben ordentlich zu tun, denn jedes Land möchte natürlich expandieren. Jedes Land möchte vorankommen mit seinen Zielen. Wir sind unserem ersten Ziel schon sehr nah, nämlich die Margret Staaten hier zu erobern. Da fehlt nur noch Tunis und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir Richtung Ägypten voranschauen und vorankommen. Aber unser Geld ist aktuell etwas schwierig. Unsere Akzeptanz beim Volk ist auch schwierig. Ich weiß noch nicht so genau, mit welchen Gesetzen wir hier noch weiter voranschreiten sollten. Die katholische Kirche möchte ich auf lange Sicht auf jeden Fall trennen. Ja, ich habe Gold. Ja, das ist richtig, ich habe Gold, aber ich habe keine Goldmine. Also ich kriege passiv Geld durch Gold aus Japan. Bisher ist das Event sehr spannend, aber ich verstehe nicht, wie man es schafft, neben den andauernden Besprechungen zu spielen. Ja, das ist auf jeden Fall schwierig, eine Herausforderung und ich bin froh, dass ich doch so into Victoria 3 bin, dass ich das hier packe. Wir können auf jeden Fall noch mal in der Normandie ein bisschen bauen. Die Russen sind ein ganz schwieriges Ding, Kriegssachen sind auch gerade schwierig, vielleicht sollten wir noch unsere Schiffe ein bisschen weiter ausbauen, in der Britannia und auch Bausektor könnte man noch mal ein bisschen weiter ausbauen. Was für einen Plan hast du bezüglich Savoyen? Mich mit Italien so gut stellen, dass sie es erobern, sie werden Italien formen und mir Savoyen nachher einfach schenken als Dank und natürlich ein Partner, ein guter Partner für mich werden, die im Rücken von mir stehen als Italien, aber was ist denn jetzt hier los? Jetzt sind hier die Schweden eingefallen. Ach du Scheiße, die Front hier, die ist echt übel, die fällt, aber wir müssen ja nur die Preußen niedermetzeln und die verlieren gerade minus zwei pro Tick, das ist gut. Mach einen Schiffsangriff auf Russland, aber wir können auf jeden Fall schon mal unsere Marine losschicken, das ist eine gute Idee. Preußen und Russland, Preußen Russland, wir können hier die Versorgung auf jeden Fall mal stoppen, mit unseren beiden Flotten, die auch echt stark sind. Und jetzt hat sich hier eine Front aufgetan. Wo? Wo ist meine verwundbare Front? In Südtirol. Achso, hier ja, da sind die 20 Leute. Vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen was mobilisieren und 20 Leute entgegen schicken, die hier mit verteidigen. Die Schweden zurückdrängen und die Niederlande hat ein Diplomatie Spiel gegen England abgebrochen. Also ich möchte eigentlich gerade mal meine Ruhe, das hat mich jetzt ein bisschen lange gebunden hier und wird meine Kassen auf jeden Fall leer zehren, aber mal gucken, wie es dort Preußen geht. Ähm, Preußen hat eine Rivalität mit Österreich, einen Handelsvertrag mit Russland begonnen. Okay. Okay, wie geht's eigentlich den Briten? Die finden Holland doof, die finden Schweden, Frankreich, oh, die finden uns jetzt auf einmal auch gut, haben eine Rivalität mit mir. Das finde ich jetzt aber auch mehr als fragwürdig. Aber so sei es, ich hab für Diplomatie Spiele noch mehr offen, das Osmanische Reich muss ich eigentlich schädigen, damit ich hier angreifen kann, weil meine Beziehungen mit dem Osmanischen Reich zu gut sind. Wir sind herzlich und das geht nicht. Wir haben gerade was Neues freigeschaltet, um besser produzieren zu können. Wir können Glattrohre produzieren, das ist gut, denn wir haben auf jeden Fall Probleme, was ist das denn jetzt? Achso, die sind noch nicht gebaut. Auf jeden Fall Probleme mit Armeewaffen, wir haben keine Probleme mit Stahl und Eisen, also da könnte man vielleicht ein bisschen günstiger das Ganze machen. Kannst du den Westen der Schweiz einnehmen? Ne, die Schweiz wird gehalten von einem Observer, der die Spielgeschwindigkeit anpasst nach dem Geschehen und das kann ich nicht einnehmen. Aber hier halten wir die Front gegen die Schweden und könnten uns sogar vielleicht vorstellen, die Front voranzutreiben. Ne, er möchte verteidigen, okay, dann verteidigen wir, mir ist das ja egal. Mega, wir gehen ein bisschen mehr in Plus, das ist gut. Unsere Waffen werden weniger, oh, das ist aber doof, das ist richtig doof, 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 ach, weil ich jetzt so viele Rohre mache, ne? Okay, wir brauchen auf jeden Fall da noch mehr, Motorenwerke können wir auf jeden Fall auch noch gebrauchen, ähm, ach, wir brauchen eigentlich alles, das ist halt übelst ekelhaft. Wir sollten gucken, ob wir unsere Kohle noch ein bisschen weiter ausbeuten, denn Kohle bringt uns sehr viel Dienstleistung und Dienstleistung bringt uns sehr viel alles andere. Mehr Kohle ist immer besser. Ja, und wie gefällt es euch da draußen so? Schreibt es gerne mal eben, ich habe jetzt gerade mal eine ruhige Minute hier, denn unsere Kollegen sind jetzt auch alle wieder da, es herrscht Krieg, alle sind gebunden in diesem Krieg und es geht nicht wirklich voran, es geht nicht wirklich zurück. Preußen wird gleich verlieren seinen Kampf und wir versenken hier ordentlich Konvois. Verstehe nichts, finde es aber trotzdem mega nice. 11 von 10, 9,9 von 10 bisher, mega geil, bisher super unterhaltsam, bin das erste Mal dabei, macht echt Bock, weiter so Sepp. Morgen geht es, morgen Abend geht es natürlich weiter, um ein bisschen Werbung zu machen, dass ihr morgen wieder einschaltet, es geht bis heute 0 Uhr und morgen wird es weitergehen, die Briten sind wieder weiter vorgeprescht, was mir natürlich ein Dorn im Auge ist, müssen wir eben gucken, wie viele Kolonien haben wir gerade, wait a second, wir haben gerade keine Kolonie, werter König von England, wir sollten hier weiter Kolonien mit der Königin von Spahn, hier ist kein Fortschritt in Togo, hier sollten wir vielleicht auch rein, damit haben wir eine Kolonie, wo sind meine Kolonien? Ist der König von England da? Ich glaube, es gibt keinen König von England, wir haben hier einen Premierminister oder eine Königin. Von 0 bis 2, ich werde vielleicht bis 1, streamen, aber nicht bis 2, glaube ich. Super Projekt, Frankreich, mega. Ich freue mich auch, wie ein Kind. Du hast Japan vergessen? Weil Japan wird ja gar nicht weiter kolonialisiert, Japan ist done. Oh, Japan kann bekriegt werden. Oh. Oh. Japan und das Ding neben Kenia. Nee, Kolonien heißt in dem Fall aktive Kolonien, die, ähm, die, äh, ähm, sich auch entwickeln. Das heißt, hier meine Kolonie ist done, das Niger-Delta ist hier done, ähm, weiter Sizilien gönnt sich aber richtig hier gerade. Gönnt sich hier die ganze Ecke. Da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden. Preußische Konvois versenkt, russische Konvois versenkt, mega. Wir setzen den gerade richtig zu. Ah, herrlich. Ähm, ja, wir ignorieren einmal, was die Armee sagt, auch wenn die Armee gerade unser wichtigster Freund ist. Aber wieso werden meine Kolonien nicht richtig angezeigt? Ich habe doch Kolonien. Und ich habe auch Kolonien, die sich entwickeln. Respekt, dass du in dieser chaotischen Situation so mithältst mit den anderen. Ja, ich, aber das ist, puh, er hat angesprochen, dass Ostafrika sein Ziel ist. Ja, durchaus, aber wir müssten uns da nochmal absprechen, inwieweit wir das aufteilen. Ähm, denn er entwickelt sich hier sehr gut und er hat, glaube ich, da auch weiter Vorsicht auszubreiten, aber ich möchte natürlich auch hier Fuß fassen, weiter. Und Portugal, Alter, Portugal geht ja ab, hey. So, Preußen wird jetzt gleich verlieren, beziehungsweise einlenken wahrscheinlich. Mal gucken. wir kommen mit unserer Front und werden gleich hier das komplette preußische Gebiet übernehmen. Er hat hier schon aufgegeben, ich glaube, er hat aufgegeben, ich glaube, er hat aufgegeben. Der Preußer hat aufgegeben und, äh, ich werde mich gleich mit meinem Freund aus Österreich zusammensetzen und diesen, äh, diesen Krieg feiern, dass wir ihn gewonnen haben. Das war auf jeden Fall alles andere als einfach. So, wir brauchen jetzt hier noch ein bisschen, ein bisschen mehr Verwaltung. Vielleicht nochmal zwei und dann sollte das Ganze doch laufen. Wir haben so viel Bauaufträge, dass wir hier vielleicht doch nochmal etwas den Bausektor pushen sollten, denn es sind 60 Wochen Bauaufträge und ich glaube, es wäre doch besser, nochmal, äh, das Ganze etwas voranzubringen. Picardy. Let's do it. Er macht Plus! Pock! Ja, wir machen jetzt aus irgendeinem Grund wieder Plus, obwohl wir im Krieg sind. Mega gut. Mega gut. Auch wenn hier Blei übelst scheiße ist, können wir mit den Amerikanern vielleicht nochmal Blei traden. Wobei eigentlich Blei sein Meme doch ganz gut läuft, oder nicht? Ah ja. Was sollt? Französisch, Togo ist isoliert. Da sollten wir natürlich auch noch 67 Wochen, 76 Wochen, näher sollten wir auf jeden Fall vorher das Ganze voranbringen. Krieg es durch! Yes, it's done! It's done! Und ich weiß nicht, was jetzt gerade passiert. Die letzten Schlachten werden geschlagen. Eigentlich müsste hier der Spieler jetzt akzeptieren, aber ich glaube, das möchte er gar nicht. Denn die Kriegsreputationen sind natürlich heftigst. Er muss auf minus 100. Ja, auf minus 100 wird er gezwungen. Jetzt könnte, also er hat jetzt keinen Kriegswillen mehr. Alter, wie viele Leute der verloren hat. 100.000. Höftig. Aber aus irgendeinem Grund geht es gerade nicht weiter runter unter 0. Oder der Tick war gerade nicht da. Und es war jetzt ab 1, 3 Tagen verliert er wieder 4. Aber hier unsere Front, unsere französische Front haben wir vorangebracht. Und er wird gleich gebackstappt hier. Und die andere Front hat sich hier verlegt dort rüber. Mega. War uns zuvor Knappheit. Ja, Handfeuerwaffen sind ja schwierig. Wir könnten hier was von den Briten importieren. Vielleicht sollten wir das mal machen. Nieder mit Preußen! Ah, wir brauchen das Kriegsziel in unserer Kontrolle, um... Oh, das ist ja doof. Damit der unter 0 fällt. Das ist aber doof. Was denn nochmal... Das ist das Kriegsziel. und er hält gerade das Kriegsziel. Jo, er hält es gerade. Wieso wird das eigentlich... Wieso kommen wir hier eigentlich nicht richtig voran, Leute? Wieso kommen wir hier mit 84% überhaupt nicht nach vorne im Rheinland? Das ist doch ekelhaft. Saupreußen! Ja! Ah, 10% Momentum für die republikanische Partei. Das kann ich nur unterstützen. Großbritannien hat Kenia kolonialisiert. Ja. Die sind jetzt hier... Warte mal, Kenia? Warte mal, Kenia? Ah! Nein! Okay, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das sollte nicht passieren, dass die sich hier jetzt noch eins zecken. Das ist ein Problem. Die miesen kleinen... Ihr wisst schon was. Da kriege ich aber... Da kriege ich jetzt aber Pusteln. Da kriege ich jetzt aber Pusteln. Ja, ich kann mir keinen zweiten Krieg erlauben, deshalb muss ich da mal kuschen. Sonst, äh, hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr... Oh, wir haben noch weniger Regierungslegitimität. Wir sind aktuell... Ach, weil die Kleinbürger mit on board sind. Okay. Naja, die schmeißen wir bei der nächsten Wahl raus. Ist ja jetzt. Also, weg mit denen und wir dürften wieder... Ja, auf 82 hoch geht das Ganze. Mega. Intellektuelle und industrielle Hand in Hand. Und da können wir natürlich jetzt auch die völlige Trennung der Kirche hier voranschreiten lassen. Fände ich zumindest sehr gut. Ich probiere es. Wir haben zwar zwei Millionen Leute, die hier nicht so ganz so happy sind, auch wegen unserem Krieg, aber wir kriegen diese Front hier einfach nicht gelöst. das gibt es doch nicht. Weil der einfach so krass verteidigt. Der verteidigt einfach übelst heftig. 16, 15. Also, wir sind zwar hier deutlich stärker und wir kriegen da auch alle Kämpfe durch, aber wir kriegen sie da einfach nicht übermannt. Ich sollte mal gucken, wir haben hier an der Front noch Leute. in Südtirol, die sollten wir vielleicht hier auch hinschicken. Denn hier vorne pusht er gerade und das sollten wir vielleicht da können wir nicht hin. Wir können die Front nicht erreichen. Das ist ja übelst kacke. Was ist das denn für ne Scheiß? Jetzt haben die sich selber dadurch dass sie vorgepusht sind, haben sie sich selber abgeschnitten und wir kommen da nicht rein. weil wir müssen hier rein. Wir müssen das Ziel ding halten, damit er weiter Minus bekommt, sonst wird hat nichts. Könnte ich vielleicht mit meinem werten Kollegen aus Österreich sprechen und ein Stück Kuchen von ihm noch bekommen? Ich werde sogleich den Monarchen aus Österreich fragen, ob sie Kuchen von ihm haben können. Insofern natürlich noch was übrig ist. Vielen ihm Dank. mein Französischer König der Kaiser Österreichs ist anwesend. Hallo mein Freund es schaut gerade weniger gut aus, aber warum kommen wir hier in unserer verzwickten Lage gerade nicht weiter in unserem Kriege? Nun ja, das liegt einfach daran, dass es sehr viele Fronten sind, die wir zu bekämpfen haben. Sie sind uns an verschiedenen Möglichkeiten überlegen. Aber wenn ihr es schafft, das Rheinland zu nehmen, das sieht momentan weitgehend gut aus, dann werden wieder einige Kräfte frei. Ihr könntet theoretisch, wenn ihr wollt, eine eure Armeen, die ihr im Rheinland habt, ihr habt ja schließlich zwei am Start, woanders hin bewegen. Ich habe darüber auch schon nachgedacht und wir müssen in Hessen einwandern, aber ich habe keine Front, um in Hessen einzuwandern. Ist es erst notwendig, dass ich das Rheinland durch geradet habe, um dann bis dort vordringen zu können? Also out of character gesprochen, du hast gar keine andere Front bis auf das da und du müsstest doch eigentlich über mein Land auch Ja, genau, deshalb bin ich gerade auch so verwundert, oder weil da keine Brücke ist. Ja, aber wenn du übers Meer bis nach Österreich reinkommst und das bist du ja, dann müsstest du doch auch eigentlich also ich ziehe doch übrigens mal mein Julius von Heia unten bei Kroatien ab, den brauche ich gerade woanders dann müsstest du doch eigentlich auch überall woanders hingehen können in Österreich also zum Beispiel jetzt hier nach Böhmen Ne in Österreich kann ich hingehen aber ich würde ganz gerne da Pommern also Hessen da einnehmen damit der unser Gegner weiter Kriegsmüdigkeit verliert weil jetzt schon können weil du hast ihn jetzt schon eingekesselt und müsstest eigentlich mit einer deiner Armeen vorbeigehen können du hast ja zwei Armeen da du brauchst ja die 115er an der Stelle gar nicht du kannst die 75er von Jelam dort kannst du normalerweise müsstest du jetzt eigentlich da rüberschicken können weil das ist ja vorhin ging es nicht okay dann weil ich jetzt das Stückchen einzunehmen weil das wirft uns sehr nach hinten und wir wollen ja ein wir müssen Berlin nehmen das ist das Problem wir müssen eigentlich Berlin nehmen warum das ist die Hauptstadt dann tickerts runter achso aber du kannst mal versuchen fortzumarschieren deine Truppen sind auf jeden Fall dafür geeignet die französischen sind sehr sehr stark ich kann nur in der Defensive stehen und sie auflaufen lassen beziehungsweise ich bin gerade eben dabei mein Militär Infanterie sehr gut das klingt doch das dauert halt aber ich gehe deswegen davon aus dass wir in abziehbarer Zeit in die Offensive gehen können und sie gar keine Offensive mehr starten können das wäre doch optimal das sehe ich auch so Marine Invasion in Pommern wäre auch mega ja einfach mehr Fronten aufmachen also wenn du noch Armeen übrig hast ja leider keinen nicht das wäre natürlich best case aber auch meine Ressourcen sind hier begrenzt da ich ja auch bei euch an den Fronten mithelfe diese zu halten denn der Schwede ist ja im Süden und der Russe im Osten und an beiden Fronten habe ich meine anderen Generäle stationiert und also ich kann auf gar keinen Fall diesen also diese Resolution akzeptieren weil es geht ja sogar so dass also der Russe verlangt ja von mir West und Ost Galicien ja das also das ist halt einfach nur die blanke Unverschämtheit und deswegen kann ich das absolut nicht akzeptieren was hier passiert ich kann das sehr gut nachvollziehen und hoffe dass dieser Krieg bald ein jedes Ende nimmt denn unsere wir sind gerade im Nachteil wenn ich das so richtig sehe ja verlieren wir gerade mehr und mehr die Kontrolle des Krieges und ich hoffe dass wir da bald in Hessen endlich unser Zielland erobern können diese blöde Schlag die dauert aber auch 100 Jahre ich bin aber auch der Meinung dass wir danach ein festes Bündnis miteinander eingehen sollten denn ich finde damit haben sich letzten Endes die Fronten klar geklärt Frage aus dem Organisationsteam die andere Seite hat gebeten dass man auf drei hoch stellen möchte ja wäre von meiner Seite aus durchaus machbar gut Entschuldigung gibt da gerade eben keinen Grund der dagegen spricht weil kann es auch nicht so viel gerade eben jetzt hier ändern ok es müsste sich einfach nur voran entwickeln genau aus Preußen wollte ja schlicht und ergreifend einfach meinen Vorschlag nicht annehmen ich hätte ihn ganz Deutschland überlassen wären sie vernünftig gewesen ja das ist auch immer so eine Sache aber er wollte einfach Schlesien nicht aufgeben da habe ich dann auch ab einem gewissen Punkt einfach auch kein Verständnis mehr für Schlesien oh das ist aber auch ein interessantes Gebiet ja das haben sie uns historisch gestohlen ja ich kann das sehr gut verstehen ich weiß nicht ob er das Rheinland zurück doch was ist denn jetzt passiert ja ja du hast da in der Offensive eine Schlacht verloren das ist irgendwie ein ganz ganz das habe ich auch erst seit neuestem gesehen dass man auch wenn man angreift Land verlieren kann das ist total schefft obwohl ich Truppen habe eine 64er Chance habe ich die blöde Schlacht jetzt verloren das gibt es doch nicht wie gesagt das Kampfsystem in diesem Spiel ist sehr fragwürdig in meinen Augen auch nicht gut ja das habe ich auch schon häufiger leider zu erfahren müssen aber wir werden uns die Ländereien wieder zurück erholen aber wir bekommen auch die Front in Hessen nur schwerlich oh mein Gott sie ist gerade gekippt oh mein Gott was haben sie getan das gibt es nicht mit einer 54er Front gegen 39er Defensive verlieren wir ich raste aus ich gehe jetzt auch mal in die Offensive gerade noch im Vorteil ich mache mal ein paar Testangriffe das hat auf jeden Fall geholfen was auch immer ihr getan habt das Blatt hat sich gewendet Attack Attack getan habe ich nix tatsächlich wirklich nicht ne nein liebe Leute ich greife an die Gegenseite greift auch an alle greifen an ich greife hier halt mit 42 Division Bataillonen oh jetzt hat sich ja doch wieder gedreht lol ja wir holen jetzt Hessen wir holen jetzt das ist gut Hessen ich rücke jetzt auch Richtung ähm Scheiße und Rheinland Sachsen ein und Schlesien wir verlieren da drei zahlenmäßige Überlegenheit spielt ja eine Rolle so wie es aussieht wir müssen einfach nur dafür sorgen dass also wir müssen Berlin nehmen das ist einfach das Ding wenn wir Berlin haben haben wir gewonnen jetzt haben wir den Putt einen weißen Frieden kann es dort nicht geben oder wie sehe ich dort die Situation der weiße Friede hängt komplett von Preußen ab Preußen hat mir sozusagen den totalen Krieg erklärt wegen wegen Kassel wegen Hessen-Kassel also um dir mal zu beschreiben was ich getan habe ich habe halt die anderen süddeutschen Staaten bis äh Hessen-Kassel damit er sie sich nicht einfach schlucken kann habe ich halt in meinen Markt geholt das wollte ich als Druckmittel benutzen dass er mir Schlesien gibt weil er kann dadurch jetzt mit äh dem Rheinland nicht mehr wirtschaftlich interagieren ich verstehe ich habe ihm die Pistole auf die Brust gesetzt ähm aber alles was ich dafür wollte war dass er mir Schlesien gibt und stattdessen hat er mir den Krieg erklärt hat mir meinen guten Freund den Russen in den Rücken stechen lassen und der Schwede macht mit ihr seid der einzig Ehrenvolle hier ja ich möchte ähm zu äh festhalten dass äh die französische Hilfe hier an der Stelle doch elementar ist und wir hier viele gute Männer gerade verlieren in diesen Schlachten die eigentlich sehr weit weg von unseren äh Städten liegen und von unseren Interessen deshalb hoffe ich dass ihr das im Hinterkopf behalten werdet selbstverständlich wir werden das nicht vergessen keine Sorge wie lange dieser Krieg einfach andauert das ist ja insane der kann noch lange dauern wenn die kein Einsehen haben also ich hab das noch nie gehabt dass das 0-0 Punt stehen kann das passiert immer dann wenn kein Kriegsziel erobert ist für ihn ist es Hessen Kassel ja und für uns ist es Berlin ach für uns ist es Berlin ja unser Kriegsziel ist Berlin Schande wenn wir Berlin haben dann tickerts bei ihm runter haben wir denn jetzt hier noch eine zweite Front ach du kommst gerade du kommst gerade von Hessen ran ne also an Hessen ne ne das hab ich genau das hab ich vorhin gemacht ich hab vorhin von Hessen aus versucht da ran zu gehen das gibt's doch nicht das ist ja ober doof ich verstehe ich verstehe das sind alles Entwicklungen die sich meiner Staatskasse nicht sehr positiv entwickeln ja das geht mir auch so aber ihnen wird es genauso gehen vergesst das nicht mein bester vergesst das nicht ich habe ähm ein Gesuch von Italien bekommen und ich glaube dieses wurde euch auch schon gestellt ähm und es handelt sich glaube ich um die Lombardei die Italien ja das davon hab ich gehört die Italien gerne mit Geld kaufen würde bei ihnen und äh und mich um eine kleine Unterstützung dort gebeten hat finanziell ja aber die die Sache steht noch gar nicht an also Italien möchte gerne die Lombardei und Venezien und dann wo sie gerade dabei waren haben sie dann auch noch Istrien von mir äh angesprochen ähm ich kann euch das auf jeden Fall schon mal sagen das steht momentan noch nicht zur Debatte das kann ich sehr gut verstehen aber falls es dazu kommen sollte und ihr erwägt ähm in der Richtung äh zu sprechen können wir da vielleicht mildere Umstände für die Italiener rausholen das ist durchaus möglich aber darf ich fragen was habt ihr davon dass die Italiener euch äh einen italienischen Freund der das die gleiche Leidenschaft zum Wein hegt äh wie meiner eins und ein weiterer Freund in unserem Kampf gegen die nördlichen Reiche äh sehe ich dort denn der Preuße und der Russe sind doch durchaus starke Mächte die ähm uns sonst äh überrennen werden in Zukunft und ich glaube da wäre ein starker italienischer Freund auch an eurer Seite nicht zu verachten da mögt ihr durchaus recht haben boah ey das Spiel trollt uns doch jetzt greifst du hier wieder nur mit 5 Bataillonen gegen 17 an ja ich weiß auch nicht ey das ist der Teil den ich diesen Spiel hasse ey ohne Witz ich verstehe auch überhaupt nicht mehr warum es überhaupt nicht so vorangeht überfallen auch gar keine Konvois mehr sondern sind irgendwo hin abgedriftet meine werten Herren dürfte ich kurz erfragen ob ihr Bündnis was sie vorhin angesprochen haben schon festgehalten werden soll das ist schon meiner Seite aus gerne wie sieht das der Franzose äh durchaus durchaus also ich glaube wir haben beide hier schon ähm sehr viel Blut vergossen um ein Bündnis doch äh zu zu festigen gut dann habe ich eine weitere Frage da ja sie bereits eh im Krieg mit den nördlichen Reichen und Russland sind wollen sie dies geheim halten oder in alle Öffentlichkeit präsentieren dass sie ein militärisches Bündnis eingehen ich bin ein Freund der Geheimhaltung wie sieht es Frankreich ich glaube auch dass wir hier nur schlafende Schafe wecken und ähm nur ein äh ja eine Gegenpartei auf den Plan rufen die sich dann öffentlich auch kundtun wird äh das wollen wir glaube ich vermeiden na gut dann wird dies so eingetragen und an ihre Gelehrten weitergeschickt vielen Dank vielen Dank ich danke ebenso vielleicht sollten wir demnächst mal versuchen an den Verhandlungstisch zu ziehen ähm also ich wäre langsam auch dazu bereit äh hier eher warte mal wo ist die Front hin oh die Front du hast gewonnen wir haben gewonnen du hast Truppen übrig wir sind nee wir sind schon komplett in Hessen ja schick die Truppen nach Sachsen aber er ist gerade auch komplett in Hessen er schick die Truppen nach Böhmen nach Böhmen nach Böhmen nach Böhmen schick sie nach Böhmen nach Pommern also nein nein ja ne Böhmen also du kannst ja bei mir Böhmen Mähren da Böhmen ja aber dann würden wir die Front in äh Hessen verlieren äh oder du marschierst jetzt einfach da durch damit kann ich auch leben weil dann ziehe ich meine Truppen da ab dann kannst du jetzt da komplett durchmarschieren und ich gehe woanders hin also ich wäre das in deinem Sinne wenn du ne weil wir dann zu wenig sind also er hat ja 240 Leute dort das ist ja egal ne so funktioniert die Rechnung nicht die Rechnung es wäre das verrückte ist du kannst in Unterzahl kannst du Gegner vor dir herjagen in diesem Spiel einfach weil du die Schlachten gewinnst das ist das verrückte in diesem Spiel ja dir geht es nur darum die Schlachten zu gewinnen ja das einzige was mir Armeen ausmachen ist dass du halt die Moral schneller regenerierst weil die dann den Wechsel angreifen oder verteidigen weißt du ja ich verstehe verstehe was haben wir denn hier für ne Stärke auf unserer Seite du hast ne 30er Defensive ach du hast jetzt schon auf Defensive gewechselt in der Schlacht hier ja ja ich hab keine Chance in der Offensive gegen die deine Truppen sind offensiv viel stärker als meine also er hat sowohl offensiv als auch defensiv Leute stehen okay ich verstehe seien sie Güßkönig von Frankreich bei der Sizilien er fragt ob sie vollends mit dem Krieg beschäftigt sind oder in der Lage eine Audienz abzuhalten gerade sind wir noch in in Kriegs Dingen und ich denke in den nächsten 5 Minuten ist es aber durchaus möglich dass wir dort Beredung stattfinden lassen ich hätte noch eine Sache anzumerken das kann ich jetzt auch direkt schon an den Kutscher hier weitergeben und natürlich an euch den König von Frankreich ich bin der Meinung wenn der Krieg jetzt noch ein halbes Jahr so weitergeht also ich sag mal August 43 und es hat sich nichts großartig getan dann rufe ich aber erst dann meine erste Konferenz ein und bin der Meinung dass die Weltgemeinschaft über den über die Sachlage mitentscheiden sollte eine Resolution finde ich durchaus einen guten Punkt wenn wir bis da in Richtung Berlin marschieren machen wir das nicht oh nein oh nein oh nein kommen genau Atlantis hat gesagt dass Primus rausgeflogen ist ja weil rein technisch gesehen Leute ich bin der Meinung dieser Krieg der bringt keine mehr was ich habe schon eine halbe Million Tote Frankreich hat 400.000 Tote der Preußen hat 310.000 Tote 300.000 Tote Russen es ist eigentlich absurd was hier passiert verstehe auch wirklich diese Front nicht und im Grunde sieht es eigentlich eher so aus als ob sie mehr verloren haben als wir es gibt kein für sie gibt es keine Optionen in der Offensive also würde es Sinn machen wenn ich jetzt 75 Leute wegziehe von der Pommernfront und in Pommern und oben oben an der Küste invasiere das könnte was bringen da hätte es auf jeden Fall nochmal eine weitere Front offen also so eine Invasion machen dass du kurz vor Berlin stehst also bei Brandenburg halt beziehungsweise Pommern genau bei Pommern an Landen bei Pommern ja und dann einfach drauf achten oder Glück haben dass er sich schnell genug reagiert richtig ja und Berlin nehmen er hatte auch null Kasernen das müsstest du ganz schnell nehmen können dann würde ich meine Hauptmacht nehmen und die zurückziehen äh ne 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 nimm nicht die Hauptmacht äh du musst ausrechnen wie viele Schiffe hast du du brauchst für jede Battalion ein Schiff achso das ist interessant sonst hast du einen fetten Anlandungsmalus der noch größer ist als normal oh die muss wieder raus ok 60 hab ich das heißt ich kann vielleicht eine kleinere sonst würde ich die unten weg ne warte mal wo kann ich die wegziehen ja ne ne an der Russlandfront weg ne 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 Russlandfront brauch ich dich äh nimm die 75 tu die nach unten stell die auf Offensive schmeißt den Franzose äh den den Schweden da raus und dann hast du da unten die 20 übrig und dann kannst du anlanden das wäre mein Vorschlag aber erst die 75 rausziehen für äh und dann da unten den ähm den Schweden rausknüppeln weil dann hast du da auch wieder ein bisschen Luft ja dauert nur zwei Tage das kriegen wir hin ähm muss ich hier eigentlich jetzt irgendwas drücken ne ne ohne Spieler fortsetzen oder Spiel verlassen kann ich hier ja ja mach einfach ohne Spieler fortsetzen bis die anderen was sagen okay ich nehme an das genau das andere darfst du nicht drücken weil dann fliegst du auch raus und dann musst du wieder nachschauen und das hatten wir in Crusader Kings bei GOG und das war elendig weil er immer die Hälfte Leute immer auf verlassen gedrückt hat ah ich verstehe also immer egal was es sei denn es kommt die Nachricht wir starten die Lobby neu immer auf also ohne Spieler fortsetzen ja okay ja Primus scheint da immer wieder raus zu fliegen grad ja genau aber sollte sich was ändern wird das Land soll ich auch Bescheid geben also dann wird das ich wahrscheinlich hier wieder in den Channel kommen oder mir schreiben je nachdem das ist alles jetzt so absurd gerade eben okay es macht Sinn Bataillone nicht über 100 Leute zu haben okay naja es bringt dir halt überhaupt nichts einfach also es bringt dir im Vergleich zu anderen Spielen hier leider überhaupt nichts Truppen zuzuschmeißen also das hat einfach keinen ja jetzt doch mal mit dem Hotjoin wenn es schief geht machen wir dann den Rehost ne jo ja bitte nichts drücken okay ich drücke nichts mehr wollte mich gerade um die Wirtschaft kümmern ich kann die aber nicht verkleinern die Generalsachen ne das ist das was du nicht kannst das große Problem ist du müsstest jetzt eigentlich dann wenn du der Meinung bist ich will einen bestimmten General nicht mehr haben dann müsstest du ihn feuern das sorgt aber dafür dass die politische Partei zu der er gehört das richtig richtig mies findet ich kann einfach einen zweiten ich kann im selben Land setzen und dann zieht er automatisch von den Truppen das kann man auch machen ja nichts mehr drücken wurde gesagt ja nur eine Sache drückt ich wollte nur gucken ob das funktioniert das wäre dann ja drücken heiß drücken heißt in dem fall glaube ich eher dass man nicht noch irgendwelche klicks machen soll im sinne von bau dieses bau ja ja so aber gucken kann man natürlich schon okay stein war verlassen das das wird dann gehen wir mal raus re host ei 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 sagt auf jeden fall interessante wendung ja so kann man auch einen krieg gewinnen einfach den gegner kicken genau das finde ich den besten weg oh man oh man also so habe ich mir den starten noch nicht vorgestellt aber hey direkt der erste Weltkrieg ich mir auch nicht was heißt Weltkrieg das ist ja in der damaligen zeit ja sogar total üblich gewesen solche sachen ich bin bloß überrascht dass ausgerechnet der russe mir jetzt in die flanke fällt weil mit dem habe ich eigentlich versucht gleich von anfang an frieden zu haben also vom russen war ich überhaupt nicht irgendwie interessiert mich wundert das auch denn eigentlich bringt es ihm ja gar nichts ihm da zu helfen der schwede aber auch also der schwede wobei der schwede möchte vielleicht dass preußen stark wird und ihnen hilft aber wenn der russe jetzt preußen hilft dann würde ich mir als schwede doch verarscht verkommen weil der russe will doch garantiert schweden ja das verstehe ich halt auch nicht dass da zwei gegensätzliche fraktionen gerade zusammen in einen krieg ziehen das macht wirklich nicht so viel sinn also russland will ja von mir zwei länder haben das ist offensichtlich und das man sieht schon da sind verhandlungen gelaufen aber das sagt mir halt auch gleich schon wie ich den russen zu sehen habe und dementsprechend weiß ich dass da eigentlich ich bin so kurz davor eine haresbreite ihn zu rivalisieren also also warum nicht ja das ist momentan wirklich eine greedy sache vielleicht vielleicht müsste man auch mal versuchen in übersee ich weiß nicht wie steht ihr als franzose zu den briten die briten rivalisieren uns also ich habe da gar nicht so aktive interessen den briten ans bein zu pissen denn sie haben glaube ich schon ihre fäden überall drin und aber der brite ist mir nicht so freundlich gesinnt wie andere ich verstehe wie steht ihr zu den amerikanern habt ihr nicht historische freundschaften mit den amerikanern ja mit den amerikanern hatten wir noch nicht so viel kontakt es sind eher die spanier und italiener die wir freunde nennen und ihr natürlich ja das sehe ich auch so mit spanien stehen wir auch sehr gut wir sind ja schließlich alles gute katholiken genau was haltet ihr von der idee den amerikaner einzuladen weil ich glaube nach diesem krieg ist das letzte wort noch nicht gesprochen warum nicht warum nicht ich habe gegenüber dem amerikaner keine schlechten verhältnisse wir regen haben einen regen handel und da sehe ich keine sachen die dagegen sprechen es gibt noch keine neue lobby oder ne noch nicht noch nicht noch nicht also ich sehe auch dass er am nächsten posten wurde an den kutscher an der stelle bei gelegen ach ne der kutscher hört uns gerade eben gar nicht der hat sich sogar gemutet also nicht nur gemutet sondern ja vielleicht eruieren sie gerade wie sie es retten können naja guck mal da ist doch was möglich ja probieren wir es jetzt mal wir versuchen beizutreten immerhin sind sie was die passworte angeht variabel ja vielleicht wurde es ja geleakt ja vielleicht die id ist da sehr gut an den diplomatischen dienst wir haben es gesehen dankeschön atlantis wenn möglich wir würden gerne mit dem amerikaner gesprochen haben sogleich oder nach ihrer auseinandersetzung weil sie wirken ja schon sehr nur schon jetzt gleich also ich glaube ich weiß nicht wie es um euch steht werter französischer könig aber ich glaube wir haben besprochen wie wir strategisch vorgehen wollen ne pommern und so möchtet ihr sonst mit dem amerikaner reden und ich werde mich nochmal mit dem italiener kurz schließen denn das war ja auch ein anliegen derer dann machen wir das dann machen wir das dann spreche ich mit dem amerikaner und ihr sprecht mit dem italiener finde ich gut dann soll ich sie in einen separaten raum bringen und einen weiteren diplomaten hinzuziehen das wäre optimal danke dann werde ich sie schon mal in ein weiteres Zimmer geleiten und einen weiteren diplomaten anfordern danke ja moin ey so wir sind in frankreich wir machen jetzt mal nix wir haben hier unsere front wie sollen wir hier so wenig weil einer komplett abgezogen ja ich habe ihn abgezogen hier unten hin genau das ist noch alles drin in neun tagen ist er hier und wir können mit unseren beiden schiffen hoffentlich gleich eine marine invasion machen ah ja die szene durchaus durchaus meine freunde es tut mir sehr leid nun alle sind da hier ist der könig aus beider sizilien es freut uns dass wir diese kurze atempause in dem krieg nutzen können für ein gespräch wir haben ein paar sachen glaube ich zu besprechen ja es ist alles sehr wild in dieser welt in mitteleuropa herrscht krieg ohne ende es werden leben genommen für eine kleinigkeit in meinen augen da scheinen kriegstreiber am werke zu sein auf preußischer und russischer seite diesen unnötigen krieg hier zu führen aber was will man machen ja stimmt wobei man natürlich auch überlegen muss österreich hat frankreich in diesen krieg hineingezogen nicht wahr durchaus und ich habe auch schon auch zu eurem vielleicht positiven entwicklung die lombardei schon mit angesprochen und auch ein weiteres ich sag mal freundschaftliches verhältnis mit österreich ausgebaut das freut uns sehr zu hören wir hatten zwischenzeitlich auch mit österreich gesprochen und dies schon so nun anklingen lassen dass dies das mindeste wäre was wir bei einer einigung wie sie auch immer ausschaut erwarten würden aber natürlich langfristig muss die medizin frage dann auch noch geklärt werden aber da sind wir zuversichtlich ausgezeichnet wir wollten zwei mein hinweis an dieser stelle vielleicht nicht direkt zu viel angreifen sondern erst mal mit dem ersten land lombardei genügsam sein denn ich glaube der österreicher fühlte sich etwas bedroht und naja überrumpelt mit zu vielen forderungen ich glaube es wäre klüger ihn da nicht so zu forcieren ich verstehe dies natürlich wir werden uns gerne auf die lombardei erst einmal beschließen das problem war eher dass der österreicher aus dieser anfrage direkt ein langfristiges bündnis für alle zeiten machen wollte was dann natürlich für uns bedeutet dass wir dann dass es fragwürdig ist was mit venezien und den weiteren gebieten passiert die uns interessieren aber gut wir werden es versuchen erst einmal in einer abgemildeten form zu lösen nur mit der lombardei sehr schön wir wollten einerseits fragen ob wir mit den werten franzosen sobald es möglich ist das wird noch ein paar jahre dauern einen handelsvertrag schließen können sobald wir ein paar dinge mit der zollunion italiens geregelt haben das wäre das eine was wir fragen wollten ja natürlich das ist auf jeden fall machbar ja sehr gut sehr gut dann wollten wir bezüglich nordafrika ein paar sachen abklären und zwar wollen wir hier langfristig unsere ambitionen ebenfalls ausbauen zur sicherung der stabilität im mittelmeerraum wie steht denn da frankreich dazu meine ambitionen liegen lediglich noch in tunis aber auch in ägypten was sich aber sonst auf nicht viel mehr was natürlich trotzdem noch viel ist aber ich müsste auch nicht über ganz ägypten mich erstrecken sondern es würde mir da ein kleiner teil reichen das freut uns zu hören wir haben durchaus interesse an tripolitanien das ist ja eine recht unwichtige Provinz für euch sicherlich viel wüstengebiet aber das grenzt auch sehr schön an sizilien an das würden wir äußerst gerne langfristig vom osmanen uns holen und wenn sie das gebiet ägyptens ansprechen nun sagen wir mal so wir hätten ein gewisses interesse falls es sich ergeben sollte was unter ägypten bedeutet und wir würden uns durchaus mit unter ägypten und eventuell dass es noch schöne grenzen ergibt matru sehr glücklich schätzen wenn frankreich den rest der küstengebiete ägyptens haben und erhalten möchte sollte es je zu einem konflikt dort kommen das könnte ich mir durchaus vorstellen beziehungsweise in kenia würde ich mich aber auch schon sehen also wir haben ja an der ostküste auch eine kleine siedlung und die soll natürlich nicht untergehen auch wenn großbritannien da gerade sehr am sich verbreiten ist vermutlich am abschneiden von uns beiden so habe ich die befürchtung darüber möchte ich noch gleich reden über kenia hatte ich noch gar nicht gesprochen ich weiß nicht ob es vielleicht ein missverständnis gab mit mit unter ägypten hatten sie da irgendwie was verwechselt ach unter ägypten ich dachte unter ägypten ich verstehe entschuldigen sie nein es geht um die provinz die provinz unter ägypten wo kairo liegt entschuldigung äh unter ägypten wo kairo liegt dort würde ich auch gerne fuß fassen um das äh doch sehr ähm nachgefragte opium ähm ja das ist auch das interesse italien erwerben äh da ja oberägypten und mittelägypten beide doch recht gesegnet sind mit äh opium äh beziehungsweise auch südägypten glaube ich ja könnte ich mich darauf einlassen ähm äh da ich den sinai begehre würde ich jetzt einfach mal vorschlagen kairo noch zu nehmen da es direkt daneben liegt und ähm ihr bekommt die beiden südlicheren regionen wo mindestens wenn nicht sogar noch mehr opium zu holen wäre wäre das in eurem sinne darauf können wir uns verständigen dass es dann mittelägypten wäre äh was in erster linie in unsere hand fallen würde und gegebenenfalls noch äh oberägypten diese gebiete durchaus allerdings müssen wir uns äh bestimmt darauf einstellen dass der Brite uns in ägypten wenn es so weit kommen sollte nicht so einfach gewähren wird und das ist das letzte problem was ich mit ihnen besprechen wollte ähm es gab schon ein paar erste aneckungen der Brite äh nun hat uns aufgefordert dass wir in Zukunft wirklich jedes mal konsultieren bevor wir irgendein gebiet in der welt vor allem in afrika erobern oder kolonisieren ähm er war nicht so angehalten über unsere expansionen in ostafrika das könnte noch zu problemen führen hingegen sein bündnispartner portugal lässt der große gebiete afrikas ähm erobern und für sich vereinnahmen ich verstehe das ist mir auch schon aufgefallen und ähm scheine also portugal scheint da sehr geduldig zu sein von den engländern irgendwie irgendwie werden sie glaube ich unterschätzt an der stelle und sie versuchen mit großbritannien sich jetzt hier zu vereinen das das stimmt das sehe ich ich gehe davon aus dass es geheime absprachen zwischen Portugal und Großbritannien gibt wir müssen damit rechnen dass das mehr oder weniger wie ein bündnis zu sehen ist die zusammenarbeiten werden sollte es hart auf hart kommen und so werden die Briten und Portugiesen scheinbar immer mehr Land vor allem auch in Afrika für sich beanspruchen und ich sehe ja eher Frankreich das habe ich schon einmal geäußert als Rolle der führenden Nation in der Welt und nicht die Briten und da muss langfristig drauf geachtet werden vielleicht sollte nach dem Krieg mit Preußen Frankreich ein gewisses Flottenbauprogramm stärken falls es zu einem Konflikt kommt dass es dort auch gut mithalten kann das klingt doch sehr gut warum warum nicht sehr gut sehr gut nun gut ähm Tripolitanien hatten wir bebrochen eine Marionette des Osmanen äh gut da werten wir sowieso ab wann dieser große Krieg vorbei ist können sie mir denn berichten wie dieser Krieg verlief ich sehe ja schon dass sie sehr früh große Teile Westpreußens besetzt haben äh ja wir haben äh eigentlich schon eine ein gutes Stück erreicht an dieser Stelle jedoch äh scheint es hier zu Problemen zu kommen ähm im Kriegsverlauf da ähm Preußen Hessen gerade einnimmt und das nicht in unserem Sinne ist und wir jetzt doch verstehe meine Informanten berichten mir auch gerade von einer Landung von Ihnen von Frankreich äh das könnte ja unfassbar sein es ist erfolgreich wie wir hörten beeindruckend eine erfolgreiche Landung gewesen aber der Deutsche wird nicht schlafen denn wir brauchen Berlin wir marschieren nach Berlin äh hoffentlich ähm mal schauen wie sich das entwickelt das wäre natürlich vorzüglich wenn unser Plan hier aufgeht und wir Berlin erobern könnten aber der Krieg ist noch nicht durch und äh mal schauen wie sich das gerade entwickelt ja durchaus mein Hochwohl geboren aus Frankreich wenn ich kurz äh eine Botschaft ihres Verbündeten einwerfen dürfte beziehungsweise ihres Kriegspartners natürlich ich wäre sehr geneigt da äh hinzugehen ja äh nee er wollte ihnen lediglich eine Botschaft überbringen dass sie noch äh Bataillone frei haben wie seine Botschafter ihm berichtet haben dass sie noch äh Truppen nicht an die an die Front verlegt haben und er erbittet darum dies zu ändern äh ja ich habe äh das schon geändert und werde auch weiter dort dran arbeiten ähm ein wenig die Fronten zu stärken warum komm ich denn jetzt hier nicht dankeschön dann werde ich sie gleich aufbrechen vielleicht kann ich aber auch rüber zu meinem österreichischen Kollegen natürlich kann ich sie gerne zu meinem österreichischen Kollegen geleiten ich hätte jedoch noch davor eine Frage soll ein Kolonialvertrag auflegt werden oder ist dies nicht nötig ähm doch ich glaube das ist gar nicht so schlecht wenn dieser das was wir besprochen haben festgehalten wird ja gerade die Angelegenheiten in Ägypten sollten vielleicht nochmal äh deutlichst aufgeschrieben werden ja und es schief zu einem Friedensvertrag zu kommen oh wie mir berichtet wurde was ist denn Hessenkassel ist an Preußen gefallen sehe ich das richtig der Österreicher hat nachgegeben oder wie sehe ich das war Hessenkassel unter preußischer Besetzung äh ja war das Hessenkassel war das Kriegssil nicht gefallen Hessenkassel ist nicht gefallen ja dann übrigens zum Österreicher wir sind gespannt was da gerade passiert ist äh nun natürlich äh mein werter König jedoch brüchte ich sie noch kurz um bestimmte Feinheiten des Vertrages äh natürlich bringen sie gerne Frankreich schon äh ab dann zum Österreicher nun gut ich werde den äh französischen König dann danke danke Österreicher sein Digga was ich komme nicht hinterher in einem eigenen Audienzzimmer werter König von Frankreich äh ich weiß nicht wo gerade der Österreicher äh abhängt aber ja das wäre ganz toll ja er ist äh gerade zugegen anderer und ich würde gerne privat mit ihm reden ja nun gut dann werde ich sie in Audienzzimmer 3 führen und äh ich würde dann den König von Beidasezien bitten hier kurz zu warten ja natürlich Boah Leute ich komme überhaupt nicht mehr klar das ist so ein fuck ab hier ich raste aus mehr Geld rasteelreichischer in Stand äh haben sie doch kalte Füße bekommen wenn ich das richtig verstehe ja ich glaube sie haben gemerkt dass nach dem Verlust des Rheinlandes äh wir dann doch mehr Kräfte noch flexibel einsetzen können und nachdem der Schwede ausgestiegen war und das wird wahrscheinlich am Ende ihnen klar gemacht haben dass es vorbei ist ich verstehe ich verstehe und das ist auch glaube ich gut so genau ich kann euch aber sagen dass der Preußen nach wie vor stinksauer auf mich ist ja das kann ich gut verstehen denn er hat ja den Krieg verloren und was gibt es schlimmeres als einen Preußen mit einem eingezwickten Schwanz oh ja das äh diese Witze hat man auch schon bei uns erzählt ihr seid köstlich ihr seid köstlich nun aber unabhängig davon ich habe mit dem Amerikaner gesprochen und er ist unserer Sache zugetan er hat auch kein Interesse daran dass Preußen hier ein Deutschland gründet und dann Europa dominiert schon gar nicht nach dieser aggressiven Vorgehensweise die er beobachten musste ja das kann ich durchaus verstehen und äh ja das wäre doch toll wenn wir in der Sache einen weiteren Verbündeten hätten der auch äh ja zwar keine Manneskraft bereitstellt aber immerhin politisch ein relevanter Mitspieler ist ja und im Zweifelsfall haben die Amerikaner ja auch eine ganz ganz ordentliche Seeflotte sie könnten theoretisch dann natürlich auch solche Anlandungen für uns übernehmen in Zukunft das ist richtig ach das funktioniert auch dass man äh ganz global agieren komplett du kannst theoretisch von Dänemark aus bis nach Australien eine Seeanlandung machen ach das ist ja vorzüglich ja großartig ähm ich werde jetzt versuchen meinen Fuß in Ägypten zu fassen bevor es der Engländer tut ähm und würde mich freuen äh dass ihr das weiter unterstützt ich sehe da ihr nicht mehr als Verbündeter auftaucht sollte das zumindest für mich ein leichtes sein und hoffe dass der Engländer dort einfach wegschauen wird natürlich ähm das mit dem gegenseitigen Bündnis halten wir weiterhin geheim also wir werden jetzt keinen Kontrakt schließen das ist ein geheimer Kontrakt nach wie vor richtig absolut absolut ja gut sehr gut dann wünsche ich euch noch viel Erfolg in Ägypten und äh holt euch keinen Sonnenbrand vielen lieben Dank auch äh Ihnen alles Gute ein Kutscher bitte also es soll kein Vertrag niedergeschrieben werden ein geheimer Vertrag also der nicht öffentlich ist also es soll ein neuer Vertrag aufgesetzt werden oder es soll der wir haben ja diesen Vertrag schon den haben wir ja schon länger ja genau wir haben einen geheimen Vertrag der nicht öffentlich für die anderen zu sehen ist natürlich dann führe ich euch hoch werter König von Frankreich ja äh Genosse würde gerne mit Ihnen so schnell selbstmöglich reden da Sie ein dann führt mich gerne zu meinem italienischen Freund natürlich ah wer ist Frankreich ich sehe hier schon einen Krieg gegen Ägypten wollt ihr uns in diesen Krieg mit dem Kriegstiel Mittelägypten denn hinzurufen dass ihr uns dies anbietet könnt ihr ah ihr könnt das nicht weil wir kein Interesse dort haben verdammt da könntet ihr vielleicht noch schnell ein Interesse bekunden knapp werden ich bin gespannt ihr hättet da gerne aber gut ja Entschuldigung das hatten wir vorhin ja soweit besprochen und nachdem wir jetzt endlich Kapazitäten haben um das ganze voranzuschreien voranzutreiben wollten wir natürlich dort auch schnellstmöglich voranschreiten glaubt ihr glaubt ihr nicht dass die Briten intervenieren werden doch aber ich hoffe dass sie gerade in der aktuellen lage so beschäftigt sein werden Belgien bei der eroberung der niederlande zu unterstützen dass sie da nicht genügend kapazitäten haben denn da ja das da scheinen die engländer doch unterstützend Belgien zu Hilfe zu eilen das wäre ganz großartig wenn ja wir haben gleich unser interesse geäußert sie sollten in kürze ah ich bin mir aber nicht sicher ob das noch im nachgang geht schaut ich glaube das geht im nachgang ich habe keine italiener hier das ist äußerst ärgerlich weil jetzt hätten wir natürlich direkt diesen vertrag umsetzen können dass jeder einen teil bekommt ich dachte wir machen das unabhängig voneinander und helfen uns im Falle des Falles aber das wäre ja gut die ägypte haben ja doch eine gewisse armee es hätte geholfen zusammen in einem krieg zu gehen nicht war die flotte bei der Siziliens ist noch nicht die größte durchaus ich verstehe ich verstehe die aktuelle lage da vielleicht könnten wir aber gleichzeitig ein diplomatiespiel starten ich im zweifel weiß ich gar nicht ob sie nicht einfach da du scheiße wie stark sind die da geworden die sind ja völlig op sie haben auch große gebiete aus mahn erobert ja da merke ich auch gerade das wird nicht so einfach werden das ganze mit einer landung doch schwieriger wird als ich dachte ich habe eine idee wie wäre es wenn wir uns auf Tripolitanien auch konzentrieren könnten dann hätten wir eine landbrücke gegen ägypten ja das könnten wir im nächsten fall tun beziehungsweise wenn ich dort jetzt ja einfalle sollte es eigentlich auch machbar sein dass ich ja dort schon fuß gefasst habe das stimmt wenn das jetzt so erfolgreich funktionieren wird ist das hervorragend also da hoffentlich wird unser krieg früchte tragen und ich werde mein bestes geben und ihr werdet beobachten können wie dieser krieg verläuft aus bezeichnet ein mitteilen dürfte mein werter könig aus frankreich ja einige spione mir soeben mitgeteilt dass ägypten durch den krieg mit den osmanen massive engpässe in waffen und munition hat weswegen ihre armee wenn überhaupt 50 prozent ihre eigentliche kampfkraft aufbringen kann das ist aber ein sehr sehr toller hinweis wie kann ich dies genügend wertschätzend wollen sie eine flasche weinen natürlich nehme ich das gerne an aber ich überbringe eigentlich nur die information eurer eigenen spione großartig großartig dann warte ich einfach darauf dass in zwölf tagen hoffentlich meine invasion früchte trägt und ägypten bald zwischen italien und frankreich ein wenig aufgeteilt wird das würde uns sehr freuen wir hoffen dass in einem diplomatischen spiel dann danach sich nicht die briten erholt haben um uns das dann zu verwehren aber vielleicht hilft es uns wenn wir dann schon fuß gefasst haben wir können sonst gerne auch wieder getrennte wege gehen und ich kann mich meiner front hier widmen ja viel erfolg die erste landung scheint ja noch mal abgewert zu werden von den ergyptern aber ich habe vertrauen ich auch ich auch ich werde dann jetzt wieder zurücksenden ja tun sie das danke dammit Alter wie viele Leute die haben werter könig dürfte ich kurz im rahmen der spielmechanik ihnen mitteilen woran ich sehen konnte dass die ägypter nicht die ausrüstung haben ja sehr gerne da ich lerne gerne dazu wenn sie auf das land klicken wo man die fahnen und den herrscher und die allgemeinen übersicht sieht und über die battalion havern steht dort power projection bei der allgemeinen militärkraft und diese zahl ist eine circa berechnung der kampfkraft 150 wenn sie nun das gleiche im eigenen tun werden sie sehen dass sie eine durchschnittliche Bürgerkampfkraft von fast 2000 haben ich verstehe ich verstehe sie können aber auch auf eine provinz gehen wo sie wissen dass dort eine baracke des anzugreifenden landes steht wenn sie da drauf gehen können sie auch dort sehen nicht mit was die produktionsmethode dieser baracke ist sehr schwach und sehr spärlich ich sehe es genau sondern sie können auch wenn sie auf das conscription center gehen sehen dass sie weder kanon noch small arms besitzen in ausreichender menge und sie deswegen ein input shortage haben und deswegen nur 50 prozent das ist natürlich noch viel besser wobei meine erste landung hier anscheinend gerade ins wasser fällt auch wenn da schon 10.000 ägypter gefallen sind aber meine zweite landung scheint zu funktionieren und ich hoffe dann bin ich auch bald im lande hier wurde wieder pausiert können sie mir sagen warum nein leider kann ich das nicht sagen zum thema landungen ich weiß nicht ob sie das schon wissen aber die anzahl an einheiten die landen sind dieselbe anzahl wie schiffe mit denen sie landungen ja das das hatte ich vorhin schon zum glück mitbekommen ja und natürlich die landung hat einen durchschnitt mal die auf angriff und verteidigung von 70 prozent naja immer mit einberechnet ja ich werde sie nun wieder zurück in den ohren sein vielen vielen lieben dank gut mein liebevoller preußischer könig wir ziehen uns unter vier augen zurück und sprechen dort weiter sehr gerne diplomaten kutschieren sie uns irgendwo in einen audienz raum auf auf gut dass ich nicht mit dem preußen zusammen reden muss der ist ja anstrengend gesetzes vorschritt wurde wieder gesenkt wieso können wir nicht einfach die kirche weg machen wieso nicht das wäre ganz großartig so wir sind glaube ich angekommen schicken verstärkung und rödeln jetzt hier völlig durch let's go meine freunde alter der ist aber auch anstrengend ähm so in italien haben wir noch ein paar leute aber das ist nicht so relevant wir werden jetzt hier mit 250 truppen rein jeeten es wird zwar noch ein paar tage dauern aber das wird schon das wird sag ich euch marktzugriff ist gering da wir gerade überfallen werden wenn ich das richtig verstehe achso wir werden aber gerade eskortiert das ist sehr gut wir können aber auch können wir ich hier und wo es werden ja okay ich bin noch ein bisschen stresst ja absolut also ich bin eigentlich bin ich maximal stresst leute ich bin da early ich brauche farbstoff ich brauche fucking stühle wer klaut mir hier die ganze zeit meine stühle die amerikanskis die spanier zocken mir alle meine stühle kann ich es nicht irgendwo okay ich mache einfach insane viel geld damit also 8k 4k allein mit stühlen mache ich fast 15k das ist ja wild klamotten nicht das gleiche okay klamotten könnten wir vielleicht mal noch ein bisschen ausbauen it's time to for a beer ja ich werde auch hoffentlich mal bald ein bier bekommen maximal stresst ja ja absolut weiß gerade noch nicht der krieg sollte eigentlich laufen ich versuche mich jetzt zu fokussieren auf mein reich und hier ein bisschen was auszubauen denn sowohl eisen als auch kohle kann nie schaden wir haben hier rücklagen das macht es auf jeden fall besser hier haben wir keine rücklagen rücklagen aber vor allem möchte ich meine dienstleistung weiter ausbauen und meine kohle weiter beschneiden mega meine forschung für dynamite englische premier zurzeit für sprechen ja gut da ist eine nachricht des italienischen königs ist bin ich mir nicht sicher ob ich es hier allgemein sagen darf deswegen frage ich sie ob ich sie kurz in einer ziehen sie mich so meine freunde wir sind hier am durchrödeln wir greifen weiter an die sind schon bei 33 wir haben uns direkt zwei gebiete gesnackt nämlich die die wir haben wollen es wäre großartig wenn er hier verlieren würde dann hätten wir das schon mal erledigt italien macht gemeinsame sachen mit großbritannien ich glaube nicht glaube nicht dass die italiener mir hier in den rücken fallen das wäre räudig ich glaube nicht das sind ehrbare männer ach das jetzt habe ich es gesagt sprengstoff aus belgien nicht weiter aktiv das ist aber komisch aber wir haben es auch ein bisschen ausgebaut der krieg schreitet gut voran seine truppen schmilzen wie ein solero eis in der sonne mega leute was würdet ihr sagen sollten wir als nächstes forcieren wir fallen etwas zurück hinter großbritannien das nervt mich ungemein großbritannien hat einfach einen sehr hohen lebensstandard und das nervt mich hart ich würde ganz gerne weiter mit dünger gehen aber das ist alles noch so weit weg das dauert alles drei jahre innovation sollte gefördert werden realismus sollten wir mal gucken ob wir uns das nicht gönnen als nächstes aber wir brauchen erst dynamit was ist aus japan geworden japan ist halt so eine mini kolonie die immer mal wieder gold hat ja die immer mal wieder gold hat da sind 5000 leute es ist eigentlich scheiße wir müssen entweder russland das abzwacken oder ja es wird halt vor sich hin dümpeln ach ihr wollt mich doch verarschen minus 15% können wir das nicht jetzt einfach mal durchdrücken please wie also wie oft muss man diesen prozess voranbringen dass das jetzt also ich verstehe es nicht manchmal geht das direkt nach einmal erfolg und mit 30% easy und jetzt sind wir schon beim vierten fünften mal und es ist immer noch nicht durch warum ich verstehe es nicht aber wir haben immerhin hier den äh den Ägypter sehr gut im Griff und ich glaube das wird's in die ach du scheiße wenn der Kreis voll ist 27% Chance auf Success mega wir hatten gerade 50% und das ist halt schlechter geworden unbenutzte Bausachen never ever vorher die 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 klauen mir wieder was hier vorher baue ich hier noch ein bisschen was aus wir brauchen ja alles mögliche wir brauchen mehr Waffen äh von den Preußen ei von den Österreichern lass mal die Österreicher nehmen und weiter ausbauen so also unser Krieg muss auf jeden Fall noch ein bisschen gefördert werden äh ich glaube noch so ein paar hat denn der Herrscher in Preußen einen kurzen Augenblick für mich selbstverständlich mein teuerster selbstverständlich ja wie wäre es mit Audienzzimmer Nummer 3 so trage mich dorthin versuche mal alles so ein bisschen weiter auszubauen ist das Spiel schwerer als Crusader Kings es ist auf jeden Fall anders schwer es ist vielmehr kopf schwer es geht hier weniger um Krieg als um oh mein Gott meine Flotte ist versenkt worden beziehungsweise mein Admiral hat den Löffel abgegeben alkoholsüchtig mega aber einen Kleinbürger will ich hier auch nicht haben eigentlich ach ja komm what should we do was bist du du bist auch ein Kleinbürger zwei Kleinbürger ach du scheiße wir müssen sie halt befördern damit wir hier die Maximalstufe an Flotte bekommen ja der Krieg ist sofort durch der Krieg ist durch wir haben beide Gebiete erobert mega wir brauchen einen Hafen Juchey Jucha Tralala mega so und wir haben jetzt gerade was erforscht warte mal was war das war das Besse Meer nee Destillation das bringt uns leider nix aber warte mal das haben wir schon umgestellt okay Tonnenwerke werfen überhaupt nix ab ja wir können jetzt halt hier mehr Alkohol brennen dadurch wird Glas short und Lebensmittel wird auch schlechter aber mehr Alkohol bringt erstmal mehr the money dann würde ich hier einfach nochmal gucken dass wir ein paar Leute ein paar ausbauen und äh wie geht das dass die Sachen direkt am Anfang der Schlange kommen wenn ich was baue also wenn ich hier auf Gebäude gehe auf das plus alt gedrückt halten dann wird das direkt sofort gebaut habe ich heute auch erst rausgefunden mega also wir haben jetzt hier natürlich Probleme weil wir haben keinen Hafen äh Sinai haben wir auch wir brauchen jetzt ganz ganz viel ähm Regierungsverwaltung denn wir wollen unter Ägypten haben wir sechs Dinger what okay das ist ja mega nein warte mal wie französisch Guayana fuck jetzt habe ich da was gebaut bevor ich das gar nicht wollte egal ähm Gold in Hokkaido entdeckt endlich Gold wir brauchen was bringt Ägypten mein Ziel ist es den Suez Kanal zu bauen und der Suez Kanal verläuft hier durch und das ist mein Ziel genauso wie mein Ziel auch ist Tunesien noch zu bekommen leider ist Tunesien geschützt durch das Osmanische Reich das hat äh ja das ist halt doof aber das kriegen wir auch noch hin mein anderes Problem ist gerade dass hier Großbritannien sich hier unten mit Portugal richtig rein zackt und äh meine italienischen Freunde verdrängt wir haben zu viele kolonien warte mal eins zwei wir haben doch wir haben doch Chinin oder nicht wir haben doch Chinin wieso haben wir durch Malaria ein Malus wait a second wieso haben wir durch Malaria ein Malus wenn wir Chinin erforscht haben Leute können ihr mir kurz helfen das ist ein Bug das ist nicht schwere Malaria das ist eine normale Malaria ich würde gerne einmal noch mit euch privat reden äh sehr gerne muss die Kolonie abbrechen und neu starten wie mache ich das denn und erkleidet uns canceln und neu starten durch wird der gesamte fortschritt bereits kolonialisierte provinzen gehen verloren das aber doof das wäre doch doof oder nicht pausieren reicht auch manchmal wie geht pausieren denn bauen bau sektor und cancel den ach du meinst etwas warte mal ist im multiplayer halt ein bisschen schwierig ich muss immer ins Hauptmenü zurück ja das ist halt echt doof also wir machen das jetzt mal und dann aber das lübt ja gar nicht hier auch das ist genau das gleiche ähm werter König von Frankreich Italien würde gerne eine dringende Unterredung mit ihm machen äh natürlich natürlich äh geleitet mich zu ihm komm komm ähm ähm werter König von Frankreich haben sie noch das Kolonialproblem wenn ja äh dann äh muss ich ihm mitteilen dass äh das entweder äh nur bei Übersicht kann man das pausieren wenn es dadurch nicht äh nicht danach nicht klappt dann müssen sie sie leider abbrechen das ist was heißt bei Übersicht äh pausieren wenn sie auf die Provinz draufdrücken dann haben sie ja da Information Population äh Gebäude und ich musste einfach nur was bauen und das wieder abbrechen das hat geholfen ah okay dann hat das schon geholfen das ist ja mega wild kein Wunder dass meine ganzen Kolonien hier so so crappy unterwegs sind ja das wird leider Gottes bei existieren und Kolonien wird es wenn die Technologie erforscht wird nicht aktualisiert die Malaria Technologie vermutlich genau der Fehler der in der nächsten Version gefixt wurde das ist uns auch bekannt genau kann ich denn weil ich habe jetzt so viele Dinger zwei Stück waren jetzt ja gerade hier ne drei Stück waren sogar quasi nicht existent kann ich die abbrechen und dann behalte ich das Gebiet und kann das später weitermachen ähm nein wenn die Kolonie nicht fertig ist und sie brechen es ab verlieren sie alle Gebiete dort rüber das wäre mega deswegen lohnt sich das meistens eher wenn man einfach jede Kolonie anklickt die man hat und da einfach beim Overview runterscrollt und da auf pausieren und weitermachen klickt oder halt bei jeder einzelnen Kolonie hingeht und einen Bau Sektor baut da ist pausieren ok dankeschön dankeschön vielen lieben dank für die info bitte sehr schweige ich und sie können ihr wichtiges gesprich wobei vielleicht kann der diplomatische dienst auch noch gleich eine frage klären mir ist das nämlich nicht ganz sicher wenn jetzt wir ein diplomatisches spiel gegen ägypten starten kann da frankreich auch wenn es einen waffenflüstern hat mit ägypten auf unserer seite einsteigen in dieses diplomatische spiel nein sie können nur auf seiten von ägypten ansteigen das ist höchst enttäuschend das heißt sollten die beziehungen zwischen frankreich und beider sizilien mindestens neutral sein weil sollten sie schlechter sein kann frankreich ja das ist sowieso klar wir sind ja hier gute freunde das heißt es ist nicht möglich dass frankreich uns unterstützt wenn wir jetzt die ägypte angreifen bis der waffensplitt dann vorüber ist die ägypte habe ich aber gerade schon getestet haben keine starke gegenwehr ich weiß nicht wie groß ihre situation wir haben das unser problem ist die flotte wir haben keine flotte also wir haben zehn schiffe aber das wird glaube ich nicht reichen wir haben ihre landungen ja gesehen die waren nicht alle erfolgreich die ägypter besitzen zurzeit eine gesamte kampflotte von vier schiffen ja uns geht es aber vielmehr um die landung wir können ja lediglich dann mit kleineren armeeverbänden landen weil wir nur zehn schiffe haben und das vielleicht wäre das auch realistisch gegen Ägypten das zu schaffen ist jetzt wäre die situation noch gut gewesen weil die Briten mit den USA im Krieg sind aber ich gehe davon aus dass dieser Krieg bald für die Briten ausgehen wird die USA keinen ihn eindeutigst zu verlieren und dann könnten natürlich noch während das Diplomatiespiel läuft die Briten sich einmischen ich verstehe die Krux an der Geschichte vielleicht könnten wir es so machen wir warten bis der Waffenstillstand mit Frankreich vorüber ist ich würde doch sehr gerne auf die Möglichkeit zurückgreifen wollen dass Frankreich uns unterstützen kann sollte es notwendig werden also 1850 und dass wir dann unseren Krieg gegen Ägypten starten mit der Unterstützung Frankreichs wenn das in Ordnung wäre durchaus das können wir machen da ich ja auch dort schon Fuß gefasst habe sollte das ja kein großartiges Problem sein sehr schön und dass wir dann aber jetzt einen Krieg gegen Tripolitanien führen mit der Unterstützung Frankreichs gegen den Osmanen es könnte sein dass allein schon das dabei sein Frankreichs dazu führt dass die Osmanen nachgeben und Tripolitanien bekommen deswegen würde uns das sehr freuen wenn das möglich wäre das ist eine Marionette können wir das so hinbiegen dass wir diesen Krieg so engagieren dass Tunesien auch in unsere Hände fällt können wir Krieg gegen das Osmanische Reich führen und jeweils ich Tunis bekommen und sie Tripolitanien das müsste funktionieren wobei ist nur Protektorat das eine ist ein Protektorat das andere eine Marionette ich muss gestehen dass ich das nicht sicher sagen kann ich kann gerne nachschauen wenn wir das diplomatisch erobert werden Protektorate können nicht als separat Ziel ausgewählt werden die müssen ein Primärziel sein Protektorate sind nicht direkt runtertan von ihrem Protektor sondern der Protektor hat geschworen diesen zu schützen dafür dass er im Markt ist es ist eine erweiterte Form von der Zollunion das heißt das heißt wenn ich in das Osmanische Reich wenn ich dort zur Hilfe eile habe ich auch einen Friedenspakt gegen das Osmanische Reich danach und kann Tunis auch nicht angreifen richtig ja weil Angriff auf Tunis als Angriffe auf den Osmanen gewertet werden aber wäre das dann nicht nur so wenn es zum Krieg kommen würde also wenn der Osmanen nachgibt gibt es auch ein Nachgeben Kriegsvertrag nach sogar ein Krieg ausbrechen würde verstehe aber gut das wäre natürlich ein gewisser Ausgleich jetzt mit der Ägyptensituation vielleicht wenn sie verstehen ich verstehe durchaus aber woran liegt die Notwendigkeit gegen diese 15 achso weil das der Dude dahinter ist okay wir können es nicht einschätzen ob wir es schaffen können gegen die Flotte es wäre natürlich etwas einfacher meine Bedenken sind wofür brauchen sie Tripolitanien jetzt direkt ich verstehe den Need auf Ägypten denn das Opium ist doch eine sehr tolle Sache muss ich doch zugeben aber Tripolitanien erschließt sich mir jetzt gerade noch nicht direkt nun wir haben ja das grundsätzliche Stil in Tripolitanien Fuß zu fassen an der Küste wir würden wir stimmen ihnen zu wir hätten viel lieber jetzt Ägypten Krieg geführt und an das Opium zu kommen aber das aus genannten Gründen ist das ja leider uns jetzt erstmal für fünf Jahre nicht möglich um zu verhindern dass die Briten da intervenieren Entschuldigung aber die Briten haben einen Waffenstillstand mit den Ägyptern das 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 heißt aber sie müssen dennoch auf Seiten der Ägypter beitreten können oder stimmt das das war das nur gegen gegen die Ägypter können die Ägypter vonlaufen sagen wir mal so nein das nicht jedoch ist dieser sind diese fünf Jahre natürlich schon eine gute Zeit aber ja wir können das auch in Tripolitanien machen ich verstehe durchaus ihre Ambitionen wobei die Ambition in Italien weiter voranzukommen ist nicht priorisiert sondern Tripolitanien würde mehr helfen in Italien sind wir äußerst begehrt daran voranzukommen und da sind wir jetzt tatsächlich aktuell aktiv dabei das jetzt zu machen wir waren ein bisschen festgebunden bis 1846 jetzt können wir tatsächlich deutlich aktiver werden was diese ja diplomatischen Dinge angeht großartig großartig ähm ich kann aber nicht wenn ich Tunesien angreife Tripolitanien für dich rausschlagen weil Tunis das Hauptland ist und ich nicht von dem weil Osmanien ja auf jeden Fall beitritt kann ich nicht sagen Osmanisches Reich gibt meinem Verbündeten Tripolitanien ähm das dürfte gehen aber sinnvoller wäre glaube ich eher Tripolitanien unabhängig werden zu lassen weil so kann das wäre natürlich auch gut das wäre natürlich auch einfacher ja das stimmt alles holen statt nur eine Provinz oder Osmanes gerade auch im Krieg ähm mit Österreich Reich wahrscheinlich sogar raushalten aus Tunis ja guck mal dann hört hört ja das Problem wird aber sein dass dann ein zweites Kriegsziel nicht Erfolg versprechen wird schätze ich mal inwieweit also wie wäre es wenn ich gegen Tunis ziehe Tripolitanien ähm rausziehe aus Osmanischem Reich sobald es nicht zum Krieg kommt bekommen sie nur Tunis und Tripolitanien bleibt beim Osmanen ah ich verstehe ich verstehe wir überlegen gerade ob wir dem ah die ah das Ardenienpimont unterstützt den Osmanen das ist natürlich äußerst ungünstig gerade das Osmanische Reich bietet eine Verpflichtung an wenn ihr gegen Österreich unterstützt ah ne ich verstehe ich verstehe wir könnten es jetzt auch einfach versuchen auszunutzen mit Tripolitanien den Versuch zu starten aber das könnte uns natürlich es ist schwierig einzusetzen wie erfolgreich das wäre wollen wir einfach probieren mit Tunis ja können wir es so vereinbaren wenn dann auch dieses mal dann dadurch ein Waffenstillstand die Folge wäre zum Nachteil beider Siziliens dass wir eine gewisse Finanzierung für kurze Zeit erhalten könnten da unser Haushalt sowieso desolat ist äh das können wir gerne tun ja gut dann starten sie mit Tunis und Tripolitanien freilassen als weiteres Kriegsziel beziehungsweise er kann nicht überprüfen ob er mich hinzuholt für Tripolitanien das geht gar nicht oder? ne ich glaube also das müssen wir gleich mal gucken das Osmanische hat eigentlich schon nachgegeben wenn dann entweder für eine Provinz in Tripolitanien oder halt als Overlord von Tripolitanien ach das stimmt das sind ja mehrere Gebiete das war mir ganz bewusst genau zu sein richtig stimmt wie kann ich Klientelland übertragen ist das ne? ich möchte mich kurz einmal einmischen ähm Ziel vom Diplomaten ist nicht spielinhaltliche Tipps zu geben ah ok mega wie kann ich denn Tunis als Marionette nehmen ist bereits Klientelland eines anderen Landes aber die haben doch nur ein Protektorat und nicht Klientelland I don't get it wie geht das denn jetzt wenn ich Marionette da drauf mache Klientelland eines anderen Landes Protektorat ist ein Klientelland ach du Scheiße das heißt ich kann gegen das Osmanische Reich nur Krieg führen oh Schweden führt es jetzt auch ne ich könnte höchstens sagen gibt beide Länder frei oder? äh Tunis und Tribolitanien ja bin ich mir jetzt auch nicht sicher ich muss jetzt Tunis und es befreien das heißt sie werden dann auch unabhängig ok also ich muss Tunis frei bekommen weil ich kann Tunis ich will es nicht als Protektorat haben ich will es ja als Dominion haben aber ich kann Tribolitanien befreien auch mit reinnehmen in die Kriegsziele das geht ich hab jetzt beide genau mach das doch mal beide drin und du könntest dich auf unsere Seite schlagen ähm aber du kannst mich nicht ja ok ne das ging dann nicht ne wir befreien sie ja erstmal und dann greifen wir sie einfach beide gleich an das Problem ist die Chancen steigen wenn ich jetzt noch auch auf deine ah die Sardinien Sardinienpilmon stellt sich auf Seite des Osmanen was hat denn Sardinienpilmon und da das ist natürlich äußerst ungünstig ähm ja das hab ich fast befürchtet das würde das Bündnis was wir mit Sardinienpilmon haben und die Arbeit die wir reingesteckt haben um sie jetzt in unsere Zollunion zu bekommen äh zunichte machen ein wenig wenn wir da jetzt reingehen und das Problem ist auch wenn wir jetzt in diesen Krieg mit reingehen steigen die Chancen dass der Osmanen ohne Krieg sofort aussteigt und dann würden wir das zweite Kriegsziel auch gar nicht erhalten sozusagen ich verstehe also unsere besten Chancen dass es überhaupt zu diesem Krieg kommt und vermutlich wenn es jetzt so bleibt wie es nun ist als ab sie hier mit 50 Leuten an meiner Hauswand kratzen passt da aus oh die Finanzlage in beider Sizilien sieht nicht so gut aus ungünstig da kommt 10 Leute müssen ja hier nur verteidigen bei uns zu Hause können an die Front alle schicken die wir haben ist das ein Mist ey das ist so aus übelst kompliziert hier Krieg zu führen in der Hinsicht jetzt schon ja dynamit fertig äh mega auch die Front gegen Sardinien Pimont nicht vergessen ja hatte ich schon äh ach ja guck mal lenkt ein da haben wir das doch hab ich mir fast gedacht wir freuen uns über finanzielle Unterstützung Frankreichs das gibt's doch nicht dass sie jetzt keinen Krieg haben wollen ja durchaus ähm das macht's hoffentlich für sie einfacher sicherlich kommt's uns sowieso gerade recht nachdem die Finanzen nicht sehr gut dastehen und wir schon sehr viele Kredite aufnehmen mussten wirklich oh das ist aber unangenehm ja das stimmt dann äh werde ich doch mal schauen wie ich meinem italienischen Freund ein wenig aushelfen kann ach in Zollunion einladen ja das ist ja auch eine tolle Sache ja das versuchen wir gerade bei den Italienern äh zu schaffen versuchen natürlich da ein bisschen mit äh Geld auszuhelfen auch wenn wir gerade im Krieg stehen dürfte dieser ja eigentlich recht schnell äh beigelegt werden Funes möchte uns jetzt bitten äh gegen euch zu helfen höchst amüsant ja das ist mir auch schon aufgefallen dass die äh dort äh euch an ihrer Seite sehen ist Ultra 4 nicht gebaut ey ich raste aus hm ähm, gut, ich glaube, unter den, äh, Bedingungen können wir uns dann jeweils wieder zurückbegeben durchaus, durchaus, vielen lieben Dank für, äh, diese sehr positive Unterhaltung und, äh, ich hoffe, das Geld wird in gute Projekte gesteckt Absolut, in die Einigung Italiens Sehr gut Der Kutscher kann uns zurückbringen Achso, ähm, die Finanzierung, äh, beläuft sich dann auf wie lange, mein Freund? Äh, solange die Güte des französischen Königs es zulässt Okay, das, ähm, werde ich im Hinterkopf behalten Vielen Dank Ich sende Sie nun zurück Danke, danke Vielen Dank Alter Leute, ich bin einfach massiv überfordert Es ist, ich sag, wie es ist, ja Ich sag, wie es ist Ähm, Opium Produzieren wir jetzt ohne Ende Obwohl Ach, die Popbedürfnisse sind so hoch Wollt ihr mich verarschen? Crazy Ähm, wir haben nicht so viel Zustimmung in unserem eigenen Land Das ist schlecht Deshalb sollten wir mal gucken, ob wir Unsere Erlasse etwas reduzieren Damit wir wieder positiv sind Und alle Leute mich mehr mögen Denn aktuell steht mein Volk mir Argwöhnisch gegenüber Und wir haben einen neuen Machtinhaber Nämlich Einen, ach, scheiße Das gibt's doch nicht Ja, doch, ich muss auch was trinken Können mal gucken Inwieweit wir hier Vielleicht ein Gesundheitssystem Etablieren können Zu den Waffen Wir ziehen gegen Tunis in den Krieg Ein Gesundheitssystem Würde Würde helfen Wir haben aber immerhin Immer noch Den Suezkanal on the plan Wir brauchen nämlich Die Landesvermessung Die kostet aber Tausend Bürokratie Und die müssen wir halt Erstmal aufbringen Ich hab immer noch zu wenig Sprenggranaten Wär natürlich mega Wenn wir hier mehr Munition hätten Für unseren Kriegsfall Denn wir brauchen Munition Glaslaternen Ist immer noch zu teuer Wir brauchen Mehr Regierungsdinger Papier ist teuer Weil wir die ganze Zeit hier pushen Ähm König von Frankreich Die USA bittet um eine Audienz mit Ihnen Sehr gerne möchte ich mich mit der USA unterhalten Das ist schon länger ein Wunsch von mir Dann machen wir die Boot bereit Danke, danke Ein wunderschönen guten Tag aus dem sonnigen Washington Hallo Und feuchte Grüße aus dem spritzigen Frankreich Ja, sehr schön Ja, wir haben des Öfteren ja schon vernommen, dass wir Ähm, sehr, sehr, sehr gute Handelsbeziehungen haben Oh ja, das freut mich auch überaus Und äh, ich sehe auch die USA als Einen sehr guten Verbündeten von uns Vielleicht werden wir in Zukunft ja mal eine gewisse grüne Frau bei Ihnen vorbeischicken Aber, äh, wir könnten natürlich auch einen Handelsvertrag mal machen Warum denn nicht? Ja, sehr gerne Wir hätten da noch eventuell ein Fleckchen landfrei Rhode Island In einem, in einer Stadt, die Sie aktuell vielleicht noch gar nicht kennen Das Könnte ich mir das gut vorstellen Das klingt doch großartig Warum denn nicht? Ich glaube, ich komme Sie demnächst mal besuchen Und, äh, bringe die geliebte Frau mit Gerne Wir haben übrigens auch, äh, bereits mit Ihren Freunden aus Österreich gesprochen Insofern es noch Ihre Freunde sind Ich hoffe ja Ja, doch, die Österreicher sind mir doch sehr wohl gesonnen Und, äh, ja, sind weiterhin meine Freunde Und würden gerne eine, ähm, eine Dreierallianz vorschlagen Gemeinsam mit Österreich Im Guten wie in Bösen Zeiten Ähm, äh, inwieweit würde diese Allianz denn aussehen Wenn ich, äh, kurz fragen darf Denn ich, mir ist zu Ohren gekommen Dass Sie, äh, vor nicht allzu langer Zeit, äh, politische Auseinandersetzungen mit, äh, dem Großbritannischen Reich hatten Ähm, insofern diese Allianz zustande kommt Werden Auseinandersetzungen mit Großbritannien kein Problem mehr sein Ähm, dann geht es momentan nur noch um Auseinandersetzungen mit Spanien Ähm, Auseinandersetzungen mit Spanien Die Spanier sind durchaus auch, äh, gute Partner von mir Äh, deshalb muss ich da kurz, äh, reinhören Inwieweit das, äh, sie befleckt Also mir geht es nicht um das spanische Festland Mir geht es lediglich um die spanischen, äh, Kolonien auf dem amerikanischen Kontinent Ich habe an den Spaniern an sich keinerlei Interesse Lediglich an der Ausbreitung der spanischen Krone in Amerika Ich verstehe, ich verstehe, wobei es ja sich gerade auf Mittelamerika, äh, beläuft Wenn ich das richtig sehe Und, äh, eure Sorge ist, dass Mexiko weiter verzehrt wird Vom spanischen Volk, richtig? Genau So sieht es aus Richtig Okay, das kann ich sehr gut verstehen Die Spanier haben gerade auch den Schwanz eingestockt Äh, alle sind raus Okay Haben wir was verpasst? Ich glaube, es wird eine neue Lobby gemacht Wenn ich das richtig sehe Ich vermute, wir haben was verpasst, ja Also Atlantis war sehr kurz drin, hat was gesagt Aber ich habe ihn auch nicht verstanden Verdammt, wir haben zu viel gequatscht in der Zeit, glaube ich Äh, gar nicht schlimm, gar nicht schlimm Dann, äh, werden wir einfach auch, äh, zurückgehen und neu joinen Äh, genau Nichtsdestotrotz sind ja unsere Gespräche trotzdem, ähm, positiver Natur Also beschränkt es sich dort auf, ähm, meinen spanischen Freund Dass er sich nicht weiter gen Norden ausbreitet, sondern eher gen Süden Verstehe ich das richtig? Wir möchten die spanische Ausbreitung eben Amerika grundsätzlich verhindern Der Spanier darf sich gerne in anderen Ländereien ausbreiten der Welt Das ist uns völlig egal Nur Amerika, ähm, da haben wir tatsächlich ein Problem mit Also Mittelamerika auch, sehe ich das richtig? Ja, genau Das heißt Die restlichen, die restlichen Teile der Welt sind uns allerdings, äh, im Moment völlig egal Und auch in Zukunft Das heißt, die, ähm, südlicheren Ländereien, die da schon erobert wurden Wären auch betroffen Genau Wir wollen sie, um das festzuhalten, nicht selbst haben Wir wollen sie lediglich befreien und zu ihrem ursprünglichen Zustand zurückbringen Interessant und dadurch auch, äh, meine Hilfe in dieser Angelegenheit erfragen? Richtig Zusammen mit eventuell Österreich Wenn, äh, auf eurer Seite schon Österreich steht Und ich, ähm, meine Finger aus diesem mittelamerikanischen Gebiet lasse Weder Spanien unterstütze noch sie Wäre das, äh, in ihrem Interesse? Darauf könnten wir uns durchaus einigen, ja Das würde nämlich bedeuten, dass Spanien seine eigenen Bündnisse noch, äh, schließen müsste Und, äh, ich einfach dort meine Finger raushalte Genau Das wäre durchaus eine, eine Möglichkeit, ja Weil sonst streben wir eine gemeinsame, äh, Allianz schon an, um die, äh, wilden Preußen und Russen, ähm, etwas in Schach zu halten Aber, äh, ja Wir würden uns auch, ähm, natürlich sehr gerne, wenn sie Interesse daran hätten, ähm, dieser Allianz anschließen Dass wir eine Dreierallianz bilden, gemeinsam mit Österreich gegen die Preußen Wahrlich wäre unsere Anreise ein bisschen weiter über das Meer Allerdings würden wir mit unseren Truppen selbstverständlich in einem Krieg zur Verfügung stehen Ähm, kurze Frage noch meinerseits, denn, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe Ist ihre militärische Stärke, ich nenne sie, noch nicht ganz ausgereift Ähm, wir haben eine... Sehr große, äh, Möglichkeit, ähm, Reservisten einzubeziehen Dass sie auch aktiv tun Genau, im letzten Krieg sind wir so auf knappe 280, ähm... Okay Das, äh, wollte ich nur vernehmen, denn meine Reservisten werden, äh, eher seltener angefasst Und, äh, die lasse ich in Ruhe Aber wenn das, ähm, wenn bei Ihnen so gehandhabt wird über dem Teich, dann, äh, verstehe ich das durchaus Und dann sehe ich da auch den Vorteil für, ähm, das frankreichische, österreichische Bündnis Das wäre sehr gut Das wäre auch von unserem Vorteil, ein, ein solches, äh, Dreierbündnis dann eventuell anzustreben Perfekt, dann, äh, doch vielen lieben Dank für diese Einladung nach Washington Vielleicht sehen wir uns nächste Mal ja in, äh, New Amsterdam Sehr gerne, sehr gerne Und, äh, auf bald, mein Freund Ja, ich würde dann übrigens Rios, glaube ich, ist auf Ja, ja, hab ich gesehen, danke Ich würde dann übrigens mit ihrem Freund, dem Österreicher, nochmal reden und, ähm, eventuell und ihm sagen, dass sie zugestimmt haben So, dass wir dieses Dreierbündnis damit eventuell, äh, dingfest machen Genau Bis auf diese Randbedingung, ähm, mit dem spanischen Mittelamerika Wo ich dann, äh, leider dann nicht Neutral Genau, neutral zuschauen werde Genau Und, äh, ja, genau Passt Super Perfekt Dann lasse ich Ihnen noch eine meiner besten, äh, Jahrgänge hier zum Verzehren Gönnen Sie sich's und, äh, auf bald, mein Freund Sehr gerne Wir lieben Ihren Wein und Sie können sich gerne eine wunderbare Flasche amerikanischen Whisky mitnehmen Oh, den liebe ich, oh, ja, alles, was ballert, kommt rein, mega, danke Aber nicht nach Spanien liefern, bitte Äh, nein, 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 sie haben ihren Port weiter, das ist ja was ganz anderes Ich wollte gerade sagen, kein Whisky für Spanien Danke sehr Danke, danke Ich hätte dann gerne eine Audienz mit Österreich, ja genau Direkt oder, ähm, alle drei der Allianz anwesend Wenn Frank, wenn es für Frankreich okay ist, gerne auch alle drei Äh, für mich wäre es besser, wenn ich kurz, äh, in mein, äh, zu Hause nochmal zurückkehren kann Und, äh, später dann nochmal mit Ihnen reden kann Alles gut, dann gerne auch Das müsste so oder so später stattfinden, da Österreich derzeit in anderweitig diplomatisch beschäftigt ist Ach ja, okay, super Dann vielleicht einfach später gemeinsam Ja Würde ja passen Ich werde Sie bald informieren, sobald alle drei von Ihnen zur Verfügung stehen Auch bald Das ist sehr lieb von Ihnen, Dankeschön Okay, Leute Äh, wir sind wieder da Wir sind wieder da Wir haben bald unsere tausend fertig Das gibt's doch nicht Wir haben immer noch nicht tausend Wir haben immer noch nicht tausend Ich prüfe, ob er verfügbar ist Wir haben mittlerweile 60 Wochen Wow, shit Aber wir wollen ja auch unsere Armee ein bisschen vorantreiben Ich weiß, da fehlt irgendwie noch diese militärische Mütze von Frankreich Ja, gebe ich euch recht Wir versuchen jetzt mal den Bausektor hier noch ein bisschen zu pushen und nach vorne zu treiben Denn wir haben noch Kapazitäten, äh, in unserem Finanzsystem Um weiter und schneller und besser zu bauen Und ich würde auch gleich mit Spanien nochmal reden Ja, das macht auf jeden Fall Sind der jetzt gerade auch Ne, der ist in der Audienz mit Großbritannien Oh, ganz schwierig Ganz schwierig Mit dem Feind geht er gerade ins Bett Äh, Staaten in Aufruhr Unterägypten ist gerade in Aufruhr Das ist aber nicht so ganz so optimal Da sollten wir vielleicht in Unterägypten ein bisschen durchgreifen Ähm, ähm, ähm Der Aufruhr mit 42% Ein russischer Vertreter bittet um ein Gespräch mit einem, äh, amerikanischen Vertreter Der Russe? Mit dem Amerikaner? Sofern diese Zeit hat Jetzt wird wild Wo wir gerade das Bündnis geschmiedet haben Ähm, äh, 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 ja, wir haben gerade noch Krieg in Tunis. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Und dann haben wir unser erstes Ziel erfüllt. Unser erstes geheimes Ziel hier unten haben wir dann durchgebracht. Ich schaue gerade noch, was könnten unsere nächsten Sachen... Mein Ehrenwerte, Kollege Hans Heinrich, könnt ihr dem amerikanischen Diplomaten ausrichten? Tripolitanien möchte Italien haben. Sehr gut. Und ich möchte eigentlich noch ganz gerne... Italien richtet, beziehungsweise bei der Sizilien richtet aus, dass unser Gespräch mit Preußen auch möglich ist, sobald dann Preußen verfügbar ist wieder. Sehr wohl. Italien jetzt mit Preußen? Ich rall es nicht. Ihr wird nachher gebacksteppt ohne Ende. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon kommen. Wir haben immerhin 217 Bataillone. Wir rüsten gerade auf. Wir versuchen mal ein bisschen... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht sind die Italiener ein bisschen enttäuscht vom Krieg, dass... Ist dem so? Tripolitanien hier nicht in seine Hände fällt. Wir waren gerade mit ein paar Indianern beschäftigt. Entschuldigt, bitte. Wir müssen dort ein wenig Bezeugungsarbeit... Drei Jahre gebunden ist. Ich verstehe das. Wir wären jetzt bereit. Ich werde es den Russen mitteilen. Aber dem Italiener schieben wir die ganze Zeit noch Geld in den Arsch. Also ist ja nicht... 10k sind jetzt ja auch nicht so wenig. Also... Eigentlich verliere ich gerade... Großbritannien beginnt mit der Mobilisierung für... Niger. Where is that? Das ist schlecht. Die haben gerade hier heftigsten Krieg. Das ist schlecht. Die möchte ich ja eigentlich haben. Das ist nicht das, was ich... hier gutheißen kann. Kann ich nicht gutheißen. Das Problem ist, ich kann nicht viel tun, denn ich habe keinen Zugang hier. Also schon, ich könnte hier Großbritannien... Hm. Kann ich fordern, dass Großbritannien mir seine Kolonie gibt? Sind alle hier ins Spiel bereits? Eingreifen. Ja, alles super. Kann ich das fordern, Leute? Nervt der Bart nicht? Nein! Der ist ja echt... Der ist ja echt. Wieso soll was echtes nerven? Aber die Engländer sind mir doch ein Dorn im Auge hier. Italien kann ja die Zeit einmal nutzen, die italienischen Betrebungen hier in der Runde zu beleuchten damit, dass eine Konferenz in Planung ist, die auf jeden Fall noch heute Abend stattfinden wird und zu der bei der Sizilien einladen wird. Oh, das klingt doch vorzüglich. Ich hoffe... Und worum geht es? Es wird vor allem um das Thema der Vereinigung gehen von Ländern, Völkern, Nationen. Ah ja. Natürlich insbesondere dann um das... den italienischen Staat als Musterbeispiel dieser Konferenz dann. Interessant. Kann ich jetzt sagen, nee, ich möchte was anderes? Geht das? Leute, kann ich sagen... Scheiße. Krieg die Krise. Ich kann nichts fordern. Scheiße. Ja, für einen blöden Vertragshafen, ich weiß nicht. So einen blöden Hafen... Hm. Sokoto stellt sich auf die Seite. Das finde ich interessant. Kann ich... Frag mich doch nochmal. Das wäre jetzt gut. Da mal Garan. Ich will da unten Großbritannien weghaben, aber ich kriege sie nicht weg. Das wird halt schwierig, wenn ich nicht direkt mit Großbritannien den Überstress haben möchte. Und das wäre halt... Das wäre halt bitter. Ich will nicht mit Großbritannien hardcore im Krieg sein. Nee, komm. Fick on it. Sollen die machen? Sollen sie sich die Köppe einkloppen? Ich habe eh gerade Krieg. Und ich werde mir einfach... Ja, sollen sie... Sollen sie alle da rüber gehen? Das finde ich gut. Die sollen sich da richtig aufreiben. Mega. Die gehen alle da in den Krieg. Und ich werde mir einfach... was anderes zocken. Was haltet ihr denn davon, wenn wir uns hier... Das weitere Gebiet... Massima wäre noch mega. Weil in Massima gibt es auch noch Opium. Da gibt es auch noch Opium. Massima ist... An sich... Auch eine Million Leute. Dann könnten wir vorher noch den Kong... Das ist mit Ashanti. Da sind auch einige Leute. Da ist mein Senegal. Äh, Kutscher. Äh, ich glaube Preußen. Beziehungsweise das jetzt neu gegründete... Der Norddeutsche Bund, äh... Wollte mit uns sprechen. Seit längerer Zeit. Bitte fragen Sie nach. Ich werde nämlich doch im Kong. Ähm, ich stecke hier gerade im Süden, äh, drin. Obwohl ich eigentlich ja in den Norden gehöre. Wenn ich... Nee, nee. Hör ich in den Norden? Doch, ich bin doch eigentlich eher Norden. Aber ich würde mich freuen, wenn ich mich mit Steinwallen einmal kurz schließen könnte. Aber gerne. Jederzeit. Für unsere französischen Freunde. Bin ich da. Für euch nennst du mal. Mein Freund, wie ist es dir ergangen in den letzten Jahren? Ich hörte, ihr habt euch, äh, vorzüglich in, äh, Mittelamerika ausgebreitet. Ja. Hintergrund ist tatsächlich, dass die Briten, ähm, ihre Linie zum Glück verändert haben. Sie sind nicht mehr so überheblich. Wie es ihm mal war. Das heißt, ihr werdet, äh, weiter geduldet, äh, in eurem Vorhaben. Ja, es gibt da gar keine, gar keine unterschiedlichen Meinungen mehr. Oh, das ist ja hervorragend. Das, äh, wie habt ihr das geschafft? Hm, vielleicht die Tatsache, dass wir sie einmal am Krieg besiegt haben, hat vielleicht ihre Meinung ein bisschen geändert. Das ist doch ganz großartig. Dagegen ist allerdings jetzt der komische Präsident der Vereinigten Staaten ein bisschen angesäuert. Aber gut. Äh, das verstehe ich und, äh, ist mir auch schon zu Ohren gekommen. Und deshalb wollte ich mit euch sprechen, denn... Aha. Ähm, ihr seid ja mein Freund. Und, ähm, da wollte ich euch in Kenntnis setzen, dass der Amerikaner, äh, Ambitionen hat, Mexiko weiter, ähm, zu kontrollieren. Mhm, das ist doch nicht klar. Und vielleicht in Zukunft, ähm, dann auch ein, äh, Besuch bei euch, äh, anstrebt. Inwieweit das zeitlich angeraumt ist, weiß ich nicht. Aber ich konnte, äh, da unserer Freundschaft im Nacken, ähm, eben nicht seinen Willen und seinen Wunsch, äh, erfüllen. Wollte er euch auf die Seite bringen, quasi. Er wollte mich auf seine Seite bringen, falls es da zu einer Eskalation mit euch kommen würde. Aber das konnte ich natürlich, äh, nicht erwidern. Denn ich bin ein Mann der Ehre. Und, äh, ja, wie ihr wisst, wir sind, äh, doch Freunde. Das ist schön zu hören. Habt ihr mitbekommen, dass sie irgendwo anders erfolgreich waren? Wer, die Amerikaner? Ja, ja, genau. Nee, das ist mir nicht zu Ohren gekommen. Nun gut. Okay, ich werde darauf aufpassen. Ja, es wird wahrscheinlich weiter Konflikte geben. Wobei, das ist eine Doppelmoral dort bei den, bei diesen angeblichen Demokaten. Ja, also, also, ich, äh, würde mich freuen, wenn unser Bündnis weiterhin besteht. Aber wenn's in Mittelamerika dort zur Eskalation kommt, würde ich mich raushalten und euch bitten, ähm, vielleicht, äh, für diesen Fall einen anderen Bündnispartner für euch zu gewinnen. Um das dann... Ja, wir haben ja formal gar kein Bündnis, ne? Insofern hab ich mir das schon gedacht. Ja, wir sind aber doch ja Freunde und ich möchte mit meinen Freunden, oh, gut, gut, äh, umgehen. Und, äh, da möchte ich natürlich mit euch reden und, äh, euch auch die Möglichkeit bieten, euch drauf vorzubereiten, bevor ihr überrumpelt werdet von jemandem, der nicht so nah an meiner Seite steht, der ja örtlich einfach ein bisschen weiter weg ist, dem ich aber positiv gesonnen bin. Und, äh, da, äh, weiß ich nicht, inwieweit ihr da noch Vorbereitungen treffen müsstet, um das in Zukunft... Wir sind schon fleißig dabei, unsere Armeen auszubauen und so, ja. Ja, das freut mich doch. Ähm, ja, sonst ist, äh, mein Plan, Nordafrika zu besiedeln, sehr gut geglückt. Also, danke für euer, euer Weggucken, falls euch das überhaupt aufgefallen ist. Ja, wir haben das mit Beobachter. Und, ähm, ja, falls wir da... Das sind ja eigentlich die Verhältnisse der Franzosen zu dem Norddeutschen Bund und Österreich. Ich hab das in Europa nicht so verfolgt. Also, falls ihr das gesehen habt, wir hatten, äh, Krieg mit Österreich gegen den Norddeutschen Bund und Russland und Schweden, der, ähm, dann zu unseren Gunsten ausgegangen ist. Aber der trotzdem sehr langwierig und zäh war. Und, äh, ja, da weiß ich nicht, äh... Der Neuheitdeutsche Bund will sich, glaub ich, wie ein Geschwür durch Europa fressen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber tendenziell sind wir denen eher abgeneigt. Ah, ja, okay. Ja, nachvollziehbar. Ja. Nun gut, aber tatsächlich sind diese innereuropäischen Sachen auch nicht so richtig unsere Angelegenheiten. Nee, das glaube ich, ihr seid ja da doch etwas fernab und, äh... Insofern ähnelt sich das ja vielleicht so ein bisschen. Ja, nee, das passt doch super. Und, äh, ich glaube, wir sind da weiterhin doch. Gute Nachbarn! Ja, hervorragend. Dann viel Erfolg in Afrika und Europa. Dankeschön, dankeschön und, äh, euch auch weiterhin. Bis bald. Bis dann. Okay. Liebe Leute, ich raste aus. Ich habe eine Frage. Wir haben... Was? Also, äh, Goldfluss nach Italien. Habe ich gestoppt, da mein Geld selbst, ähm, etwas, äh, knapp und dünn geworden ist. Aber wir sind ja fleißig am Bauen, das wird. Ähm, ich habe jetzt versucht, für Steinwallen eine Möglichkeit zu bieten, falls er das nicht bemerkt, dass er da nicht überrumpelt wird. Ähm, denn das fände ich, das fände ich mies. Würde mir auch so gehen, wenn auf einmal doch alle Großmächte sich verbünden gegen einen und er sich das in Mittelamerika aufbaut und dann auf einmal voll weggeprashed wird. Fände ich blöd. Wir können jetzt endlich unser Ziel mal etwas verfolgen, nämlich den Suez-Kanal, ähm, hier starten zu kartieren. Das dauert 30 Monate. Jetzt wurde wieder pausiert. Okay. Ich hoffe nicht, dass wieder was kaputt gegangen ist. Aber wir kartieren mal den Suez-Kanal. Um dann hier in unserem Prestige auch ein bisschen weiter voranzukommen. Die Krankenversicherung wird auch irgendwann durchgeballert. Das heißt, wir brauchen noch mehr Regierungsscheiße. Alter, ich raste aus, wie viel Regierungsrummel wir brauchen. Also die 1000 haben wir nachher schon dicke über. Was mich sehr stört. Und, äh, vielleicht könnt ihr mir da in meinem Gedankenspiel weiterhelfen. Ich möchte eigentlich so Koto... ...haben. Aber der Brite möchte es auch. Weil hier sind... Sind die etwa König von Frankreich, die USA, wünschen ein weiteres Gespräch mit ihnen? Natürlich, natürlich. Ähm, vielleicht in einer Minute, dann wäre ich bereit. Sehr wohl. Ähm, ich möchte eigentlich noch populationsstarke Ländereien haben. Deshalb bin ich halt hier hingegangen. Und, ähm, Großbritannien leider auch. Ich weiß gerade nicht, wo viel Bevölkerung noch ist. Sieht man Bevölkerung? Länder, Migration, Militär, Märkte, nationaler BIP. Hm. Hm. Also, sonst muss ich mich hier eher entlanghangeln. Das sind auch immer eine Million Leute, die in Ashanti zum Beispiel sind. Das würde unsere beiden Sachen verbinden. Das wäre jetzt auch gar nicht so verkehrt, oder? Da würde ich mich sehen. Eingreifen könnte hier höchstens die Niederlande, die nicht mehr da ist. Und England. Und England ist gerade nicht in einem Krieg. Oh, verbessert aber meine Beziehung. Ui. Ne, wir verbessern die Beziehung mit denen. Es wird zu einer diplomatischen Versammlung geladen über das Thema Vereinigung der Nationen. Ausrichter ist das Land Italien. Ha. Das Land Italien? Oder, nun ja, äh, Sizilien. Beides in der Zeit. Propaganda. Ich wollte gerade schon sagen. Köpf den Kutscher. Hört, hört. Dann kutschieren sie uns mal alle rüber. Jemand darf auf meinem Schoß sitzen. Lieber nicht. Der Brite muss eh schwimmen. Okay. Wir schweben über das Wasser. Natürlich. Natürlich. Besteht die Möglichkeit, noch einmal mit der Regierung von Großbritannien Kontakt aufzunehmen? Wer fragt. Was geht denn jetzt hier ab? Okay, alle werden gemovt. Ich dachte gerade. Wilde Dinge passieren, ja. Ähm, wird jetzt Pause gemacht für die Versammlung? Out of character, oder? Es wird auf... Nee, müsste auf 1 gestellt werden, glaube ich, oder? Ja. Check. Gut. Perfekt. Die Krone Siziliens hat die Einrufung dieser Konferenz veranlasst. Es soll um das Thema der Vereinigung von Völkern gehen. Daher würde ich auch den König beider Sizilien, die anderen Titel lasse ich da einfach halt halber weg, bitten, seine Intention bei dieser Konferenz anzukündigen. Sehr gerne. Ich würde äußerst gerne eine Rede halten zu diesem Thema. Und es freut mich sehr, dass alle so zahlreich erschienen sind von anderen Herrschern, aber auch von anderen Menschen aus all den Ländern, die jetzt hier in Neapel sich getroffen haben. Meine verehrten Zuhörer, verstreutes Volk Italiens, Vertreter des Auslandes, ich stehe heute vor Ihnen als König von beider Sizilien und möchte über ein Ziel sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Die Vereinigung Italiens und auch anderer nicht vereinter Nationen. Unser Land ist seit Jahrhunderten in kleine, unabhängige Fürstentümer und Stadtstaaten zersplittert, die sich oft kämpfen und gegenseitig schwächen. Aber ich glaube, dass wir eine starke, vereinte Nation sein können, die in der Lage sind, ihre Interessen zu verteidigen und sich zu entwickeln. Als König von beider Sizilien habe ich den Anspruch, diese Einigung zu führen und zu verwirklichen. Ich glaube, dass unser Land die kulturelle, wirtschaftliche und militärische Macht hat, um alle italienischen Länder unter einer Flagge zu vereinen. Ich weiß, dass dieser Weg schwierig sein wird. Es gibt andere Länder, die ebenfalls Ansprüche in Italien haben. Es wird Herausforderungen und Rückschläge geben. Aber ich bin bereit, diese Herausforderungen anzunehmen und unser Land voranzubringen. Ich bin mir sicher, dass ich in meinem Streben nach Einheit und Stärke auf die Unterstützung meines geliebten Volkes in Italien zählen kann. Nun möchte ich mich ganz direkt zu den Herrschern der anderen Nationen in dieser Versammlung wenden. Ich möchte mich stark machen für das Vereinigungsrecht eines Volkes in Europa, welches sich kulturell und gesellschaftlich als eine Einheit sieht, aber die Landesgrenzen dies noch nicht widerspiegeln. Das italienische Volk, wie auch andere große Völker, sollten kein Spielball ausländischer Nationen sein. Es sollte als eine selbstbestimmte Einheit auftreten, verbunden durch kulturelle, wirtschaftliche, politische und nationale Überzeugungen. Ein vereintes Italien wird mehr Stabilität und Gleichgewicht für ganz Europa bringen. Denn es wird stark genug sein, die eigenen Grenzen zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass in Europa nie wieder eine einzige Macht die alleinige Führung übernimmt und diese Region okkupiert. Hiermit möchte ich als aktueller König von beider Sizilien und, so Gott will, auch baldiger König von Italien, den Vereinigungspakt gründen. Länder, die diesen Pakt unterzeichnen, unterstützen sich gegenseitig in den Einigungsbestrebungen. Dieser Pakt ist explizit kein Militärbündnis. Es geht vielmehr um eine wirtschaftliche und diplomatische Zusammenarbeit. Auch schon vereinigte Länder können von den Folgen weiterer Vereinigungen profitieren und ihre Vorteile aus dem Pakt ziehen. Sollte es zwischen Mitgliedern dieses Vereinigungspaktes Streit um die richtigen, richtig vereinten Landesgrenzen geben, ist immer vor dem diplomatischen Mittel des Krieges eine Sitzung aller Unterzeichner des Vereinigungspaktes einzuberufen mit dem Versuch eines friedlichen Übereinkommens. Melden Sie sich im Nachgang dieser Konferenz beim Diplomatischen Dienst, wenn Sie den Vereinigungspakt unterzeichnen wollen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute. Viva Italia! Und selbstverständlich sind etwaige Erwiderungsreden und ähnliches gesehen und willkommen. Hä? Ähm, äh, der norddeutsche König möchte hier einmal das Wort ergreifen. Als ein König eines Landes, das sich aus verschiedensten Provinzen heraus, aus verschiedensten Staaten heraus gegründet hat und dem die deutsche Kultur auch über die Grenzen hinweg noch zu eigen werden kann, möchte ich an dieser Frage die erste stellen, an dieser Stelle die erste Frage stellen, an dem werten König von beiden Sizilien, wieso wir uns einem Pakt anschließen sollten, der uns militärisch einschränken könnte. Wieso sollte dieser Pakt die Länder militärisch einschränken? So wie ich es verstanden habe, wird bevor expansionistische Gedanken verfolgt werden, vorher einen Rat einberufen, ob das nicht auf diplomatische Weise gelöst werden kann. Dies ist nur der Fall, wenn es zwischen zwei Ländern, die Teil dieses Paktes sind, Dreitfragen gibt um Landesgrenzen. Aber wieso sollte ich mir selbst diese Fesseln anlegen? Nun, um Unterstützung zu sammeln, falls sie Einigungsbestrebungen haben, wir als Italiener sehen das als ein großes und wichtiges Ziel an, die Nation zu einen für mehr Stabilität und, ja, für das italienische Volk. So sagt uns dann, wo beginnen die italienischen Grenzen laut eurer Meinung und wo hören sie auf? Denn so wie ich das sehe und vernommen habe, müsstet ihr eigentlich aus reiner Kolanz diesem Pakt gegenüber sowohl Ravenna als auch Bologna, Parma und die Toskana an Österreich zurückgeben. Das müssen sie mir genauer erklären. Wir sehen das so, dass die Völker dort, wo das Volk am meisten wohnt, also beziehungsweise am meisten existent ist, dann ein Recht hat, daraus einen Staat zu bilden. Sprich, zum Beispiel in Piemont, in Parma, Toskana und anderen Gebieten leben Italiener, die sich dieser Kultur zugesprochen fühlen. Und diese sollen sich vereinen. Es gibt zum Beispiel Norddeutsche, die sich eventuell als Einheit sehen. Haltet an, das ist mir durchaus klar, worauf ihr hinaus wollt. Aber die Teile von Norditalien, die ihr ja nun als italienisch deklariert, sind und waren schon sehr, sehr lange Teil von Österreich. Und ich habe irgendwie den müden Verdacht, dass da irgendetwas aufkeimt, in das wir am besten nicht involviert sein sollten. Oje. Ich schließe mich dem belgischen Vertreter an, dieses Sizilien. Also wir haben ja bereits schon in der Vergangenheit über potenzielle Verträge gesprochen. Und tatsächlich ist es nach wie vor so, dass wir uns immer noch König von beiden Sizilien nennen. Ich finde euren Vorstoß in dieser Sache gerade eben befremdlich, dass ihr nun offensichtlich versucht, über unsere Absprache hier einen internationalen Beschluss zu fassen, der nur zum Nachteil Österreichs sein kann. Und es ist geradezu erstaunlich, dass ich in dieser Sache der dritte Gegensprecher erst bin. Und ich muss wahrlich sagen, es ist nicht nur zum Nachteil Österreichs. Denn wenn das, was hier gerade besprochen wurde, tatsächliche Realpolitik wird in Europa, dann wird das einen Flächenbrand auslösen, den niemand mehr unter Kontrolle hat. Ich habe das Gefühl, dass die Intentionen beider Siziliens sehr missverstanden werden, insbesondere von belgischer Seite. Es ist wahrlich nicht unsere Absicht, dass ein Flächenbrand Europas ausgebrochen wird, sondern vielmehr, dass Vereinigungsbemühungen unterstützt werden, die geführt werden. Aber das muss ja nicht ganz Europa betreffen. Es ist nicht mein Anliegen, dass wir hier über etwas abstimmen, was alle in irgendeiner Form einschränken oder regieren wird. Es ist lediglich ein Pakt, der vorgeschlagen wird, dem sich andere Nationen anschließen können, um sich wirtschaftlich und diplomatisch zu unterstützen, explizit nicht militärisch. Und Österreich. Er hat doch alles, was er braucht. Das habe ich soweit verstanden. Aber so wie es aussieht, seid ihr der größte Nutznieße davon. Nun, da die italienische Frage aktuell aus unserer Sicht die Priorisierte ist und die wir angehen, haben wir natürlich diese Idee gehabt. Aber wer stellt denn die italienische Frage außer ihr? Ich fürchte, liebe Konferenz-Verteidnehmer, wir drehen uns hier etwas im Kreis. Gibt es weitere Fragen? Das britische Volk wird sich aus dieser Konferenz zurückziehen. Halten von diesem Vorschlag auch nicht allzu viel. Es sei denn, wir können darüber reden, Gesamt-Amerika unter der Flagge der Amerikaner zu vereinen, denn das wäre ungefähr der Vorschlag der Italiener. Ansonsten würden wir uns da jetzt auch zurückziehen. Wieso? Amerika ist doch zu großen Teilen spanisch. Das ist gerade auch eine Vereinigung. Noch. Noch. Ach, gibt es Expansionsgelüste? Habt ihr das gehört, Welt? Ich sehe das. Ich sehe das. Nein, nein. Ich sehe das. Ich sehe das. Ich sehe das. Ich sehe das. Das war der Spanische Krone. Dieser Vorschlag kam lediglich von der Italiener. Entschuldige, Liebes Belgien. Also ich sehe das tatsächlich eher von der anderen Seite, wo gerade eben jetzt Spanien gesagt hat, dass Amerika hauptsächlich spanisch ist. Da würde ich mich jetzt als Amerikaner bedroht fühlen. Nein, natürlich nur die spanisch sprechenden... Selbstverständlich, selbstverständlich. Was ist da mit den spanisch sprechenden Bereichen in Amerika? In den USA? Wo wird denn da spanisch gesprochen? Vielleicht in dem Teil, den ihr erobert habt, wo ihr gesagt hattet vorher noch, die Selbst... Nun, liebe Spanier, lenken Sie nicht ab. Ihre Worte waren alle spanisch sprechenden Teile, also würde das selbstverständlich auch unsere Teile beinhalten. Somit würde ich leider dem Österreicher Recht geben. Aber wir lenken vom eigentlichen Thema ab, denn das ist genau die Diskussion, die rauskommt, wenn wir dem Vorschlag der Italiener standgeben. Das ist genau die Diskussion, die daraus folgt. Ich sehe das genauso und Belgien zieht sich hier zurück. Dann lassen Sie mich abschließend sagen... Genau, abschließend, nur um das noch mal festzuhalten, waren unsere Bestrebungen in der Hinsicht eher der Natur, dass wir ein vereinigtes Benelux, ein vereinigtes Skandinavien, eventuell ein vereinigtes Deutschland als mögliche Folgen gesehen hätten, die mehr Stabilität und Selbstbestimmung nach Europa bringen. Es war ein Vorschlag, es ist ein Pakt, der nicht alle betreffen sollte und niemand muss diesen Pakt sich anschließen oder dem unterzeichnen. Es war lediglich eine Intention, die wir in die Welt hinaustragen wollten, aufgrund unserer eigenen Wünsche und Ziele im Süden, die auch für andere gelten könnten. Aber wir wollten niemandem zu nahe treten und vor allem auch nicht größere Konflikte auslösen und möchten an der Stelle alle für ihre Zeit bedanken. Dessen wollten die Demokratie ausrufen. Das hört sich doch ganz klar Demokratie an. Ihr habt recht, mein norddeutscher Freund, muss ich jetzt schon beinahe sagen. Ich wollte nur zu der Erklärung damit, mein sizilianischer Freund, mit dem ich bis jetzt gute nachbarschaftliche Beziehungen hatte und es geht ja schließlich auch hier um das Land Österreichs, einfach die Situation vergegenwärtigen, warum andere Nationen hier gerade eben ein bisschen, naja, mit Besorgnis reagieren. Wenn wir diesen Präzedenzfall, und ich bezeichne es als das hier, schaffen, dann müsste sich Belgien Sorgen machen vor Frankreich. Dann müssten sich diverseste amerikanische Länder Sorgen machen vor Spanien und vor Portugal und so weiter und so fort. Das sagt jetzt Spanien natürlich. Ich unterstelle euch das auch nicht, geschätzter spanischer Monarch. Aber die Situation ist nun mal die, wenn dieser Präzedenzfall im Raume steht, wird er in Zukunft auch ausgenutzt werden wollen. Wäre der Gesandte, ich schätze euren Redebedarf, aber sind leider ans Ende unserer Konferenz gekommen und bitte daher die Mitarbeiter des Diplomatischen Dienstes, die Gesandten wieder zu ihren Kutschen zu beleiten, ihre Heimatständer zu verfahren. Können wir noch mal abstimmen? Und natürlich gerne auf bilateraler Ebene noch weiter diskutiert werden. Nein, es gibt keine Abstimmung tatsächlich. Es war wirklich nicht als Abstimmung geplant gewesen. Es war wirklich nur ein Pakt, der ausgerufen wird, den sich Nationen anschließen können. Das kann dem Diplomatischen Dienst mitgeteilt werden im Nachgang. Aber das ist in keiner Form eine Regelung für alle Länder dieser Welt gedacht. Gut. Nehmen Sie ein Eis mit, um vielleicht Ihren Kummer, den Sie bekommen haben aufgrund dieser negativen Sachen, ein bisschen zu verschmerzen. Wir werden das Eis kostenlos für alle Teilnehmer dieser Versammlung zur Verfügung stellen aus Italien. Lieber nicht. Wenn etwas kostenlos ist, vertraue ich darauf nicht. Nennen Sie es Gelato. Wir würden gerne zwei mitnehmen. Nach Amerika. Amerika nimmt gerne zwei mit. Amerika ist so stolz. Ich bitte die Mitarbeiter des Diplomatischen Dienstes, jetzt einmal die gesamten ihre Länder zu verbreiten. Ich möchte bitte ein Seidekissen in meiner Kutsche. Dankeschön. Das wird sich sicher einrechnen. Schade, schade, Schokolade. Das war eigentlich ganz nett geplant vom Gaius, aber ist total nach hinten losgegangen, weil, und jetzt kommt weil... ...Regierung von Großbritannien aktuell zu sprechen. Die ist zu sprechen, ja. Ich würde Sie einmal kurz bitten, unter vier Augen sprechen zu können. Ich muss dann eine Nachricht überbringen. Sehr gerne. Das Problem ist, dass dort... Der König des Norddeutschen Bundes würde gerne einmal mit Frankreich korrespondieren, falls sich die Möglichkeit ergibt. Durchaus wäre da Raum für eine Unterredung. Wunderbar. So reitet die Kutschen. Bringt uns den auch ins Audienzzimmer. Ich bin hier soeben angekommen. Wünschen Frankreich und Preußen eine Audienz? Sehr wohl. Genau. Richtig. Du ein werter französischer Freund, wenn ich es mal so sagen darf. Ich grüße euch recht herzlich. Ich grüße euch. Wie mir scheint, hat sich der Norddeutsche Bund zusammengerafft unter eurer Führung. Das freut mich. Unter meiner starken Faust. Sagen wir es so. Trotz des ganzen Kuchenverzehrs geht es euch weiterhin gut? Mein Vorfahre hat sehr, sehr gerne Kuchen gegessen. Ich bin da etwas pragmatischer und sage, für mich reichen dann doch eher kleine Schnittchen. Ach, das ist doch erfreudig zu hören. Falls ihr noch eine Flasche Wein dazu benötigt. Wir haben immer was auf Lager. Oh, wunderbar. Vielleicht können wir dann zum Schluss darauf anstoßen, wenn es soweit ist, nachdem ich einmal mein. Mein kleines Anliegen vorgetragen habe an euch. Natürlich, natürlich. Was ist dir Anliegen? Nun, unsere beiden Länder sind ja in der Vergangenheit leider auf dem Schlachtfelde häufiger mal gegeneinander geknallt. Und es ist einfach traurig, wie viele Tote und Verwundete es auf beiden Seiten gab. So wertvolles Volk, dass für uns Adelige doch arbeiten kann, schuften kann in der Industrie. Und das würden wir gerne in Zukunft auch vermeiden, obwohl wir weiterhin Interesse an den süddeutschen Staaten haben. Und daher wollte ich gerne mit euch einmal sprechen, ob wir, oder ob es für euch in Ordnung wäre, wenn wir natürlich nur friedlich Baden für uns hinterher bekommen würden. Die Baden? Sie möchten Baden erobern, kriegerisch oder in welcher Art? Ich dachte, sie wollten gerade fragen, ob wir zusammen Baden, aber das können wir auch hinterher erst tun. Diplomatisch nur. Wir wollten nur sicher gehen, weil es an eurer Grenze ist, dass wir hier kein diplomatisches Fauxpas durch fehlgeleitete Artillerie-Schüsse auslösen. Also, solange es diplomatisch passiert, habe ich da vorerst keine Bedenken, dass euer norddeutscher Bund sich bis zu unseren Landesgrenzen dort vorstreckt. Jedoch würde ich es vermeiden wollen, dass an meiner Landesgrenze Schüsse fallen und der Krieg ausbricht, weil das wäre mir zuwider. Vor allem teuer. Ja. Das war alles sehr teuer und auch viele ehrbare Männer sind an unseren Fronten gestorben. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir weiterhin hier in Mitteleuropa etwas friedlicher unsere Runde ziehen. Natürlich, aber eure Männer haben ehrenvoll gekämpft, wie unsere Chronisten aufgeschrieben haben. Ist das nicht etwas? Ja, also das kann ich nur untermauern. Und auch ihre Verteidigung war sehr robust. Wir hatten also unsere Probleme, aber das Ganze ist dann ja, naja, immerhin neutral irgendwie ausgegangen. Und wie ich sehe, nicht zu eurem Nachteil. Nein, durchaus nicht. Wo wir gerade dabei sind, vielleicht noch ein letzter Punkt. Und wie steht ihr denn zu Elsass-Lothringen? Elsass-Lothringen? Ähm, sie meinen die belgischen Staaten? Nee. Fast. Es ist etwas weiter im Süden davon. Also eigentlich hat es die falsche Farbe, wenn man das so auf einer Weltkarte anschaut. Ähm, es sollte eher braut sein, wie der Norddeutsche Bund. Was ist denn fucking Elsass-Lothringen? Zwischen uns beiden. Ich rede von Handel, Geld, Macht. Also, dieser Fleck auf der Karte, der stand gar nicht zur Diskussion, weil es ist mein Gebiet. Und, falls euch etwas in den Sinn kommt, was nur annähernd, äh, dort in diese Richtung geht, könnte ich zumindest drüber nachdenken. Aber, also, das... Ich sag's mal so, ich will euch ja nicht einfach irgendwas wegnehmen. Das wäre ja Diebstahl oder, äh, oder Krieg. Ähm, wie wäre es denn, wenn ich für euch in fernen Ländern ein paar Goldminen finde und diese vielleicht im Austausch an euch übergeben würde? Das ist zumindest etwas, worüber man reden könnte. Äh, inwieweit hat man, äh, also, äh, welche Ländereien, die euch... gehörend würdet ihr denn nachdenken? Äh, ich würde mich gerade noch auf die Suche nach passenden Goldadern machen. Und ich würde auch nicht durchaus mehrere als nur eine Provinz dann anbieten. Allerdings in Übersee. Also, weit weg von uns. Also, ihr könnt euch zumindest, ähm, demnächst mit einem Angebot zu mir begeben. Aber das müsste schon fantastisch so, fucko, matico sein, damit das zu Skande kommen würde. Hm, ich verstehe, ich verstehe. Ich möchte euch aber im Vorfeld schon mal als Zeichen meiner vorgehenden Freundschaft anbieten. Sollte es irgendwann mal dazu kommen, dass ihr in Nöten seid, in der Petrolie seid und Hilfe braucht, dann schaut doch immer gerne Richtung Norddeutschen Bund und wendet euch vertrauensvoll an uns. Das freut mich, das freut mich. Und, äh, ja, das werde ich im Hinterkopf behalten, denn eure militärische Stärke ist ja nicht zu verachten. Natürlich. Bei uns zählt Qualität statt Quantität. Haha. Das verstehe ich. Nun denn, vielen Dank für dieses Gespräch, ehrenwerter König aus Frankreich. Und, Kutscher, bringen Sie uns mit Seitenkissen zurück, äh, zum Kuchenessen. Natürlich. Ich denke, hier wurde noch kein offizieller Vertrag geschlossen. Nein, aber Sie können es gerne nachhalten im Stichpunkt. Gerne, gerne. Auf bald, äh, mein geliebter Nachbar. Sehr wohl, auf bald. Meine lieben Freunde, das ist auf jeden Fall etwas, was ich erstmal nicht gutheizte. Ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht gutheizte. Das Gebiet, es geht um Laurent, oder um welches geht es? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich denke, es ist eines seiner Ziele, die er hat. Ich denke, das ist eines der Ziele, die er hat, die ihm, äh, vorgegeben wird. Ach, das ist Elsass Lothring. Okay. Ey, ich habe doch gar keine Ahnung. Also, das, da, da kannte ich jetzt. Ich wusste nur, dass es irgendwo Richtung Belgien, ja, das, das ist daneben, ja. Ja, mein Headset ist wirklich leer, ja. Nach so vielen Stunden? Ach, wenn ich schon seit heute Morgen das anhatte, ist das dann auch mal leer. Ähm, also finde ich schwierig. Wir haben hier nicht so viel drin. Das Gebiet ist jetzt nicht ultra ertragsreich. Mit 1,8 Millionen, ähm, ist es überschaubar. Aber es ist halt mein Gebiet. Es sind 20 Kasernen drin. Okay, das ist nicht so wenig. Äh, ja, also. Ich verstehe jetzt auch, was sein Ding ist hier. Also, Österreich hat hier alle unter seinem Protektorat genommen, wenn ich das richtig sehe. Ja, Protektorat, alles. Äh, ja. Ja, also, äh, ich wüsste nicht, was er mir da, äh, bieten kann, um mich hier zufriedenzustellen. Aber wir haben bald unsere Suez-Kartierung fertig. Wir sind auf bestem Wege, äh, weiter Plus zu machen. Und wieso haben wir nicht überall Gusseisenbau? Das stört mich jetzt. Ähm, in der Normandie und Aquitanie können wir nochmal ein bisschen ausbauen. Unsere, äh, Baumaschinerie sollte doch hier ein bisschen vorangehen. Wir haben Kapital. Wir haben Manpower. Wir brauchen jetzt nur noch die Gebiete dazu. Und mein Ansehen ist hier... Was habe ich da gerade gesehen? Nee. Mein Anliegen ist hier zum Beispiel an Ashanti. Denn Ashanti hat immerhin 600.000... Nee, ganz Ashanti will ich haben. Ganz Ashanti hat immerhin 1,2... Äh, Millionen. Kolonialisierung von Senegal abgeschlossen. Meine Kolonien werden langsam alle fertig. Und ich komme nicht mehr hinterher. Neue Gebiete zu erobern. Das im Osten juckt mich langsam gar nicht mehr. Hier ist Großbritannien. Äh, Italien hat mich jetzt auch eingekesselt. Finde ich ein bisschen frech. Äh, das ist auf jeden Fall nichts, was mich glücklich macht. Das ist ein... Okay. Nee, wir sollten nicht unsere Interessensgruppen weiter verprellen. Denn wir haben jetzt nicht die besten Beziehungen zu unseren Parteien. Ich werde wieder irgendwo hingezogen. Okay. Nee, Leute werden hier reingezogen. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Es gibt keine Gewinnbedingungen für das Event. Es geht einfach nur darum, Spaß zu haben. Und, äh, that's it. Ähm, Start. Ich würde Ost-Mali gerne haben. Ich würde das wirklich gerne haben. Wir haben sogar eine Front hier. Warte mal. Wir haben jetzt sogar eine Front hier. Krass aus. Dann let's go. Hat England gerade Krieg? England hat gerade Krieg gegen Mexiko. I like. Das heißt, ich kann hier easy peasy Ost-Mali mir gönnen. Und werde da eigentlich nicht behelligt werden. Wir sollten Kriegsziel noch hinzufügen. Timbuktu noch mit dazunehmen. Dann haben wir das ganze Land. Let's go. Wie anstrengend. Ich würde sehr, sehr gerne mit Frankreich sprechen, wenn das geht. So höflich zu sein. Ja, es ist wirklich anstrengend. Aber hey. Was sollt. Ähm. Es ist halt Roleplay, ne? Und, äh, man muss auch ein Charakter sein. Äh, ja. Wir können gerne eine Unterredung starten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm. Können wir uns dafür wohin schicken lassen? Sie haben, äh, wolltet die USA gleich mit? Wollen Sie die USA gleich mit? Nein, 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 nein. Nicht die USA. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall die USA. Erstmal nur mit Frankreich. Ich muss das mit Frankreich klären. So werden wir dann angekommen. Ich wünsche eine freudige Unterhaltung. Ich danke. Äh, geschätzter französischer Amtskollege. Hallo. Äh. Oh, ihr seid jetzt Ferdinand Philippe d'Orléans. Äh, mein Beileid. Das, euer Vater offensichtlich und so. Ja, da macht man nichts. Das ist Schicksal, aber hey. Das kommt vor, ja. Ich bin ja auch schon alt. Äh, ja. Wir werden alle nicht jünger. Ihr seid in einem Bündnis mit, äh, den Amerikanern, wen ich das richtig sehe, ne? Äh, in einem, äh, Bündnis ist jetzt ein großes Wort, aber, äh, in einem. Positiven Bestreben, ja. Gut. Die Sache ist die, äh... Also, mit, mit euch, also, äh, eigentlich war der Deal mit euch zusammen, äh, ein mehr oder weniger Bündnis zu haben. Beziehungsweise, ich kann in gewisse Dinge, die den Amerikaner betreffen, nicht einschreiten. Wie meint ihr das nicht einschreiten? Auf dem amerikanischen Kontinent habe ich, äh, keine Aktien drin. Falls da was passiert, äh, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Das ist, das finde ich sogar völlig in Ordnung. Wenn das völlig egal ist, ist es mir auch egal. Ich wollte euch einfach lediglich darüber in Kenntnis setzen, dass, äh, ich zwar ursprünglich ein Gespräch mit dem Amerikaner geführt habe, mit ihm gemeinsam gegen Spanien zu kämpfen, damit er quasi in den USA oder in Amerika agieren kann. Also, der Amerikaner. Aber, ähm, der Spanier hat nun, ähm, mich an unsere altes Bündnis erinnert, hat noch ein bisschen was obendrauf gelegt und ich denke, uns Europäern ist Europa doch sowieso viel näher, richtig? Da bin ich, äh, ganz ihrer Meinung und, äh, habe auch schon mit Spanien da, äh, so eine ähnliche Übereinkunft. Das ist doch fantastisch. Die Sache ist die, äh, sollten wir den Amerikaner darüber in Kenntnis setzen? Äh, ich habe dem Amerikaner zumindest, äh, damals in unseren Verhandlungen schon gesagt, dass ich ihn, äh, weder unterstützen, noch feindlich gesinnt sein werde. Gut, dann, äh, werde ich ihm das jetzt so ähnlich sagen, nur mit dem Unterschied, dass ich gezwungen wäre, dann gegen ihn zu kämpfen, weil ich ein Bündnis mit, äh, also ein Defensivbündnis mit dem Spanier habe. Das, äh, wird er bestimmt verstehen und, äh, nicht als Problem sehen, denn, äh, äh, da könnte ich mir vorstellen, dass, äh, dass er sich andere Bündnispartner wie den Engländer geholt hat, der ihn da unterstützt. Okay, sehr gut. Dann, äh, sind wir da auf jeden Fall auf einer Linie. Gut, dann, äh, dann war es das eigentlich auch schon. Ich will euch eigentlich auch gar nicht weiter eure Zeit stehlen, mein Bester. Ja, gar kein Problem. Äh, ich hoffe, in, äh, eurem Gebiet scheint es, äh, zu florieren. Der Norddeutsche Bund hat mich angefunkt und, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass unser Bündnis, äh, irgendwann in Zukunft nochmal gefordert wird. Denn der Norddeutsche Bund hat Bestrebungen verkünden lassen, mich anzugreifen in der Zukunft, äh, beziehungsweise etwas von mir haben zu wollen, was er ertauschen möchte. Aber das kann ich eigentlich nicht zulassen. Von daher, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, ich sehe schon, ja, ja. Ihr habt uns geholfen in der Stunde der Not. Wir werden euch in der Stunde der Not helfen. Das freut mich sehr, dass unsere, äh, unsere Freundschaft da immer noch, äh, auf der gleichen Augenhöhe, äh, stattfindet wie zuvor. Und, äh, ich hoffe, dass wir da weiterhin, äh, gut zusammenarbeiten hier in Mitteleuropa. Was ist eigentlich aus dem Italiener geworden, ähm, mit seinem, äh, ja, mit seiner Bekundung, dass er dort sich etwas wünschen würde? Ähm, wie standet ihr dazu? Ich bin ja durchweg dem Italiener positiv gewillt, äh, zu helfen. Aber ich habe da vernommen, dass ihr da nicht ganz, äh, in dieser Richtung plädiert. Also, mich hat lediglich überrascht, wie der Italiener, nun ja, die Gespräche, die wir auch zu zweit geführt haben, hier, äh, ohne mich darüber vor euren Kenntnis zu setzen, auf ein neues Level zu heben. Äh, das hatte mich auch sehr verwundert, also, da bin ich ganz bei euch, äh, da teile ich ähnliche, ja, ein ähnliches Schicksal. Es war ja eigentlich ganz gut abgestimmt zwischen uns allen, aber, äh, auf einmal wird das, äh, doch ein, eine große Runde. Und, ja, das habe ich nicht ganz verstanden, was da das Ziel dieser Unterredung war. Aber, ähm, weiterhin bin ich meinem italienischen Freund natürlich positiv gestimmt, aber wollte hören, wie ihr meinem Freund gegenüber noch steht. So, ich stehe ihm gegenüber nach wie vor positiv gegenüber. Ich bin auch bereit, also, ich habe auch tatsächlich schon die ersten Schritte eingeleitet, um die Lombardei an ihn abzutreten. Er ist seit dem Ende dieses Schicksals. Hört, 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 mein Freund! Ja, also, ich habe bereits angefangen, die ersten Waffenfabriken, ihr dürft nicht vergessen, meine hauptsächlichen Waffenfabriken liegen nun mal in der Lombardei. Ähm, ja. Habe ich nach Österreich, beziehungsweise nach Ungarn verlagert. Und, ähm, ja, wundere mich tatsächlich darüber, dass er derzeit nicht bereit ist, oder nicht willens ist, nochmal mit mir über dieses Detail zu reden. Er redet dann statt der Lombardei lieber gerne gleich direkt über Venezien und so weiter und so fort. Ah, ich habe ihm schon tausendmal gesagt, er soll seine Zunge zügeln. Aber das sind die losen Zungen der Italiener, die einfach aussprechen, was sie denken. Das Temperament. Ja, ich weiß auch nicht, das ist nicht immer so smart, aber verzeihen Sie ihm da seine Forschheit. Er ist halt noch unerfahren, aber, äh, nichtsdestotrotz ist er ein guter Mann und ich werde ihn nochmal aufsuchen und nochmal mit ihm reden, dass er doch vielleicht eher die Etikette der großen Herrscher berücksichtigen soll. Und, äh, er hat halt noch viel zu lernen als aufstrebende Macht. Was will man da? Also, da muss man ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Und solche Leute an die Hand nehmen und deren Schicksal schmieden, um daraus ja auch vielleicht die ein oder anderen positiven Dinge für sich zu ziehen. Da bin ich voll und ganz eurer Meinung, mein Bester. Ich finde es schön, dass wir hier so einhellig miteinander über so etwas sprechen können. Und auch ich stehe nach wie vor Sizilien positiv gegenüber und bin, wie gesagt, bereit, mit ihm zu verhandeln. Das freut mich sehr. Ähm, wieso haben wir eigentlich keinen Handelsvertrag, mein Freund? Oh, du hast recht. Äh, ich schlag mal einen vor. Das klingt doch hervorragend. Ich weiß auch nicht, was hier los ist, aber das würde doch unsere Beziehung noch etwas mehr festigen. Richtig, ja. Ja, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass jetzt auch die Freundschaft der Völker zwischen Österreich und Frankreich besser blühen kann. Jawohl. Dann, mein Freund, auf bald und, äh, vielen lieben Dank für ein weiteres leckeres Stück Kuchen. Ja, ebenso, ebenso. Und, äh, falls ein, äh, Kutscher da ist, ich würde jetzt gerne dann doch mal mit dem Amerikaner sprechen, denn ich möchte ihn nicht ins offene Messer laufen lassen. Sehr wohl. Der geehrte Präsident der USA, hätten Sie Zeit für ein Gespräch mit Österreich? Verständlich, sehr gern. Hätte Italien, äh, einen Moment seiner Zeit mir Gehör zu schenken? Selbstverständlich. Uns möge der Diplomatische Dienst in private Audienzräume geleiten. So, was kann ich für euch tun? Mein Freund, ähm, es ist mir, äh, unangenehm gewesen, vorhin in dieser Unterredung mich zu äußern, ähm, ähm, da wir in meinen Augen doch eigentlich schon alles besprochen hatten, um euren Fortschritt in der italienischen, äh, Kultur zu festigen. Und, äh, in meinen Augen war auch mit Österreich da schon der Grundstein gesetzt, ähm, die Lombardei da an euch abzutreten. Und da habe ich sehr viel ins, ins Feuer gelegt, damit, äh, Österreich da, äh, doch, ja, nachgibt und Ländereien, durchaus wichtige Ländereien von sich an Italien abtreten könnte, um, naja, des Volkes Willen. Und, ähm, da war mir nicht ganz ersichtlich, äh, warum das die große Runde gemacht hat, denn es wurden nur andere Leute verprellt und, ähm, naja, die Reaktion, ich hätte nicht gedacht, dass sie so schlimm wird, aber... Das hätte ich auch nicht vermutet. Also, ich muss gestehen, dass ich genauso entrüstet bin wie sie. Ich habe das Gefühl, dass es nach wie vor einfach auch falsch verstanden wurde. Also, auch gegenüber Österreich, ähm, ich verstehe natürlich, dass Österreich sich da eventuell ein wenig, äh, hervorgestoßen fühlt, aber unser, äh, die Konferenz und dieser Vereinigungspakt, der hätte ja nichts, also wirklich gar nichts an den diplomatischen Absprachen mit Österreich aus unserer Sicht geändert. Ganz im Gegenteil, denn das vordringliche Ziel aus unserer Sicht ist für solche Vereinigungen immer die Diplomatie und nicht die Kriegsführung. Deswegen habe ich ja explizit auch erwähnt, dass diese Idee, die ich hatte, nicht ein Militärbündnis war. Das war ja explizit erwähnt worden. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall nochmal mit Österreich sprechen. Ich habe das Gefühl, dass die Idee hinter diesem Vereinigungspakt missverstanden wurde. Das glaube ich auch und, ähm, ich hoffe, ja, dass wir das auch in kleinem Rahmen, äh, regeln können. Ähm, meine Anfrage, wie schaut es mit eurer, ähm, ja, Gründung des Reiches Italien aus? Ist das, äh, soweit vorgelegt, dass, äh, das stattfinden kann? Beziehungsweise würde ich nochmal gerne über Savoy reden und, äh, natürlich auch über Ägypten, denn, äh, mein Kriegswaffenstillstand, äh, ist ausgelaufen. Und ich möchte natürlich meiner, meinem Versprechen nachkommen und euch dort unterstützen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind, äh, kurz vor der Gründung, äh, tatsächlich Italiens, ähm, und hier sehr gut dabei. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir tatsächlich jetzt, bevor noch irgendetwas dazwischenkommt, die Angelegenheit mit Ägypten, äh, fortführen. Und, äh, nach diesem Krieg dann, äh, äh, sozusagen in offiziell, äh, Proklamation des, äh, italienischen Reiches ausgesprochen wird. Beziehungsweise vor der Aussprechung dieses, äh, äh, Italiens wollte ich dringendst dann mit Österreich noch sprechen. Nicht, dass dies negativ aufgefangen wird, sondern ich würde das gerne in Absprache mit Österreich dann sozusagen tun. Ähm, dementsprechend könnten wir jetzt gerne den Krieg gegen Ägypten führen, wie er geplant war. Ähm, mit dem Kriegsziel von unserer Seite aus mit Mittelägypten. Ja, das klingt doch, äh, hervorragend. Inwieweit, äh, würde dann Savoyen den Besitzer wechseln, beziehungsweise die Lombardei steht schon fast bereit, wenn ich das, ähm, nochmal mit meinem österreichischen Kollegen abgeklärt habe, äh, zur Übernahme durch euch. Okay, das wäre wunderbar, wenn das so klappen würde. Ähm, ich weiß nicht. Ob wir das in irgendeiner Form genau festgehalten hatten. Ich hatte das so in Erinnerung, äh, gehabt, wenn diese Vereinigung, die Lombardei und Venezien betrifft, ähm, sozusagen abgeschlossen ist und damit, äh, die italienischen Grenzen vollständig, äh, ja, in dieser Grundform vorhanden sind, dass dann, äh, aus unserer Sicht Savoy eben ohne weiteres an euch abgetreten wird, ohne Verrufenheit oder ähnliches. Also, ich bin ja mehr und mehr engagiert gewesen, die Lombardei an euch übergeben zu lassen von den Österreichern, die doch sehr säuerlich waren und bei denen ich ein sehr gutes Wort für euch eingelegt habe, damit ihr dieses Gebiet bekommt. Auch Venezien habe ich schon platziert. Jedoch möchte ich zu bedenken geben, dass für ein Gebiet ein Gebiet im Austausch, beziehungsweise natürlich noch unsere weitere gute Zusammenarbeit, äh, ja, nicht leiden soll. Warum dann auf ein zweites Gebiet warten, wenn das erste Gebiet doch schon feststeht? Führbar. Ich bin da auch durchaus offen als König, äh, des zukünftigen italienischen Reiches, ähm, da wir das, glaube ich, nicht im Detail dann festgezurrt haben. Dann vereinbaren wir doch einfach jetzt, äh, sobald die Lombardei an Italien übergeben, äh, ist, werden wir selbstverständlich auch Savoye an euch übergeben, um dann auch weiterhin die, äh, gute Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern zu intensivieren, was wir jetzt natürlich als dann baldiges, vereinigtes Italien noch stärker machen können, um euch dann auch zu unterstützen in größeren Konflikten, die eventuell kommen könnten, mit auch einer deutlich größeren Armee und Wirtschaft, die wir jetzt Stück für Stück aufbauen. Das sehe ich ganz genauso und, äh, hatte ich auch genauso im Kopf. Deshalb hatte ich mich gewundert, dass, äh, dass, äh, auf einmal Venetien da so relevant, also, natürlich ist Venetien relevant für euch und, äh, ich habe da auch immer, ähm, gegenüber Österreich erwähnt, dass das, äh, euer Bestreben ist, aber Österreich bittet da auch um Nachsicht, beziehungsweise sind da halt etwas alteingesetzten. Das sind Herrscher, die geben sehr ungern etwas ab, und wenn sie eine Sache abgeben, dann weinen sie umso mehr, wenn sie eine zweite Sache abgeben soll. Also, vielleicht von euch dort ein bisschen Zurückhaltung. Konzentriert euch erst auf das eine und wenn das durch ist und ihr gefestigter Herrscher seid, könnt ihr bestimmt Österreich noch mal entgegentreten und dort nachfragen, ob da denn nicht, äh, noch eine weitere, äh, Transaktion möglich ist. Ja, das werden wir auf jeden Fall so tun. Wir werden uns jetzt auf die Lombardei konzentrieren, aber im Hinterkopf werden natürlich alle Italiener Venetien haben. Wir werden es nur nicht aussprechen und hoffen, dass nach wie vor mit unserer guten Zusammenarbeit dann auch die Unterstützung in der Zukunft, in der ferneren Zukunft Frankreichs, auch für Venetien noch dann vorhanden sein wird. Aber dann machen wir das doch jetzt so, dann machen wir das doch jetzt so konkret, äh, mit Ägypten, nicht wahr? Dass wir das jetzt direkt einmal umsetzen. Ja, das können wir sehr gerne tun. Direkt gegen Mittelägypten, ähm, als Staat erobern, das, äh, Ganze mal daten, genau. Und, ähm, freuen uns dann auf jeden Fall, sobald das jetzt gleich möglich ist, wenn Frankreich uns unterstützt. Ich gehe mal stark davon aus, dass Ägypten dann, äh, so das so schon aufgeben wird. Aber dann freuen wir uns erstmal über Mittelägypten. Und im Nachgang kann man da dann nochmal so, äh, Oberägypten und Matu, diese, äh, kleineren Gebiete dann, ja, einzeln vermutlich dann abklären noch. Großartig, großartig. Das klingt doch, äh, auch für euch jetzt im Nachgang, äh, es tut mir sehr leid, dass es da so, äh, holprig vonstatten gegangen ist. Aber, äh, naja, was, was will man machen? Ja, aber umso mehr freut es uns, dass Frankreich so erfolgreich die Nordwestküste Afrikas, äh, in Besitz genommen hat und, äh, ja, kolonisiert und das wunderbar läuft. Ähm, die Briten, habe ich gesehen im Osten, haben auch euch extrem abgeschnitten. Sie scheinen jetzt den kompletten Osten in Besitz nehmen zu können. Ähm, vielleicht sollten wir darauf hinauswirken, dass Italien, ähm, äh, Kaffa angreift, äh, um dort noch für uns beide sozusagen in unserer, ich sagen wir mal, Allianz, einen Zugang Richtung Zentralafrika im Osten bestehen bleiben zu können. Was, wie sehen Sie das? Beziehungsweise, ja, dass vielleicht gar nicht so verkehrt ist, dort, äh, Kaffa als Blocker für Ägypten zu bekommen. Denn mein langfristiges Erstreben könnte sein, dass wir Ägypten hier vereinen als, äh, äh, als Dominion in unserem Reiche, nachdem ihr die beiden Gebiete genommen habt und, äh, wir hier im östlichen Teil Afrikas eine gute Symbiose fahren, ähm, genau. Und wir uns abschotten gegen andere Mächte, die hier, äh, die anderen Ländereien erobern wollen. Ja, dies unterstützen wir gerne. Ähm, genau. Tatsächlich ist die Überlegung gerade, die Ägypter scheinen bis jetzt noch nicht einzulenken. Eventuell, äh, könnten wir sogar alleine noch den Krieg führen und das Kriegsziel direkt noch hinzufügen. Wir müssten sogar eine Landung dann vielleicht schaffen können. Die Ägypter sind, glaube ich, sehr geschwächt mittlerweile. Wenn, ja, also eine Stärke von 50, äh, ist nicht mehr viel. Ich weiß nur nicht, ob ihr eine Dominion für mich, äh, hinzufügen könnt. Nee, ich glaube, das geht auf keinen Fall. Aber wir werden schon mal Oberägypten auf jeden Fall noch auswählen. Kann ich denn, wenn ich Krieg gegen die mache, wegen Dominion, ach nee, nachher nehmen die wieder an und dann ist das wieder durch. Verstehe. Ich hoffe, Mato ist ebenfalls noch in Ordnung, da das ja dann direkte Grenzen zu dem Tripolitanien geben wird. Das sind, glaube ich, etwas schönere Grenzen dann. Das ist ja sowieso recht wertloses Land. Was ist Mato? Oberägypten? Links neben Kairo. Äh, das, äh, würde ja das Land spalten und, äh, schlecht sein für... Es hat sich gerade zumindest erledigt. Ach, guck mal. Als würde das Land spalten. Ja, äh, wobei, also wir hätten das eher so gesehen, dass das dann unsere Gebiete mit Tripolitanien verbindet. Das war unser Gedanke dahinter. Verstehen Sie? Mit Tripolitanien. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Und das ist ja recht, ein, also das ist jetzt ein recht wertloses Gebiet. Es geht uns lediglich um eine Verbindung, sodass wir, ähm... Dann hätte ich aber keine Verbindung Richtung Süden und das würde mein Bestreben auf jeden Fall vernichten. Dann könnte ich euch im Süden nicht aushelfen, wenn es da zu, äh, einem Vorfall kommen würde. Nun, sie könnten ja tatsächlich, wie es von ihnen geplant war, das restliche Ägypten dann als ein Dominion versuchen zu übernehmen. Also sobald wir noch Oberägypten und Matru erobert haben. Das sind ja die einzigen Gebiete, die wir sozusagen von Ägypten uns wünschen würden, sagen wir mal so. Da kann ich dann unten auch, hab ich dann unten den Zugriff, weil die Ländereien sind ja getrennt dann. Ähm, es sollte so sein. Wenn das, dann ist ja ganz Ägypten euer Dominion sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Weil vorhin ging das nämlich nicht. Dann kann ich mit meinen Truppen nicht ziehen. Das konnte ich in Deutschland nämlich auch nicht, wenn da keine Verbindung ist. Ähm, ja genau, in Deutschland. Aber hier haben wir ja doch die Seeverbindung. Also, ähm, sozusagen Südägypten ist ja durch das Rote Meer mit dem, mit der See verbunden. Und dann, wenn euch Südägypten durch das Dominion gehört oder das euer, ja, Untertan ist, müsstet ihr ja dort jederzeit, äh, von dort aus Truppen hinschicken können. Sozusagen übers Wasser. Das kann sein. Wir können das gerne testen. Ich möchte da auch euch gegenüber ein bisschen positiver sein. Denn, äh, ihr hattet in letzter Zeit ein wenig das Nachsehen. Und ich verstehe euren, euer Anliegen. Ja, wunderbar. Das freut uns zu hören. Ähm, wie gesagt, wir, ähm, möchten natürlich auch nur im Geiste unserer Zusammenarbeit hier vorankommen. Ein stabiles, starkes, äh, Italien ist ja auch nur im Interesse Frankreichs. Ähm, so dass es dort einen stabilen und starken, ja, Verbündeten hat in Zukunft, nicht wahr? Ja, das sehe ich genauso. Und, äh, es freut mich, dass wir da so übereinkommen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, wann wird denn wohl der Handel vollzogen zwischen Ihnen und Österreich? In naher Zukunft? Oder wird das noch eine längere Weile dauern? Also, ja, ich hoffe doch jetzt in naher Zukunft. Aber wie gesagt, wir haben jetzt seit der Konferenz nicht mehr gesprochen, ich und Österreich, und ich würde das jetzt vollführen. Die Frage ist, ob es nicht vielleicht sogar sinnvoll ist, wenn wir dieses Gespräch zu dritt führen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Das können wir natürlich auch. Wobei, ich glaube, Österreich ist da, äh, doch eher gewillt einzulenken, wenn, ähm, von eurer Seite da gegebenenfalls, äh, das kommt. Dann machen wir es doch so, wir versuchen erstmal alleine mit Österreich das, die Wogen zu glätten und das Final zu besprechen. Es war ja da auch in, äh, Klärung gewesen, äh, da hatten wir ja damals schon gesprochen, dass das als Verhandlungsmöglichkeit besteht, ähm, äh, dass mithilfe französischen Geldes sozusagen die, äh, die Lombardei mit abgekauft werden kann. Das habe ich schon angesprochen, indem ich gesagt habe, die ganzen finanziellen Mittel, die da, äh, in den Krieg gegen Deutschland geflossen sind und die Manpower, die da reingeflossen sind, ähm, sollten eigentlich dafür sorgen, dass die Lombardei mehr oder weniger, ähm, ja, kostenneutral zu euch übergehen. Ich weiß nicht, was die Vorstellungen von Österreich in diesem Fall sind, wenn ihr dort nachfragen werdet, aber zumindest, ähm, war bisher Österreich da doch sehr positiv demgegenüber. Ähm, gut, dann werden wir das jetzt so mit Österreich besprechen, das ist ja eine wichtige Info, das wussten wir nicht, dass das so mit Österreich schon geklärt wurde. Deshalb habe ich gesagt, ich, äh, habe die ganze Zeit da drauf gepocht bei Österreich, die Lombardei an euch abzutreten, äh, für etwaige weitere Beziehungen und meinen Beitritt bei ihrem Krieg. Okay, wunderbar. Nun gut, dann werden wir das jetzt so schnellstmöglich in die Verhandlungen treten, dass wir danach dann auch endlich Italien gründen können, ähm, dementsprechend. Äh, wir würden uns melden, sollte es Probleme geben, wertgeschätztes Frankreich. Ja, tu es dies. Gut, dann vielen Dank und, äh, auf bald. Auf bald, mein Freund. Mein Wetter, König, äh, oder Monarch, wie ich es auch nett formulieren möchte, aus Frankreich, der werte Herr, oder Präsident, wurde eher gesagt, aus der USA, würde gern mit Ihnen sprechen. Ähm, er hatte ein Gespräch angemeldet, soll ich Ihnen so gleich in Ihr Audienzzimmer, äh, sehr gerne, sehr gerne. Die, äh, die Amerikaner sind auch immer ein willkommener Gast. Ui, war. Dann warten Sie hier kurz, ich hole ihn kurz. Danke, danke. Nun, mein werte Herr Präsident aus der USA, ich biete Ihnen den französischen König als Gesprächspartner. Wie gewünscht. Hallo, mein Freund, äh, wie schaut es aus an der Westküste? Aktuell ganz gut, tatsächlich. Wir haben unser Land soweit vereinigt und, ähm, würden gerne mit euch über, über, ähm, Großbritannien sprechen. Oha, was, äh, habt ihr mit dem, äh, Engländer zu schaffen, außer dass er euch doch dabei geholfen hat, die ein oder anderen Dinge zu bekommen? Ja, geholfen würde ich das jetzt nicht nennen. Also, momentan hat er uns eher ein oder zwei Dinge abgenommen und, äh, bisher noch nix wiedergegeben. Ich habe voll, voll, vollzogen und vernommen, dass der Spanier bei euch, ähm, ähm, in guter Dinge ist und ihr dem Spanier wohlgesommen seid. Er ist immerhin mein Nachbar. Was soll ich meinen, mit meinem Nachbar schlecht stehen? Das, äh, würde den Haussegen hier in Europa, glaube ich, schiefstellen. Das sehe ich ganz genauso und, äh, deswegen, ähm, haben wir da auch momentan kein Interesse dran, etwas zu ändern. Ähm, allerdings hätten die Österreicher durchaus auch Interesse daran, uns zu unterstützen in einem Krieg gegen die Briten im Norden. Oha, also, äh, im Osten. In den USA. Im Osten oder im Norden? Also, von uns aus gesehen im Norden. Äh, Westen, Entschuldigung. Ähm. Also, ich, ich sitze ja gerade in Washington und von uns aus gesehen... Achso, in Maine, meinen Sie? Ja, es ist nicht ganz Norden, ja, stimmt. Es ist so ganz leicht Nordosten. Ja, ich verstehe, aber macht Ihnen nicht der Westen mehr Kummer? Ich frage nur. Noch demnächst auch, ja. Das wäre durchaus auch eine Option, aber vor allen Dingen Maine ist das, ist der Hauptpunkt, weil das war ehemaliges Kernland der Vereinigten Staaten. Ah, ich verstehe. Dem Westen würden wir uns gerne auch zuneigen, ähm, allerdings wäre Maine die, der, das Hauptziel, definitiv. Ich verstehe, ich verstehe. Ähm, das sind, das sind Entwicklungen, die sehr interessant sind. Was könnten Sie uns denn dafür bieten, dass wir euch im, äh, Kampf gegen Großbritannien da unterstützen? Amerika ist ein großes Land, äh, wirtschaftliche Hilfen. Wir können Ihnen natürlich auch nach dem Krieg finanziell unter die Arme greifen, ähm, und selbstverständlich unsere wirtschaftlichen Interessen weiter festigen und unsere Wirtschaft, äh, tiefer ineinander verzahnen, wie sie ja aktuell auch schon, auch schon sehr, sehr eng. Die Wirtschaft ist ja schon sehr eng miteinander und, äh, tauscht sehr weite Waren aus und das würde ich gerne weiterhin vertiefen. Ich verstehe, ich verstehe. Im Gegenzug würde ich natürlich auch Ihnen auf dem Amerik-, auf dem europäischen Kontinent helfen bei Konflikten welcher Art auch immer. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, einen, einen, äh, starken Partner hier in der Hinterhand zu haben. Ähm. Gar keine Frage. Äh, was meinen Sie, wie lange dieser Konflikt andauern wird, denn, äh, ich bin durchaus gewillt, sie da zu unterstützen bei, äh, ihrem Kernland, ist das ja gar keine Frage, aber wenn sich das über mehrere Jahre und Jahrzehnte erstrecken würde, da wäre ich dann, äh, würden meine Ziele ja dann ins Hintertreffen geraten. Äh, äh, definitiv. Äh, definitiv. Also im Moment haben wir maximales, äh, Interesse an Main und wie Sie sagten an den Staaten im Westen mehr nicht. Die restlichen Sachen, die restlichen Sachen im Norden der Hudson Bay Company, ähm, dürfen gerne der Hudson Bay Company, äh, angehören. Und ich bin natürlich auch gewollt, diesen Krieg dann so schnell wie es geht zu beenden und diese Ländereien dann unser eigen nennen zu dürfen. Und, äh, weitere Interessen auch auf dem europäischen Kontinent weiterhin Kriege zu führen gegen Großbritannien sind natürlich nicht vorhanden. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ähm, dann würde ich Sie bitten, ähm, falls es zu einem Kriegsfall kommt, diesen mit mir abzustimmen. Den Ersten jetzt nicht, das, äh, also gerne kurz vorher Bescheid sagen, damit ich jetzt nicht gerade den einen Mannlandkrieg festhänge, aber, äh, dass wir dort einfach, äh, ja, uns abstimmen, wie wir weiter vorgehen. Sehr gern. Das würde mich sehr freuen. Sehr gern. So, äh, würden wir das dann handhaben. Großartig. Dann, äh, freue ich mich auf unsere weitere Zusammenarbeit und, äh, hoffe, dass wir unsere Freundschaft weiter ausbauen können. Ja, ebenfalls. Vielen Dank. Auf bald, mein Freund. Auf bald. Dankeschön. Und dann bringe ich sie mal zurück, meine werten Herren. Danke. Wir haben tausend Dünger mehr. Wir können unsere Weizensachen umstellen. Das ist ja mega. Das ist ja mega. Und die können wir auch weiter umstellen. Mega awesome. Alle auf Schlachthöfe. Hier unten, äh, passieren Dinge, meine Freunde. Äh, es ist... Äh, vielen Dank, mein schwedischer Verbündeter. Vielen Dank. Wie versprochen. Schauen Sie mal nach Holstein. Da ist noch eine Ecke. Spanien stellt sich auf die Seite Österreichs. Achso, da... Sie sind wahrlich einer der treuesten Verbündeten, die man sich wünschen kann. Das tue ich gern. Okay. Da ist Großbritannien. Kata. Also Großbritannien, äh... Also... Find das schwierig. Ich find es schwierig, wie... Hm... Hey, wieso kann ich hier kein Dominion machen? Okay, let's... Hä? Ach, das sind... Was bist du für ein Gebiet? Kann ich dich nicht angreifen? Kann hier vorne noch was unterwerfen? Ich find das irgendwie komisch, dass, ähm, derjenige, der England, also wirklich auch die stärkste Macht hier spielt, ähm... Anscheinend auch ein richtig, richtig starker Spieler ist und gerade einfach dominiert. Uh, hier ist gerade ein Koffer voller Geld gelandet. Vielen Dank. Also, sehr, sehr gerne. Wirklich, wirklich dominiert. Norddeutsche Bund kümmert sich um seine Verbündeten. Ich soll ihn außerdem von Spanien ausrichten, dass sie sich neue Sekretärin holen sollen. Ja, ja, ich weiß auch schon, äh, warum, ähm, dieses Popa war sehr, sehr peinlich, aber, äh, sie ist schon gefeuert. Ah, wunderbar. Was interessiert uns, das, äh, Leid einzelner Personen? Eben. Hahaha. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Denn England ist so stark, dass ich das... Ich, ich, ich ralle es nicht. Ich ralle es nicht. Die sind übel stark. Und werden einfach OP. Also, die sind jetzt schon so krass, dass doch nachher keiner mit ihnen sich anlegen wird. Und das finde ich halt schwierig. Die können komplett die KI... Äh, werte Diplomaten. ...ausnehmen. Sybul? Ich würde gerne einmal mit, äh, mit Portugal korrespondieren. Das finde ich echt schwierig. Äh, korrespondieren. Wie werden die Nachrichten betragen? Genau. Nehmen Sie auch gerne korrespondieren. Vielleicht macht sie das, äh, mehr gesprächsbereiter. 1, 2, 3 haben wir. Also, das finde ich halt krass. England hat keinen einzigen PvP-Kampf gehabt. Ja, England ist halt, ähm, hält sich zurück. Was ich halt interessant finde, ähm, England expandiert einfach ohne Schall. Also, oder... Also, heftigst. Heftigst. So, wir können jetzt vielleicht hier nochmal unser Gesundheitssystem ein bisschen pushen. Wir haben ja jetzt 1000 Bürokratie über. Hab ich... Ich komm, ich komm überhaupt zu nix hier. So, ich brauch hier noch eine Armee. Mobilisieren. Wir haben zwei Fronten. Wir brauchen nur eine zweite Front. So, wir müssen jetzt einfach hoffen. Ich merke, England hat seinen Fokus von dem Rest der Welt. Also, nachdem sie jetzt ja auch hier in Amerika sind. Sie sind hier in Südamerika. Sie sind hier hier, hier, hier. Sie sind überall. Großbritannien spielt Großbritannien. Ja, gefühlt schon. Und ich dadurch... Also, ich bin zwar erfahren in Viktoria, aber... Also, so krass wie der jetzt nicht. Und ich finde es etwas schwierig. Jemandem, äh, England zu geben, der wirklich so auf die Kacke haut. Scheiße, jetzt ist der... Ist da einer raus in Okzertanien? Ähm... Ich würde dich einmal befördern. Und dich einmal befördern. Dann kriegen wir noch die ein oder anderen... Leute... in unsere Truppen rein. Mega. Da lenkt jemand ein. Wir haben wieder Frieden. Wir können weitermachen. Ich finde das halt echt schwierig. Weil anscheinend... Und das finde ich halt so schlimm. Ist Verrufenheit total irrelevant. Und dadurch... Ja, weil... Ich weiß es auch nicht. Ich weiß... Ich weiß nicht... Was ich hier denken soll. Damagran. Weil anscheinend kann man einfach hier einnehmen, was man will. Das ist kackegal. Und so macht England das. Und ballert einfach... Heftig. Verrufenheit ist nur für NPCs. Ja, genau. Ostindien hat Rivalität... Äh... Gemacht. Okay. Ja, mega. Finde ich gut. Dankeschön. Ich baue schon wieder nicht. Ich bin so krass... Ich bin so krass... Dass ich einfach... Nicht zum Bauen komme. So, Koto stellt sich auf deren Seite. Okay. Ist nicht schlimm. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir unsere ganzen Klamotten gebaut bekommen. Ich komme halt überhaupt nicht hinterher. Das wird schneller gebaut, als ich hier die ganze Scheiße farmen kann. Jetzt habe ich noch eine Front. Was ist denn jetzt? Jetzt rasten die aber völlig aus. Jetzt haben wir hier richtig die Scheiße am Dampfen. Habe ich die nicht mobilisiert? Ich habe doch welche mobilisiert. Scheiß die Wand an. Brauchen die Leute aus Nordafrika? Die sind schneller da. I don't get it, ey. In Großbritannien macht sich nämlich hier jetzt auch richtig breit. Ich weiß nicht, was Sizilien jetzt noch gerade macht. Aber anscheinend nicht das, was verabredet war. Denn weder bekommen sie das Gebiet von Österreich, noch gehen sie in Ägypten weiter vor. Sonst könnte ich in Ägypten auch nochmal richtig Stunk machen. Ich muss halt gucken, wo ich bleibe. Ist halt so. Die gehen halt völlig ab, die Engländer. Ich habe gar keine Schnitte gerade. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier unbedingt der krasseste Oberbabbo sein muss. Aber mir graut es vom morgigen Tage. Aber gut, man kann sich ja auch verbünden gegen England zum Beispiel. Genau, bei mehr Verrufenheit gehen die, äh, gegen die NPCs eher gegen dich vor. Ja, und das hat auch was mit Import und, also das hat auch ein paar Nachteile. Aber, also der Engländer, der scheißt doch da drauf. Der hat einfach 160 Verrufenheit. Das ist, also, hm. Finde ich schwierig. Das klingt ein bisschen wie Spielabuse. Oder? Italien ist gegründet. Ja, awesome. Lombardei ist rübergekommen. Ich sehe Savoy mir rüberschwemmen. Nice. Nice. Das ist gut. Äh, unser Krieg ist dann? Nee. Wo ist unser Krieg? Ach, wir gewinnen einfach. Okay, das ist auch fein für mich. Wie viel hast du an Verrufenheit? Ich habe zwar auch viel mit 50. Das ist schon viel. Aber, ey. Digga, 50 spielt man in einem Normalspiel auch. Aber, das was der spielt, ist aber Halleluja, ey. Das ist Großbritannien schon. Das ist Großbritannien. So, Koto. Ich muss so Koto. Alter, was? Was? Das gibt's doch nicht. Die scheiß Engländer. Raste aus. Na ja. Ich kann mich da noch weiter drüber aufregen. Oder aber einfach machen. Boomende Industrie abgeschlossen. Awesome. Warte, oh mal der Teil. Ich brauche noch mehr Kohle. Mein Geld fließt. Mein Geld fließt, Leute. Regierungsgehälter könnten wir hochsetzen. Und wir könnten Militärgehälter hochsetzen. Beides können wir machen, ohne einen einzigen Malos. Kannst du als Kriegstiel ganz so Koto nehmen? Es ist nicht mehr von so Koto übrig, als das eine Land, was ich einnehmen möchte. Es tut mir leid, aber es ist nur noch so Koto übrig. Alles andere ist noch Großbritannien. Ach so, du meinst... Ah, warte mal. Oh, I know what you mean. Marionettenzwang für ganz so Koto. Könnte man machen. Hier spricht der Kaiser. Cardinando di Bourbon de Due Sicilie. Kaiser von Italien. Ich wollte voller Stolz die Einigung der italienischen Länder zu einem Kaiserreich verkünden und freue mich sehr, dass dies in diplomatischer Übereinstimmung mit Österreich gelungen ist, die Führer hin ebenfalls als Geburtshelfer der italienischen Nation mit betitelt werden dürfen. Hört, hört! Dann ziehe ich zuerst meinen Hut und gratuliere. Hört, hört. Gratulation dann. Gratulation an meinen italienischen Nachbarn. Ich muss an der Stelle einmal mit dem französischen... Wenn es möglich wäre, oder würden wir gerne noch vorher mit dem französischen Herrscher sprechen? Wir haben noch eine... Nee, man ist dringend. Zeitlich dringend. Gut, dann machen wir das danach. So, dann werde ich euch so gleich in einem Gesprächsraum begleiten. Ja. So, wer ist Frankreich? Hallo, hallo, mein Freund. Ich habe eure Umzüge in Afrika, Westafrika ganz genau beobachtet. Ja, ich eure genauso, mein Freund. Es wird sagen, dass wir einen Schlussstrich ziehen und hier einen bilateralen Vertrag an den Tag setzen, bevor es eskaliert. Und es scheint gerade zu eskalieren. So, Kudo, sehe ich als mein Gebiet an und würde davon gerne Gebrauch machen und sagen, dass ich das ganz gerne unter britischer Kontrolle sehen würde. Kommen wir dazu einander, indem wir andere Gebiete dem französischen zusprechen. Dann lasst doch ein Pakt machen, dass Sokoto rechts euch zuteil wird und links mir zuteil. Dass ihr das Gebiet des Hauserland dann aneignet. Ja. Ja, können wir machen. Ich würde, sage ich mal, wie steht hier um Bornu? Äh, was ist dieses Bornu? Ähm, direkt neben Sotoko nördlich gelegen. Bornu, ähm, ist von meiner Seite aus, äh, können wir dort gerne drüber sprechen, dass, äh, sich das ... Wir das teilen. Dass wir das teilen, ja. Dass wir einfach 50-50 machen. Genauso wie bei Sokoto. Genau. Weil das äußere Hauserland gehört ja schon größtenteils euch und, ähm, das bornische Hauserland, äußere Häuserland wäre dann euer und ich würde mich dann um das, um das Bornu, Gebiet Bornu selber kümmern. Das südliche. Ja, das ist zwar auch das deutlich lukrativere, aber ich glaube, wir, äh, teilen das einfach fair, 50-50. Okay. Das ist ein Deal. Ähm, für weitere Vertriebe. Ich habe meinen Krieg auch gerade abgebrochen, äh, denn, äh, der Krieg wäre jetzt gestartet und mir wäre ganz Sokoto, ähm, ins Land gefa- also in die Hände gefallen. Und bevor ich da jetzt tätig werde und wir noch in Verhandlungen sind, habe ich dies wohlwollend abgebrochen. Dann lasst mich doch, äh, tätig werden in Sokoto und ihr erobert den westlichen Teil, indem ihr dem Ganzen beitretet oder ich euch anbiete, das Hauserland zu übernehmen und ich erobe Nigeria und Nordkameru. Äh, das klingt doch ganz gut. Oder ihr ladet mich jetzt in dem Krieg gegen Borno ein. Ja, das macht doch auch Sinn. Und danach lade ich euch zu einem gemeinsamen Manöver in Sokoto ein. Mensch, dass wir sowas noch erleben dürfen, dass Engländer und Franzosen Seite an Seite in Afrika kämpfen, das ist ja fantastisch. Die Not macht erfinderisch, würde ich sagen. Es ist ja auch begrenzt Platz auf diesem Kontinent, äh, der nur Tod und Verderben mit sich bringt. Ja, Malaria, Krankheiten, Dengenfieber, ach Gott, oh Gott, äh, fehlende Kultationen. Genau, aber gut, ja, dann reise ich wieder ab. Ich danke für dieses, äh, prosperierendere Korrespondent. Ja, dann, ähm, nehmt mich gerne, äh, also joint gerne meinem Krieg. Und, äh, ihr könnt gerne auch denselbigen dort in Sokoto starten. Äh, ihr könnt mich reinrufen, indem ihr mir ein Gebiet anbietet. Oh, wait a second. Ich glaube erst, wenn ihr auf meiner Seite seid, oder? Ach so, oh, ja. Äh, ha, ähm, okay, ähm, es funktioniert nicht. Unsere diplomatischen Kanäle sind zu feinstätig gesonnen. Äh, wir werden das einfach separat klären. Ähm, okay, also scheint es, ich hätte mich schon gewundert, dass es zu solchen Dingen, äh, kommt. Aber, ja, das, unser, unser, unser Volk möchte es nicht so dann auf einem altmodischen Weg. Das wird auch funktionieren. Aber vielen lieben Dank, dass ihr diplomatisch hier versucht habt, das Ganze zu lösen. Vielen Dank, dass ihr diesen Kampf abgebrochen habt. Es hätte sonst eskalieren können. Ja, ich habe ja gemerkt, dass der gute Wille bei euch doch da ist. Und, äh, ich bin doch ein recht friedschaffender Mensch eigentlich. Und möchte einfach nur, ja, das französische Reich etwas erweitern. So wie ihre, ihr eures. Genau, genau. Dann wünsche ich euch noch, äh, einen, äh, erfolgreichen Kampf in Borno. Dankeschön, euch auch. Bis später. Okay, Leute. Ja, das hätte auch einfach nur Stress gegeben. Deshalb haben wir es, äh, abgebrochen. Weil, das wäre, das wäre nicht gut ausgegangen. Hier unten, ich gegen den Engländer. Hm. Also, genau, Ost-Zokoto zu nehmen, ist halt auch einfach Quatsch. Weil genau Großbritannien dazwischen gewesen wäre. Das wäre halt, ja, Quatsch, 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 Quatsch. Ähm, deshalb, warum nicht, äh, Gefähr aufteilen? Und er hat noch Borno. Den König von Frankreich. Es wird um eine Unterredung mit Italien gebeten. Oh ja, ich möchte gerne mit meinem italienischen Freund reden. Das ist eine sehr gute Idee. Dann werde ich, äh, sie schon mal auf den Weg in ein Besprechungsgebiet bringen. Dankeschön, dankeschön. Beide Parteien sind nun versammelt. Ich grüße euch, wertgeschätzter König Ferdinand. Ihr merkt, meine Stimmung ist prächtig aufgrund der Einigung Italiens. Und ich bin natürlich jetzt zu euch gekommen, um, äh, das Vereinbarte einzulösen, was Savoyer betrifft. Das erfreut mich sehr, dass es für euch jetzt so gute Wege angenommen hat und unsere Freundschaft in der Richtung weiter wächst. Und, äh, ja, wir ein starkes Bündnis hier an den Tag legen. Absolut, absolut. Wir haben jetzt auch mit Österreich vereinbart, tatsächlich die Beziehungen sehr positiv zu halten, so wie die Zusammenarbeit in der Zukunft, sodass die Venezienfrage dann eines Tages wieder besprochen werden kann. Das ist uns natürlich noch ein wichtiges und defizites Anliegen. Aber wir hoffen, dass wir auch dies diplomatisch gelöst bekommen, äh, indem wir jetzt sehr eng mit Österreich zusammenarbeiten. Denn das wäre natürlich die bestmöglichste Lösung. Ich sage mal langfristig so eine Art Dreibund aus Frankreich, Italien und Österreich. Ähm, dann könnten wir durchaus die Welt nach unseren, ähm, ja, Blicken gestalten, nicht wahr? Ja, das denke ich auch, dass wir dort, ähm, einen, einen guten, einen guten Weg eingeschlagen haben, Mitteleuropa zu vereinen und vor Schlimmeren zu bewahren. So ist es. Nun, jetzt kümmern wir uns erstmal um Savoyer. Ich denke, das ist dann Teil des, von Ocitanien, oder? Bin ich mir grad gar nicht so sicher. Schauen wir doch mal. Ähm, meine Frage geht auch, äh, in Richtung Ägypten. Äh, ihr habt dort keine weiteren Erstrebungen gemacht, äh, die Ländereien zu nehmen. Wir hatten noch einen Waffenstillstand. Ach ja, ihr hattet noch einen. Ich konnte ja nur ein Gebiet, also es gab ja keinen Krieg. Ich konnte, ich muss fünf Jahre warten. Ich verstehe, ich verstehe. Ähm. Hm. Hm, 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 hm. Ah ja, perfekt. Ah, wo je. Das heißt, danach muss ich nochmal fünf Jahre warten. Äh, nicht unbedingt. Ach so, ach so, doch, wegen dem Dominion dann. Äh, ja, vermutlich, außer Ägypten, dann ist denn der Waffenstillstand vorbei. Da kann man doch gleich mal, äh, na. Und Dankeschön für Savoyer, für endlich Gerechtigkeit in diesen Ländereien, die doch überaus französisch sind. Und jetzt auch sich Frankreich nennen können. Das erfreut mich zutiefst. Meine Güte. Ach. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das freut uns doch, dass wir auch euch so freudig stimmen konnten mit diesen Einigungen, die wir hier, äh, abgeschlossen haben. Ähm, ausgezeichnet. Wir können in zwei Jahren wieder Krieg gegen Ägypten führen. Das würden wir tun. Äh, was wir jetzt schon tun könnten, ist, äh, äh, vielleicht bei Tripolitanien, äh, dagegen vorzugehen. Ähm, ihr habt ja vermutlich da keinerlei Interessen mehr, dass ihr da Probleme habt, dann mit einem Waffenstillstand. Ähm, vielleicht, ich muss mal schauen, wäre es dann das Einfachste, eventuell, wenn ihr uns unterstützt, sodass es gar nicht zum Krieg kommt. Allerdings muss ich mal gucken, wie wir dann Tripolitanien, äh, vermutlich können wir es uns übertragen lassen. Schauen wir doch mal. Äh, ihr könntet einfach Tripolitanien doch angreifen. Ach, weil es eine Marionette ist. Genau, es ist eine Marionette. Äh, jetzt muss ich erst mal schauen, haben wir überhaupt ein diplomatisches Interesse dort? Nein, das werden wir noch ändern. Hm. Äh, gab es bisher schon irgendwelche weiteren Dinge, die den Briten betreffen? Was die Weltlager... Der Brite scheint, äh, auf Shoppingtour zu sein und, äh, out of character, wollte ich auch noch mal fragen. Ob das denn überhaupt so gedacht ist, dass man die KI komplett abused und er mittlerweile eine Verrufenheit hat von 150. Oh, das tatsächlich nicht. Also ich, da werde ich da auf jeden Fall mal, äh, gleich nochmal mit ihm sprechen. Weil, also er, er ist jetzt mittlerweile so krass, er hat jetzt Prestige von 2600, weil er halt einfach ohne Ende einnimmt, was er kann. Ja, ich werde gleich nochmal mit ihm sprechen. Ähm, das ist in meinen Augen, also mehr als 50 ist schon schwierig. Also wir hatten es in unseren Multiplayer-Runden immer so gehabt, dass, ähm, 100 die Grenze so derart ist, dass man dann als Patichard gilt, als Ausgestoßener und jede Nation, jedes Recht hat, gegen diese Nation vorzurehen. Jetzt haben wir das natürlich nicht im Regelwerk festgehalten. Ähm, aber da würde ich tatsächlich dann gleich nochmal mit ihm, äh, auf, auf RP brechen und das mal abklären. Das wäre ganz gut, weil ich freue mich natürlich über ein starkes England, aber irgendwie, so habe ich die ganze Zeit nicht gespielt, weil ich dachte, Mensch, das ist ja nicht im Sinne des Spiels, dass man einfach es abused. Ähm, jetzt habe ich auch ein bisschen Shopping-Tour gemacht, aber bin immer noch weit von 100 weg. Aber, äh, ja, so wird man natürlich auch schnell stark und krass. Ja, ich werde das nochmal mit ihm brechen, vielleicht kann man das ja jetzt noch so nachschieben, dass 100 auf jeden Fall die Grenze ist. Äh, sagen wir mal so, wenn die überschritten wird, dass man dann, ähm, ja, dass dann alle relativ eindeutig ein Recht haben, dagegen vorzugehen. Man könnte natürlich auch überlegen, das im Roleplay einzubauen. Tatsächlich, äh, wäre ja auch eine Lösungsmöglichkeit, ähm, um zu sagen, okay, die Briten haben es in der Welt übertrieben. Es bildet sich jetzt eine Koalition gegen die Briten. Könnte man natürlich auch machen. Sinnvoll, tatsächlich. Also, und ich glaube, dagegen hätte sowieso Ecke gar nichts. Da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, das macht dann vollkommen Sinn. Aber ich werde es auch so nochmal mit ihm besprechen. Aber vielleicht können wir das ja dann sowieso auch nochmal planen und anregen. Die Frage wäre dann nur, was wären da mögliche irgendwie Ziele, vielleicht Nationen freizulassen oder sowas. Ähm, das wären dann vielleicht spannende Ziele, die man machen könnte. Ja, genau, Balance of Power. Aber, weil es wird gerade in meinem Chat auch geschrieben, ähm, dass sozusagen, dass man vielleicht keine Regel in der Hinsicht braucht, wenn man darauf angemessen reagiert als Nationen der anderen Welt. Indem man dann sagt, das geht so nicht. Da wird jetzt der Krieg ja erklärt. Ja, und das hat mir er vorbereitet. Ja, dass quasi alle anderen Länder in den Regionen, wo sie sowieso unterwegs sein wollen. Ich glaube, jeder hat Schnittmengen mit Großbritannien. Jeder die Ländereien in der Nähe angreift, die er haben möchte. Ah, du meinst, jeder einen einzelnen Krieg gleichzeitig sozusagen, mehr oder weniger macht. Ja, weil es sind halt die verrufenen Engländer, die sich auf der ganzen Welt breit machen. Ja, das wäre eigentlich gar nicht so eine lechte Lösung. Ja, ich werde es auf jeden Fall jetzt mit ihm erstmal noch F, äh, auf RP nochmal brechen. Mach das, mach das. Dann würde ich im RP auf jeden Fall auch wieder auf dich zukommen, was das dann in der Hinsicht betrifft. Ja, mach das. So, jetzt wollte ich doch eigentlich nochmal gucken. Der Osmanen, Marionette, Klinteland übertragen. Genau, das sollte ja möglich sein. Wie können wir das mit Ägypten besser machen? Äh, inwiefern? Achso, mit dem Dominion? Ja. Hm, also, ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, es wird auf jeden Fall rechtzeitig, auch spätestens im Laufe des morgigen Tages, dann in deine Hand fallen. Äh, die Frage ist, äh, ob es Ziele gibt, die du für Setschson bräuchtest. Nö, 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 ich hab, ich hab einen anderen Weg gefunden. Okay, okay, okay. Ich hab eine schmale, eine schmale Grenze gefunden, in der ich, in die ich treten kann. Ah, sehr schön, okay. Dann läuft das ja wunderbar. Indem ich einfach vom Westen in den Osten reinpresche. Wo ist denn das genaue Ziel, wo du hin möchtest? Ich möchte einfach den blöden Engländer daran hindern, sich in komplett Afrika hier niederzulassen. Ja, das ist ja unser gleichzeitiges Interesse. Deswegen würden wir dann vermutlich auch in Kaffa, äh, als nächstes nochmal vorgehen, um dann den Briten da ein bisschen abzuschneiden. Nicht wahr, das hatten wir ja sowieso. Genau, mein, mein Ziel ist, Wadai, Darfur, Ägypten und du hast Kaffa. Äh, Wadai, Darfur, ah, hier oben. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Finde ich gut und dann, genau. Und dann hat man, glaube ich, äh, das meiste so abgegrenzt. Ja, genau. Äh, genau, könnte jetzt Frankreich noch auf unserer Seite einsteigen. Der Osman ist nämlich recht selbstsicher und, äh, da wir nichts anderes außer Tripolitanien tatsächlich wollen, jetzt aktuell aktiv vom Osmanen. Perfekt, dann haben wir die Hoffnung, dass einfach der Osmanen aufgibt. Ja, das wäre doch großartig. Das wäre das Einfachste. Weil ich mein Alternativ, wenn der Osmanen wirklich nicht aufgeben will, dann füge ich eben noch Albanien hinzu. Wobei, das sollte ich vielleicht mit Österreich vorher abklären. Ähm, das wäre eventuell wichtig noch. Montenegro ist jetzt hier. Montenegro kommt jetzt auch doch. So was. Was geht denn hier ab? Okay. Ähm, dann würde ich nur sicherheitshalber schon mal, denke ich, mit Österreich sprechen. Nicht, dass es doch notwendig wird, dass ich das Kriegsteil noch hinzufüge, falls es doch zum Krieg kommen sollte. Ähm, aber dann bleiben wir in Kontakt und die andere Sache bespreche ich dann auch noch gleich. Machen wir. Super. Gut, wunderbar. Auf bald. Auf bald. Okay. Wir haben Savoy, wir haben all unsere geheimen Ziele erreicht. Ja. Ah, großartig. Großartig. Ah, I like. I like. Valendali hat auch eingelenkt. Also Verrufenheit von 100 ist halt schon fucking viel, ne? Wir können halt blöd davor auch einfach starten. Das ist halt so insane viel. Ich verstehe das nicht. Osmanische Land, äh, Reich lenkt ein. Tripolitanien ist frei. Mega. Der Kanal ist ganz durch. Ja, der Kanal ist gebaut. Wir haben die Macht über diesen Kanal. Und, äh, uns fehlen jetzt einfach nur die Arbeiter hier in dieser Region. Vielleicht sollten wir hier noch einen Hafen hinbauen. Aber 40 Wochen ist ein bisschen viel. Wir brauchen hier einen Hafen. Habe ich überhaupt noch gar nicht nachgeguckt. Das ist alles total Banane, sage ich mal. Äh, Oksitanien hat hier noch ein paar Leute übrig. Ne, ich möchte kein Gläubigen. Ne. Ne. Okay, wie schaut unser Krieg aus? Unser Krieg sieht gut aus. Mega. Also, es ist schwierig. Es ist schwierig. Sepp, leest mal den Chat. Ist der werte Premier oder die Monarchen von Großbritannien anwesend? Die ist anwesend und hat Zeit, ja. Gerne, äh, spielt ihr auch den Beta-Pitch. Leider nicht. Der ist nicht Multiplayer-Stable. Ja, okay. Ja gut, ich werde sie in seine Gemälde bringen. Leider nicht Multiplayer-Stable. Deshalb, ähm, haben wir das nicht gemacht. Kann ich Gewehre machen überall? Vielleicht nur in dem Größten. Wir brauchen mehr Gewehre. Wir brauchen mehr Gewehre. So, wir brauchen mehr Munition. Ich weiß es nicht. Stadzentren kriegen alle dit. Dit, dit. Ja, der Beta-Pitch ist eh nicht so stabil. Ja, das, äh, wurde mir auch gesagt. Deshalb. Davor fordert Unabhängigkeit. Hey, ich hab euch doch gerade erst eingenommen. Was ist denn das los? Du könntest Marokko und so auch direkt annektieren, damit's direkt, äh, Frankreich wird. Wie mach ich das eigentlich? Das hab ich noch nie verstanden. Also ich kann Unabhängigkeit gewähren, aber wie annektier ich die denn? Ich muss die inkorporieren, oder? Ist es das? Ich hab keine Ahnung. Ich hab das so, so crazy hab ich's noch nicht gemacht. Ah, Repetiergewehre. Mega. Wir haben Wahlen. Ich hoffe, ich werde endlich geliebt. Als Herrscher. Oh mein Gott, ich wäre so gehasst. Okay, das ist schlecht. Intellektuelle und Industrielle fliegen aus der Regierung, weil unser Herrscher halt ein, naja, ein Kriegstreiber ist. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Mit dem Klientelland annektieren, Diplomatie-Spiel. Diplomatie-Spiel, Klientelland annektieren. Ach, das geht bei zwei nur? Warum geht das nicht bei Marokko? Werte, Diplomat. Ah, okay. Beziehung verschlechtern. Kein Diplomat da. Algerien. Das ist aber nicht so wichtig. Werte, König von Schweden und Werte, Zar aus Russland. Wer ist das denn? Ich höre. Ja, bitte. Ich würde sie gerne zu meinem Hofe einladen, falls es ihnen nichts ausmacht und sie Zeit haben. Oh, eine Party? Party, ja. Okay, im Norddeutschland hat sie seine zwei... Also es wird auf jeden Fall viel Kuchen geben. Oh, dann komme ich. Seine zwei Leute, okay, fein für mich. Sollen die sich zusammenraffen? Ich werde hier weiter... meine Militärs ausbauen. Kann ich Nehmaschinen? Ne, Nehmaschinen kann ich nicht komplett drüber machen. Das ist so krass. Mechanische Werkstätten. Das ist halt so krass, was ich alles upgraden könnte. Aber Werkzeuge und Holz würden halt übelst in die Höhe schnellen. Ähm. Solange er nicht Elsass Lothring haben will. Meine Freunde, ich glaube, genau darum geht es. Ich mache mir da nicht so die Hoffnung. Ich glaube, genau darum geht es. Boah, Kleidung ist... Wieso ist Kleidung so hurenteuer bei uns? Kann ich das nicht einfach überall machen? Werkzeuge mega teuer. Tuch mega teuer. Und Färbemittel mega teuer. Okay. Dann, let's go. Färbemittel. Färbemittel ist halt auch so eine schwierige Sache, ne? Wir haben überall zu wenig Leute. Es kommt wieder Schweden, Nordschland und Russland gegen den Rest Europa. Ja, ich glaube auch. Das wird interessant, wer sich dann auf meine Seite stellt. Das wird wild. So, Möbel. Also wir haben jetzt einmal unsere kompletten Klamotten umgestellt. Uns fehlen jetzt Werkzeuge. Können wir umstellen? Okay, es ist halt... Es ist halt übelst wild, ey. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt großartig erforschen soll. Denn... Strom wäre mega. Strom ist halt insane. Kommen wir neben den Drehventiler. Strom ist insane. Äh, nein. Ja, okay. Wir stärken die Gewerkschaft da in... Äh, da. Griechenland. Spanien stellt sich... Was? Was? Die machen irgendwas mit Griechenland. Mir ist jetzt egal. Ich muss weiter... Dominion-Zwang machen. Ähm. Ägypten haben wir da. Da, 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 da. Toro. Was bist du? Ist ja nichts. Okay. Das zu haben... Schwierig. Ich würde es besser... So machen. Damit wir keinen Fleck hier offen lassen. Gegenüber Großbritannien. Stabilisieren wir Leute. Schicken Leute hin. Schrecken die ab. Und let's go. Lieber NATO als Kommunismus. Ja, ja. Militär, falls Preußen kommt. Ja, ich würde auch mein Militär... Ähm... Weiter... Oh, warte mal. Was ist das? Nee, ist nicht... Ist nicht teurer geworden. Erste Hilfe weiter. Ich würde mein Militär auch weiter ausbauen. Nochmal. Let's go. Wir haben richtig viele Bataillone in Reserve. Denn im Nil HQ haben wir auch noch 10. Ach komm, da kommt da halt ein blöder Dude hin. In Ocetanien haben wir noch. Senegal könnten wir noch einen reinstecken. Digga, wie viel... Wie viel... Wie viel... Alter. Was lohnt sich denn noch hier voranzutreiben? Sozialhilfe, Bildung, Gesetzeshüter... Ja, die haben natürlich einen eingelenkt. Ähm... Hm. Also eigentlich ist es halt mega... Polonialisierung und... Halt... Bildung. Nur Bildung. Bildung und Polizei. Also vielleicht nochmal Polizei. Also Bildung ist halt super wichtig. Aber krieg ich ja... Also krieg ich jetzt halt nicht gepusht. Müsste ich halt da in die Richtung forschen. Immerhin, äh... Heben wir wieder ab und sind auf Platz 2 gelandet. Unser BEP geht steil. Unser... Also es ist schon ganz gut geworden. Der Lebensstandard von England ist natürlich heftig. Aber die haben genauso viel Bevölkerung wie wir. Alter, Vater, ey. Der gönnt auf jeden Fall. Wir sollten auf jeden Fall... Noch ein paar Kunstwerke machen. Denn das bringt uns 60 Prestige. Das ist halt nice. Ähm... Alter, wie viel Porzellan ballert der bitte? Was? Wie macht der das alles? How? Ich rall es nicht. Guck mal, wie krass wir bauen. Wir haben 300... Was? 321 Bau? Halleluja! Pass auf, dass du nicht für England über 100 kommst. Ne, wir sind da noch so weit weg. Wir sind bei 64. Da können wir noch so viel erobern. Also... Wir haben schon viel erobert. Ihr seht das, ne? Und England hat einfach dreimal so viel Verrufenheit wie ich. Also müsst ihr euch mal vor Augen halten. Äh... Ja. Wild. So. Was möchte ich denn noch weiter haben? Portugal da unten, Portugal da, Portugal da. Den Siam wollten wir ja noch erobern. Denn hier in Bangkok habe ich auf jeden Fall ein verstärktes Interesse. Kriegen wir hier Probleme? Ich glaube nicht. Start erobern hat begonnen. Ist zwar weit, aber das kriegen wir wohl schon hin, oder? Ach scheiße, wir müssen ja landen da. Ach Mist. That's the problem. Kannst du Walata nicht angreifen? Was ist denn das nochmal für ein Ding? Ne, das kann ich nicht angreifen, weil da ist nix. Da ist nix. Das kann nur kolonialisiert werden. Ähm, und das wird auch kolonialisiert. Die Grenze schreitet immer weiter voran. Das wird einfach irgendwann alles hier meins sein. Deshalb, also da wo ich nicht Marionette machen kann. Also hier ist eigentlich alles done. Da ist eigentlich alles done. Also Afrika ist quasi durch. Ich gehe jetzt mal gucken, was in Vietnam so abgeht. Denn hier ist noch Opium. Und das wollen alle haben. Das ist auch wichtig. Und ist auch eine geile Region. Also eine Million BIP. Zwei Millionen Bevölkerung. Ist jetzt auch nicht so verkehrt. Das ist schlecht. Quing stellt sich auf die Seite Siams. Das ist schlecht. Und die wollen auch nicht davon ablehnen. Ei. Das ist ein Problem. Meint ihr, Quing wird da voll reingehen? Hat Quing noch andere Kriege? Nee. Quing hat nicht andere Kriege? Das ist schlecht. Sie haben jetzt nicht Vietnam. Ja, Entschuldigung. Das ist Bangkok. Ja. Hm. Jetzt habe ich ein bisschen Bammel. Jetzt habe ich ein bisschen Bammel. Jetzt haben die so ein paar Leute mehr. Und hier stehen schon 150. Warte mal. Lass mich mal eben Quing angucken. Quing. 2.600. 2.600 haben die. Und ich habe 3.000. Also ebenbürtig. Das macht das jetzt aber nicht besser. Finde ich jetzt so halb geil. Den kann ich beeinflussen. Skandinavien, Digga. Was? Die werden mir nicht helfen. Die werden höchstens dagegen pissen, wenn ich die jetzt anfrage. Weil die wollen natürlich auch nicht. Die sind hier vorne. Die wollen auch nicht, dass ich da eingreife. Da sind schon 250 Leute auf deren Seite. Autsch. Ja, ne. Komm, let's go raus. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Dafür lohnt es sich nicht. Dafür lohnt sich das nicht. Wieso habe ich 114 minus? Was war das los? Wieso habe ich 150 minus? Weil ich so krass baue? Wegen der Reparaturzahlung. Oh mein Gott. Was? Du zahlst 90k an Siam. Oh was. Oh, an Sokoto auch. Wie lange? Wie lange? Okay. Okay, das wusste ich nicht. Okay, dann hätte ich ja drauf geschissen. Wie lange? Als ob für fünf Jahre. Boah, das ist heftig. Das ist heftig. Ich glaube für diese Zeit. Alter. Fünf Jahre. Okay, rip. Ich habe... Okay, das habe ich noch nie gehabt. Das hat mich jetzt richtig gebumst. Das hat mich jetzt richtig gebumst, Leute. Das ist schlecht. Kacke, das wusste ich nicht. Alter. Das ist unpraktisch. Das sind jetzt 80.000, die einfach von meinem Konto runtergehen. Das ist problematisch. Das ist problematisch. Das ist problematisch. Muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich... Habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, wir können ja natürlich auch ein bisschen an unserer Schraube drehen, denn wir können Regierungsgehälter runterfahren und auch Militärgehälter. Die haben wir eh plus. Die können wir auch minus machen. Alter. Mann! Das war... Boah. Da hätte ich besser den Krieg genommen und hätte da reingebumst. Also wir hätten ihn zumindest führen können. Warte mal. Wie sollen wir den Suezkanal... Nicht... Beliebiger französischer Staat. Beliebiges Gebäude. Ist vom Typ Suezkanal. Ach, Beschäftigung liegt bei 90%. That's the problem. Hier wird einfach... Ach, wir sind aber bald bei 90%. 79%. Mega. Gute Gegend. I like. Alle Leute, die da hinkommen, werden direkt engagiert im Suezkanal. Finde ich gut. Scheiß die Wand an, ey. Ja, wenn man ein Diplomatie-Spiel aufgibt, erhält der Gegner alle seine Forderungen. Ja, macht ja auch Sinn. Ich dachte so... Ach, komm, easy, brech dich mal eben ab. Ja, hab ja keinen Nachteil. Hab ich nicht drauf geachtet. War dumm. Ist halt meine eigene Dummheit. Da muss ich jetzt auch mit leben. Mit minus 80k. Aber hey. Du. Ist alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. So, wir kappen jetzt mal alle unproduktiven Handelsrouten. Das sind nämlich echt viele. Zack. Ja. Und dann würde ich sagen, werden wir mal weiter... Ach, unsere Hochschule. Wir bauen schon so viel. Holy shit. Ich hab hart gewebert, ja. Es ist, wie es ist. Ich hab hart gewebert. Wir könnten auch einfach noch mehr Stühle bauen. Warum nicht? Einfach tausende Stühle. Also mein... Mein Volk ist einfach völlig bekloppt. Mein Volk ist völlig bekloppt. In Rohn haben wir noch wie viel? Was ist in Rohn? Wir haben nur noch 70.000 Leute in Rohn. Das ist schlecht. Stühle für den Wohlstand. Ja, ich weiß auch nicht, was Mr. Ikea macht. Aber anscheinend nicht Stühle produzieren. Ich kann die... Also... Ich mach die selber viel zu billig, glaube ich. Aber hey. Stühle, Schmühle. Wir haben 4K-Handelsrouten. Mega. Alle zocken sich meine Stühle. Ach so. Meine Handelsabkommen bringen mir überhaupt nichts, weil die alle günstig... Warte mal. Ich hab ne Frage. Ne, ne, ne. Machen wir nicht. Und die Exportzelle bringen mir hier auch nichts. Die zocken mir alle meine Stühle. Ich raste aus. Je mehr Stühle ich mache, desto mehr zocken die mir die. Aber das bringt mir halt auch unfassbar viel Geld. Also das ist halt auch super wichtig, ne. Ach komm. Scheiß drauf. Tut mir leid. Musst du halt leider... ...es Gras beißen. Nur minus 30K? Ja, also... Ach. Ach, tata, tata. Also, mein Reich... Ja, also mein Reich ist mein Reich. Also wenn ich eins kann, dann in Victoria 3 unfassbar viel Geld scheffeln. Und unfassbar krass bauen. Also dat kann ich. Dat Problem ist jetzt nur... Dat, wat sonst so ansteht. Nämlich... Äh... Hier... Mein... Kriegsspiel voranzutreiben. Hm. Das ist alles scheiße. Aber ich könnte versuchen... Hier vorne... Wer hat Friedensvertrag? Wat? Hier vorne die Region, die in der Wüste sind. Die ultra... Ne, die sind halt ultra alt. Yes! Wir haben jetzt zu uns Kanal gebaut, Leute! Ja! Und das am ersten Abend! Mega! Oh, warte mal. Wer ist denn hier? Der Kutscher? Oder der diplomische Dienst? Sehr gut. Ich würde gerne... ...zu einer Konferenz nach London einladen. Blöden... Die Mächtigen der Welt. Ich werde es zugleich in die Welt tragen. Mein werter Premier des Volkes Großbritanniens. Hört alle Reiche... ...eine Konferenz. Alle nach London. Wenn ich bitten darf. Also eigentlich muss ich das schon machen, weil... ...der Doofi einfach auch da ist, ne? Der versucht sich jetzt hier von hinten rein zu zecken. Welche sind denn die guten Dinger? Was gibt's denn jetzt hier zu hören? Das ist alles... ...Rummel? Wir hatten noch das Antreffen der Gäste. Die britische Krone hat zu einer Konferenz... ...und dann... ...wird der britischen Krone das Wort erteilt, ihre Eingangsrede zu halten. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Ich freue mich, die Mächtigen unserer Welt... ...und Frankreich hier im prachtvollen London willkommen zu heißen. Ihr wolltet auf eins... ...glaub ich, entschuldige, dass Sie unterbrechen. Wie war das? Entschuldige. Wenn ihr schon unterbrecht, dann wiederholt es bitte nochmal. Ich glaube, ihr wolltet bei Konferenzen auf eins stellen, oder? Ja, das stimmt. Bitte Adlan ist auf eins. Das wäre ganz gut. Ist schon. Ich muss das nur schrittweise machen, wenn wir nicht die sinken. Ich bitte viermal zum Entschuldigung. Darf ich dann? Jetzt haben sie mir meine Anfangsponte versaut. Ich finde das natürlich... Okay. Ich freue mich, die Mächtigen unserer Welt und Frankreich... ...hier im prachtvollen London willkommen zu heißen. Es ist mir ein inneres Anliegen höchster Güte... ...den Völkern aus auf Gottes schöner Erde... ...den göttlichen Willen kundzutun. ...der nachweislich durch die Hand des britischen Volkes ausgeführt wird. Die Welt versinkt im Chaos... ...und die Völker schreien nach Führung. Wir, das britische Volk, haben die Bitten und das Flehen vernommen... ...und schreiten nun voran... ...um die Welt in ewigen Wohlstand und Frieden zu leiten. Mit Stolz verkünden wir die Pax Britannica... ...den britischen Frieden. Es soll ein Jahrhundert voll Frieden werden. Wir öffnen unsere Märkte alle denen, die gewollt sind... ...die Wahrung des Friedens durch die Führung... ...der britischen Krone zu akzeptieren. Sie sollen teilhaben an den Reichtümern... ...unseres fortschrittlichen Landes und unserer Gesellschaft. Doch wie er dem, der sich dem göttlichen Willen widersetzen möge... ...und weiter Chaos und Tod säht. Ungestraft und ungescholten wird kein Peiniger dieser neuen Weltordnung entkommen. Die Engelschöre am himmlischen Firmament preisen das britische Volk... ...das Frieden und Wohlstand über die Völker bringt. Die himmlischen Stimmen singen lieblich... ...Rule Britannia, Britannia rules the waves. So kehret heim mit Gottes Segen und entscheidet weise... ...ob ihr dieses Angebot des Friedens in der Welt annehmen wollt... ...oder weiter Chaos und Tod auf der Welt säen und ernten möchtet. Hört, hört! Was für verwegene Worte von einem Schurken-Sondergleichen! Russland übergibt sich mal kurz ganz dezent in die Ecke. Ich würde mich gerne zu Wort melden. Wir haben in Österreich nicht so viel Schnaps. Wir haben überzeugt, dass dort zu viel Opium geraucht wurde. Lass mir doch Frankreich das Wort erreichen. So, lass in Frankreich sprechen! Diese Verfrorenheit, so überhaupt mit den Ländern umzugehen, der freien Welt... ...das kann auch nur einem Engländer einfallen. Diese Gangster und Ganoven da draußen, die sich in der ganzen Welt bedienen... ...an den Schätzen, an den Einwohnern, an allen Ländereien... ...haben mittlerweile so eine hohe Verrufenheit. ...dass es bis nach Mekka stinkt. Und... ...also, bevor ich mich diesem England beuge... ...würde ich mich lieber mit allen hier Versammelten auflehnen... ...gegen England zu ziehen, um ihnen einen Dämpfer zu geben... ...wie sie ihn in der Geschichte noch nicht gesehen haben... ...um von ihrem hohen Ross herunter zu plumpsen. Wer schließt sich an? Hört, hört! Italien unterstützt diese Idee eindringlich. Die Vereinigten Staaten unterstützen diese Idee ebenfalls. Österreich schließt sich an. Auf der Seite. Also ich glaube, ihr missversteht mein Anliegen... ...und die Pax Britannica. Ja, ich... Nein, ihr seid der Ausgestoßenste auf der gesamten Welt. Es ist ein Wunder, dass ihr überhaupt hier sprechen durftet, ohne gefedert und geteert zu werden. Ihr seid alle zu mir gekommen, also... ...ihr seid in London, dass ich hier sprechen darf, ist mein gutes Recht. Aber... Ich wurde gezogen. Ich möchte ganz gerne... Ich möchte ganz gerne... Anscheinend missversteht ihr mich. Also. Die Pax Britannica soll heißen, dass wir als britisches Volk keinerlei Eroberungen mehr anstreben. Das bedeutet, wir fühlen uns saturiert. Ja, nachdem ihr die ganze Welt geknechtet habt, fühlt ihr euch saturiert. Dann wäre ich auch, wenn ich drei Haxen gegessen hätte, etwas saturiert. Dann gebe ich euch recht. Der politische Hof aber jetzt mal einen Gang runterschalten. Eure Eroberungen haben mich erst dazu veranlasst, in Afrika aktiv zu werden. Guckt euch doch mal den nordafrikanischen Kontinent an. Wenn eure Verrufenheit zum Himmel gestunken hat, bevor ich England die Welt überlasse, da werde ich ja wohl erst selbst tätig und jetzt noch mit so einer Verfrorenheit an den Start zu kommen, jetzt zu sagen, bitte greift mich nicht mehr an, damit ich irgendwann so eine große Weltmacht bin, dass ich euch einfach alle schlucke, wie ein Gummibärchen. Das halte ich für. Also mehr als fragwürdig. Ich rufe nach einem Jahrhundert des Friedens und was bekomme ich? Missgunst und Missfallen. Naja, es ist eure Entscheidung, ob ihr auf die Seite des Friedens treten wollt und die Welt in Ruhe lasst oder sie im Chaos und Tod versinken möchtet. Ich würde die Welt lieber etwas befreien und demokratischer machen und etwas weniger britisch. Demokratischer die Welt? Die hohen Zollern aber etwas gegen. Ja, also demokratisch im Sinne von den Ländern, die sich vereinen und hier die Welt unter sich aufteilen und nicht ein Land, was die ganze Welt für sich beansprucht, mein Freund aus Deutschland. Aber ist es denn nicht Frankreich, was sich hier zuletzt versucht, die gesamte Welt sich untertan zu machen? Ich unterstütze als Portugal tatsächlich den Antrag Großbritanniens, denn ich glaube an die Rechtschaffenheit der Briten. Also Frankreich sehe ich hier eigentlich nur auf einem Kontinent wirklich vertreten und England hat sich auf allen Kontinenten eingezeckt und so viele Länder wie kein anderer erobert. Ich verstehe das Konzept noch nicht so ganz von der Pax Britannia. Mein Konzept dahinter erfolgt eher das Ziel, Großbritannien etwas zu beschneiden und ihnen etwas wegzunehmen. Ich ahne, was hier versucht wird seitens der Franzosen. Die Schmacht der napoleonischen Kriege wird versucht auszugleichen. Eine neue Koalition gegen eine vermeintliche neue Weltmacht zu schmieden. Die Weltmacht streckt ihre Hand aus an die freien Völker und möchte in Frieden und Schutz diese Völker unter ihren Mantel nehmen. Ich würde gerne lieber neben England erhobenen Haupte stehen und auf ein Bier anstoßen, als, naja, um Erlaubnis fragen zu dürfen, ob ich denn ein kühles Gebräu genießen darf. Das würde mich viel mehr erfreuen, aber eure Ziele... Solange sie mit dem Gebräu niemanden erschlagen wollen, dürfen sie ihren Wein trinken, aber... Tja. Wie gesagt, es ist ein Angebot. Es ist ein Konzept. Um das nochmal zu erläutern. Alle die, die sich dem anschließen wollen, verpflichten sich dazu, in Frieden zu leben und die Nationen der Welt möglichst in Frieden zu lassen und nicht expansiv über die Welt zu reiten. Ich als König von Norddeutschen Bund, der ja wirklich unparteiisch und außenstehend ist, möchte das noch einmal kurz in meine Worte zusammenfassen, wie ich dies einfach wahrnehme. Sie laden uns alle, die größten Herrscher dieser Welt, nach London ein, um sich selbst zum Weltherrscher zu benennen und dann im Anschluss, nachdem sie gesagt haben, nun gehört mir die Welt, lasst uns doch alle in Frieden leben und keiner darf mehr an meiner Macht rütteln. Genau. Hört, hört. Wohl wahr. Ich finde, den Namen Weltherrscher, finde ich, äußerst anstößig. Ich sehe mich eher als die Weltpolizei. Als Großbritannien, das ist dasselbe. Als die Weltpolizei, die diesen Frieden wahren wird. Weltpolizei? USA, was sagen Sie denn dazu? Wir haben noch keinerlei expansive Gedanken, da können wir leider noch nicht mitreden. Das ist leider noch nicht unser Jahr. Dies werden bestimmt noch Worte in 200 Jahren sein. Dann können wir darüber gerne nochmal reden. Also, ich schlage vor, meine lieben Kollegen, dass wir uns hier jeder zusammenrafft und ein kleines Stückchen vom Great Empire erobert, um einfach dieses in die Schranken zu weisen und nochmal über seine Worte nachdenken zu lassen. Haltet ein, Frankreich. Haltet ein. Euer Ruf in der Welt ist nun wahrlich auch nicht der größte, machen wir uns nichts vor. So vermessen die Botschaft Britanniens auch sein mag, so vermessen ist ebenfalls der Aufruf dazu, es in tausend Teile zu zerschlagen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, von einem großen Stück Kuchen ein kleines Stück abschneiden. Nicht es zu zerschlagen. No, 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 verzeiht meine Wortwahl. Aber der Kuchen ist doch schon so riesig, dass klein für eure Befindlichkeiten ein sehr, sehr, wirklich sehr großes Belgien wäre, nicht wahr? Was? Nein. Belgien ist doch, Belgien ist mein Freund und Nachbar und ein anerkennter Herrscher. Es geht doch nicht um mich, guter Mann. Es geht doch nicht um mich. Ich meine jetzt von der Landmasse her, nicht wahr? Ich möchte auch gar nicht proportional, ich möchte keinen Proportionalanspruch an dem Kuchen haben. Ich würde vorschlagen, jeder sucht sich ein für ihn angemessenes Stück Land, was unter englischer Flagge ist und zwackt sich davon etwas ab. Dann nehme ich London. Ja, aber wo kommen wir denn dahin? Das ist doch kein, das ist doch kein Essen für alle. Lass dies gerne besprechen in einer kleineren Runde, wenn wir uns geeinigt haben, wer sich diesem Ganzen anschließt. Denn diese große Runde ist dafür vielleicht der falsche Ort. Ich würde dies lieber mit meinen Mitkumpaninnen besprechen, die eine ähnliche Vorstellung von der Welt haben und nicht von einer Welt Englands. Ich versuche doch gerade zu beschwichtigen. Wir müssen uns doch nicht direkt zerfleischen. Wir beide. Sowohl Frankreich als auch Großbritannien keinen Ruf, der euch vorauseilt und euch in irgendein etwas voraus geht. Also, wenn ich mir das so anschaue, dann ist aber Großbritannien schon zweieinhalb Mal stinkender, als der Wein bei uns im Land jemals sein wird. Dem möchte ich nicht widersprechen, sehr geehrter Franzosenkönig, absolut nicht. Auf der anderen Seite habt auch ihr sehr viel wirtschaftliche Macht durch die Kontrolle des Suezkanals, nicht wahr? Da ist aber jeder von euch gewillt durchzufahren ohne jeglichen Nachteil. Ich habe nur eine Möglichkeit für die freie Welt geschaffen, etwas abzukürzen. Ich bin hier, ich denke, der Beschwichtiger. Wir sollten sowohl die Vermessenheit Großbritanniens einfach vergessen, wie wir vergessen sollten, Großbritannien deswegen zu zerfleischen und direkt eine Koalition der Rechtschaffenden auszurufen, die vielleicht zu absolut nichts führt, außer massig Toten. Ich habe eine Frage an den belgischen Herrscher, an euch, eure Majestät König Leopold von Sachsen-Koburg und Gotha. Warum ergreift ihr so dermaßen Partei für Großbritannien? Könnte es eventuell damit zusammenhängen, dass ihr mit Großbritannien unter einer Decke steckt? Und die Niederlande erobert habt mit der Hilfe von England? Keineswegs. Die Anschuldigung ist durchaus gerechtfertigt. Ich möchte sie auch genauso stehen lassen. Das ist absolut akzeptabel. Mir geht es dabei mehr um einen familiäreren Rahmen, als um die Tatsache, dass wir als Belgien irgendwie wirtschaftlich abhängig von Großbritannien sind. Denn das sind wir auch von Frankreich und das sind wir auch vom Norddeutschen Bund. Unser größtes Interesse ist es, hier für Ruhe zu sorgen. Und wie gesagt, mein Anliegen ist eher familiär. Als Onkel der britischen Königin und dementsprechend des Königshauses würde ich jetzt einen, wie soll ich sagen, ihren jugendlichen, kindlichen Leichtsinn gerne ein wenig abdämpfen, mit dem sie sich da gerade an die Weltbühne geahnt hat. Wenn ich mich nochmal einmischen darf, mein Vater hat mir in den ganzen Unterrichtungen und Studien, die er mir vorgelegt hat, um Herrscher zu werden von Frankreich, auch davon erzählt, dass zu seiner Zeit Belgien zu ihm gekommen ist mit den Worten, würdet ihr mir helfen, die Niederlande zu erobern und im gleichen Raum der Herrscher von Großbritannien war, der natürlich sofort aufgesprungen ist und ihnen geholfen hat. Frankreich hat damals bekundet, kein Interesse an den Niederlanden zu haben und auch dort Belgien nicht zu unterstützen. Aber Großbritannien ist Belgien dort zur Seite gestiegen und hat die Niederlande komplett ausradiert, so wie es auch mit vielen anderen Ländern passiert ist, die Großbritannien kennengelernt haben. Wenn ich da ganz kurz unterbrechen darf, wenn ich da ganz kurz unterbrechen darf, das ist so nur halbrichtig. Den ersten Krieg zur belgischen, wie kann ich das jetzt liebevoll nennen, Bereinigung der Blutschuld, nennen wir es mal liebevoll so, den haben wir schon selbst geschlagen, da hat der England gar keine Finger im Spiel. Da die Konferenz mehr und mehr in persönliche Gespräche abtrifft, dass diese doch in den... Ja, das ist durchaus möglich. ...räumen fortgesetzt werden, sofern keiner mehr eine Abschlussvergegenrede vorbringen möchte. Für den gemeinsamen Konsens und des Verständnisses wäre es zwar hier besser, aber ich stimme durchaus zu. Es gibt keinen Konsens, das ist der Punkt. Ich würde mich mit meinen Alliierten gerne besprechen, die auch es so sehen, dass England ein bisschen beschnitten werden sollte. Dann würde ich... Wir verlassen dort. Äußerst kriegerisch, äußerst kriegerisch. Ja, wir verlassen dort. Reitet mich hinfort, Kutschasse. Moment, nee, reitet mich nicht hinfort, ich bin hier richtig. Also, um dem französischen Vertreter noch mal ganz kurz die Lage zu erläutern. Mhm. Ich stehe nicht auf Großbritanniens Seite als unglaublichem Wohlwollen zu Großbritannien, die Nation und ihre Ziele könnten mir persönlich nicht gleicher sein, weil ihr Bedenken gehegt habt, dass wir da irgendwie unter einer Decke stecken oder zumindest diese Bedenken im Raum standen. Es ist vielmehr so, dass ich sie erzogen habe und es jetzt irgendwie als mein Versagen empfinde, dass das, was hier gerade geäußert wurde, tatsächlich auch so die Weltbühne erreicht hat. Ja, nichtsdestotrotz hat Großbritannien... Es ist die Scham eines Elternteils, denke ich. Hat Großbritannien Dinge getan, Kriege geführt ohne Rücksicht und total blutrünstig und ist dadurch schlimmer geworden als Billy the Kid, also... Ja, selbstverständlich. Aber habt ihr das Gleiche nicht in Ägypten getan? Sind auch da nicht Hunderttausende gestorben für euren Zugang zum Suezkanal? Äh, nee. Das war ein sehr kurzes Intermezzo ohne viel Gegenwehr, denn die Ägypter waren durchaus sich bewusst, dass sie dort Vorteile von haben werden und es floriert das Gebiet. Die Leute haben Arbeit mehr als zuvor. Das mag durchaus sein. Dann bitte korrigiert mich gerne, aber mich erreichen immer noch Nachrichten der großen Unruhe dort. Äh, das kann gar nicht sein. Eine Frage an Frankreich. Ja? Im Süden wurde verlautbart, dass sie ja doch sehr unzufrieden hier sind. Sie werden dementsprechend in den Süden eingeladen. Ja, äh, ich werde auch gerne dem Süden einen Besuch abstatten. Ja, sehr gerne. Wenn sie soweit wären, würde ein Zug für sie parat stehen. Äh, vielen lieben Dank. Und falls, äh, sich einer anschließen möchte, wäre ich, äh, bereit, euch gerne mitzunehmen in meinem schönen Zug mit einer Flasche Wein. Worum geht es denn dabei? Ich komme gerne mit und bring Käse mit. Äh, ich glaube, es geht weiterhin um, äh, die Ansprache Englands. Die Aufteilung meines Landes. Äh, dass wir dort, egal wie es sich nachher entwickelt, aber in einem kleineren Kreis ohne England drüber reden. Vielleicht werde ich später mal dazukommen. Ich habe im Vorfeld politische Aktionen durchzuführen. Aber ab Dank. Bis später. Ich würde gerne mit Großbritannien reden. Haben Sie Zeit? Ich würde erst, äh, noch eine kleine Rede an die hier versammelten Nationen halten. Sobald die missgünstigen Franzosen das weitergesucht haben. Naja, sie haben ihre Rede damit begonnen, missgünstig zu sein. Dann müssen sie auch nicht sich wundern, wenn sie das, was sie sehen, auch zurückbekommen. So eingebildet, wie sie halt sind, kann man halt nichts machen. Adieu. Ich sehe das jetzt richtig, dass der Zug jetzt abfährt und eine, äh, Vertretung von Belgien und Frankreich in dem Zug drin sitzen möchte. Ja. Ja, exakt. Ist so korrekt. Ich winke vom Bahnhof. Macht es gut, werte Freunde. Gebt den Kuchen mit. Hier, bitteschön, Kuchen. Mit Maß, mit Augenmaß, mit Augenmaß. Und dann wäre es auch nicht zu katastrophal. Das könnte man dem fantastischen Herrscher so offenbaren. Richtig. Es freut mich, dass ihr mich hier in den Süden eingeladen habt. Hier ist es eh viel schöner als im regnerischen Norden. Ähm, Michael hat ereilt, dass, äh, meine Anwesenheit, äh, gefordert war. Ja. Mitgefahren und wir hatten eine tolle Zeit bei einem Gläschen Wein. Äh, jedoch weiß ich nicht, ob ihnen bewusst war, äh, worauf sie sich hier einlassen oder ob sie im falschen Zug saßen. Bieten wir den, werten Belgiern ein, äh, eine gute Italien, ein gutes italienisches Eis an, noch zum Abschluss dieser Reise. Also das muss, muss der Belgier jetzt sagen, ob er falsch abgebogen ist und sich im Abteil geirrt hat oder. Keineswegs. Ich bin hier auf die Einladung des großen Mannes von Frankreich mitgekommen und möchte gerne verweilen, so es denn nicht stört. Nein, keineswegs, denn, äh, wir streben ja eine sehr, äh, geordnete Weltordnung an, nicht eine diktatorisch geführte, von Großbritannien aufgezwungene Weltherrschaft. Da ist jeder willkommen, äh, egal wie seine Konstitution hier aussieht. Sehr schön. Wir sollten vielleicht noch festhalten, ob es hier Nationen gibt, jetzt die aktuell im Süden verweilen, die nichts mit einer möglichen Koalition gegen den Briten zu tun haben möchten und ob wir uns dann in eine andere, in eine andere Räumlichkeit begeben sollen oder ob vielleicht dann... Ja, nicht, äh, Portugal wäre dann an der Stelle bereit, tatsächlich einfach in den Norden gemovt zu werden, vorübergehend. Also, Spanien sieht sich hier auf keiner Seite. Es gibt ein gewisses Verständnis natürlich. Also, auch wir sehen dieses Ansinnen der Briten kritisch, ist sehr ablehnt. Also, es war schon ein bisschen... Vermessen. Vermessen, ja, das ist das richtige Wort. Für wahr. Aber, gut, so sind uns die Briten auch schon mal begegnet. Ähm, aber dafür jetzt gleich einen riesigen Weltkrieg loszutreten, der viele, viele, viele Opfer fordern wird, nee. Also, sowas ist ja auch gar nicht angedacht. Aber wenn wir jetzt einfach die Spanier als Beispiel nehmen, wie wär's, wenn sie sich einfach im Mittelamerika oder vielleicht auch in Nordamerika ein kleines Stück Land aussuchen, was eigentlich unter englischer Flagge steht und ihre Flagge drüber kleben, sodass die, naja, die Vorteile, die sich die Engländer durch ihre barbarischen Kriege geschaffen haben und ihre, naja, sehr egoistische Art zu regieren, ähm, ein wenig gedämpft wird und, äh, alle doch, die hier beschnitten wurden, davon wieder profitieren. Ja, aber ist es wirklich im Sinne der Spanier? Also, ja, was sollen wir uns jetzt hier... Also, Gibraltar ist, glaube ich, immer im Sinne der Spanier. Das ist wahr, aber ist es wirklich wert, so viele Menschen dafür zu opfern? Weil das bedeutet, schaut mal, der Portugieser hat doch schon klar gesagt, dass er auf der Seiten, auf den Seiten der Engländer steht. Das heißt, plötzlich würde es einen Bruderkrieg hier auf der iberischen Halbinsel geben und so. Das ist alles, ach, muss das denn sein? Ich weiß nicht. Ja, aber vielleicht könnt ihr auch einfach den, äh, Portugiesen davon überzeugen, wie schlimm die Sache für euch mit Gibraltar ist. Vielleicht hat er ein Einsehen. Ich glaube eher nicht. Also, das glaube ich nicht, dass das passieren wird. So ein arroganter Herrscher wird doch nicht, indem wir jetzt nichts tun und kuschen. Wir sind ja grundsätzlich nicht kriegstreiberisch. Wir würden England ja sowieso nicht angreifen, weil sie einfach sich so stark entwickelt haben. Deshalb bekommen sie indirekt doch genau das, was sie fordern. Sie fordern, so groß zu bleiben, dass sie die Weltpolizei werden. Und genau das würde doch passieren, wenn wir jetzt nichts unternehmen würden, oder? Da müssen wir Frankreich zustimmen. Wir sehen es auch als schwierig an, dass der Ruf der Briten über die Maßen gestiegen ist in aller Welt durch verschiedenste Eroberungen. Und wir möchten vielleicht noch den Fortlag, den ursprünglich Belgien hatte, etwas aufnehmen, dass es nicht zu extrem ist. Aber ich glaube, das ist ja auch die Intention Frankreichs gewesen. Richtig. Wirklich nur kleinere Gebiete, eher ein Symbol. Also zum Beispiel Italien hat ein Interesse an Malta. Österreich hat schon gesagt, die ionischen Inseln. Das sind alles keine großen und wichtigen Ziele, die die Briten, die werden die kaum stören. Es ist ein symbolischer Akt, der durchaus im Interesse der einzelnen Völker ist, aber der einfach den Briten mal einen Schlussstrich zeigen soll auf ihrem Weg, den sie hier beschreiten in der ganzen Welt. Aber das ist doch der Punkt. Wir führen einen riesigen Krieg für einen symbolischen Akt. Aber wenn es eine große Masse ist in dieser Koalition, dann sollte dieser Krieg ja nicht in Ewigkeit und blutig sein, sondern ein schneller Sieg für diese Koalition aufgrund der Teilnehmer sein. Also so stelle ich mir das wenigstens vor. Ein riesiger Weltkrieg. Den möchten natürlich auch wir vermeiden, selbstverständlich. Die Vorstellung eines schnellen Sieges ist im besten Fall naiv, was wahrscheinlich daher rührt, dass ihr nicht so gut informiert seid über England, wie wir das in Belgien sind. Da ist nichts schnell zu erreichen. Das großbritannische Heer ist riesig und die Flotte ebenso. Ja, wir könnten uns zusammenschließen, aber ich sehe das gleichsam wie Spanien. Also da gibt es nichts auf die Schnelle zu holen. Und ich denke, wenn man schon ein Land abstrafen will, das so vermessen agiert, dann sollten wir doch die Unabhängigkeit der Völker dort fordern und uns nicht ans Buffet setzen und es regelrecht aufteilen. Oder die werten Herren zumindest. Aber eine Unabhängigkeit der kleineren Ländereien wird ja nur wieder dazu führen, dass in ein paar Jahren die Engländer erneut zuschlagen am Buffet der armen, schutzlosen Länder. Und das seht Österreich genauso. Wir würden sie lediglich unter unseren Schutz stellen. Und vermutlich wäre das sowieso eine schlimmere Folge für Großbritannien, wenn größere Länder unabhängig geführt werden würden, als jetzt diese kleinen Ziele, die die Koalition hätte, die aber dennoch nicht unwichtig sind, um das festzuhalten. Aber natürlich muss nicht jede Nation, also ich verstehe auch vollkommen die Intention Spaniens zu sagen, dass sie an diesem Konflikt nicht beteiligt werden möchten und neutral bleiben. Also das ist absolut legitim und nachvollziehbar. Und es soll ja hier niemand gedrängt oder gezwungen werden. Nein. Das sehen wir genauso, ja. Eine Koalition der Willigen sozusagen. Vielen Dank für das Verständnis. Natürlich. Dass auch der Frieden seinen Platz hat in dieser Welt. Selbstverständlich. Ich möchte nur anmerken mit dem kleinen Notenton, dass das von der Nation kam, die die zweitmeiste Verrufenheit mittlerweile in der Welt hat. Nur als kleiner. Aber nur, weil ich mich forciert gefühlt habe, dass England so durchgreift. Ja, das ist Ende. Egal, egal. Ja, das ist Ende für heute. Ich verstehe gar nicht, woher die ganze Aggression kommt. Ich glaube, ich habe 100 Aggressionen bekommen, als ich die Westküste erobert habe. Daher kommt das. Und in Mexiko. Ich habe hier gerechnet, dass sie so hochschnellt. Also ich habe hier ganz im Ernst, ich habe hier teilweise auf dem Balkan 26 für so ein Pupsland bekommen, das so groß ist wie Württemberg. Ich habe vier Provinzen halt an der Westküste auch von Mexiko erobert. Ich glaube, pro Provinz habe ich 25 gezahlt. Das sind genau die 100. Das geht nach Bevölkerung. Umso mehr Bevölkerung. Das ist halt das Ding, wenn du geile Ländereien ja eroberst, dann kriegst du halt... Ja, aber die haben so wenig Bevölkerung da hinten. Gebäude und Wohnschätze werden auch noch damit zuberechnet. Ja, ja, das ist ja super wichtig. Das ist eigentlich das Gold, weil das sind ja keine Bevölkerung. Alter, hättest du dir einfach diese Rede erspart, dann wäre das nicht mal zur Sprache gekommen. Ja, aber das ist halt... Die ist halt nicht verstanden, also die war halt zu dick aufgetragen. Die wurde halt echt scheiße. Ja, das war ein bisschen too much vielleicht. Ja, aber das ist halt die britische Selbstverständnisse der Zeit. Das ist halt so... Also Konferenzen einzubufen als Selbstmord, haben wir erst mal gesagt. Ich setze immer noch auf ein gutes Beispiel, was dann jemand von euch gerne positiv umsetzen kann. Ich habe die Hoffnung, dass solche Konferenzen sinnvoll auch laufen können. Also ich fand... Ich glaube, es würde Sinn machen, wenn man Konferenzen einberuft, nach denen man schon ein paar Verbündete hinter sich hat. Ja, aber das war ja kein Aufruf, sag ich mal Großbritannien in jeder Hinsicht zu folgen. War es ja bei Gaius auch nicht, genau. Ja, das hat sich so angehört, weil das halt so dick aufgetragen war. Also im Endeffekt war die Aussage, also die Kennersage war eigentlich, also jetzt out of character, Großbritannien hat erkannt, oh, wir haben sehr viel Verrufenheit und wir sollten die Füße still halten, weil das sonst echt ein Problem wird. Und deswegen konzentriert sich jetzt Großbritannien auf den Erhalt des Friedens und also innerhalb der... zwischen den Großmächten und nicht mehr auf Eroberungen von irgendwelchen kleinen Staaten oder Unterwerfungen und sonst was. Ja gut, sich dann aber dann hinzustellen und zu sagen so, yo, wir sind jetzt die Weltpolizei und alles Gute, alles hört auf mein Kommando, was alles halt... Das war halt das britische Selbstverständnis zu der Zeit. Ich kann ja nicht einfach sagen, ja, wir sind jetzt der geschlagene Hund und wir sind jetzt unterwürfig. Nee, nee, die Briten fühlen sich ja als was Besseres zu der Zeit. Das ist halt so... Also Ecke, du musst halt auch an der Stelle wissen, du hast halt auch deinen Eindruck. Ey, dankeschön an alle, die bis hierhin verfolgt haben. Morgen 17.30 Uhr geht's weiter. Ja, wir machen jetzt noch eine kleine Nachbesprechung und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Morgen geht's dann weiter.